Russlands Einfluss in Afrika ist ein weiteres Thema, Massenmigration und Wohnungsnot, ein innenpolitisches. Es geht um die Raumordnung, das bedeutet, wie schnell können Windräder und Solarparks errichtet werden, auch ein umstrittenes Thema. Und es geht um Mobilität, um klimafreundliche und auch bezahlbare Mobilität, es geht ums Auto. Und beim Auto hört bekanntlich die Freundschaft auf, dafür steht auch inzwischen die Ampel. Und wir haben uns dieses Thema heute Morgen genommen, um in dem Interview bis 9 Uhr dieses Thema zu besprechen. Es geht auf Anträge der Unionsfraktion zurück, ich sage es noch einmal, bezahlbare und klimafreundliche Mobilität. Und dazu ist bei uns der verkehrspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Thomas Bareiß, und der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, der Bündnisgrünen-Fraktion, Stefan Gelbhaar. Kurze Vorbemerkung, es geht unter anderem auch bei dieser Frage um die E-Fuels, also synthetisch hergestellte Kraftstoffe. Die auseinander den Komponenten Wasser und CO2 bestehen, die mit Strom hergestellt werden. Diese E-Fuels sind nahezu schadstofffrei, sind möglicherweise eine Ergänzung auch zur E-Mobilität. Und da entzündet sich jetzt der Streit zwischen der FDP und den Bündnisgrünen. Soll man diese E-Fuels auch nach 2035 nach dem Aus für den Verbrenner zulassen oder nicht? Herr Gelbhaar, 7. März, das ist der Tag der Entscheidung in der Europäischen Union. Da wird nämlich die Schlussabstimmung stattfinden über das Ende des Verbrennermotors in der Europäischen Union 2035. Es gibt Streit in der Koalition, ich habe es gesagt. Wird diese Entscheidung getroffen werden am 7. März mit oder ohne einen E-Fuel-Kompromiss in Deutschland? Also vielleicht vorneweg, wir haben 2035 als Datum in der EU zwischen 27 Ländern festgelegt, dass dort dann eben Neufahrzeuge nicht mehr zugelassen werden, wenn sie einen Verbrennungsmotor haben. Schon da wurde gesagt, als dieser Beschluss gefasst wurde, das wurde in einer Protokollerklärung niedergelegt, dass man sich anschaut, inwieweit man E-Fuels für Neufahrzeuge jenseits von diesen großen Flotten VW, Audi, BMW, Mercedes, wie man das dann dort regeln kann. Dieser Vorschlag der EU steht noch aus. Ich finde es gut, wenn man da eine zeitliche Konkretisierung macht, damit dort eben ein Zankapfel, der unseren Koalitionspartner FDP sehr bewegt, dann eben aus dem Spiel genommen werden kann. Schauen wir mal, wo das hingeht. Ich sage aber auch, das ist jetzt keine Geschichte von den Bündnisgrünen mit der FDP, sondern das ist eine Geschichte zwischen 27 EU-Ländern. Da sind aus der liberal-konservativen Familie Frankreich, Niederlande und so weiter alle dabei. Die haben da alle zugestimmt, die stehen da alle zu. Und das ist jetzt quasi der formale letzte Akt. Deswegen glaube ich, ist es nicht auch für die FDP nicht günstig, da in ihrer liberalen Familie europaweit da die Bude anzuzünden. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Formaler letzter Akt ist schön gesagt. Italien und Bulgarien stimmen ja auf jeden Fall dagegen. Wenn Deutschland jetzt auch dagegen ist oder sich enthält, gibt es eine Blockade. Das wäre allerdings schlecht, selbst wenn Sie mit dieser Entscheidung nicht so einverstanden sind. Nächstes Jahr ist die Wahl zum Europäischen Parlament. Bis dorthin bewegt sich nichts in Brüssel. Das ist für das Klima schlecht, wenn das jetzt nicht entschieden wird. Wir brauchen eine gute Lösung, denke ich mal. Die gute Lösung ist die, dass CO2 eingespart wird, dass CO2 vermieden wird. Das ist die Frage nicht vom Verbrennermotor. Der Verbrennermotor kann ja auch CO2-freundlich sein, wenn synthetische Kraftstoffe verwendet werden oder Biokraftstoffe ja auch. Wir haben heute schon einen großen Anteil von Biokraftstoffen ja auch, die ja schon bis zu dreieinhalb, vier und vier und eine halb Millionen Tonnen auch CO2 einsparen. Ich meine, das ist auch etwas, was ja auch einen ganz, ganz großen Anteil liefert. Die Grünen wollen das abschaffen, wollen das reduzieren. Also sprich einen Rückwärtsgang einlegen beim Thema Klimaschutz. Wir wollen das eher nochmal ergänzen. Also sprich auch das Thema Biodiesel spielt heute eine große Rolle in der Debatte. Das Thema E-Fuels, synthetische Kraftstoffe. Das sind die Komponenten, die auch dafür sorgen, dass wir die Bestandsfahrzeuge, auch die LKWs, die eine große Rolle spielen in den nächsten Jahren, Stück für Stück CO2-freundlicher machen, aber auch die PKWs, die neu auf den Markt kommen. Wie gesagt, ich finde die Debatte, Opferbrenner, ja, nein, etwas Rückschritte gebrochen. Bessere Technologien und Technologien sind des Anreiz, um CO2- und klimafreundlicher zu werden und auch bezahlbar die Mobilität zu belasten. Herr Gepper, es ist ein bisschen erstaunlich, dass gerade die E-Fuels jetzt aufs Korn genommen worden sind. Denn wenn die als Komponenten oder als Ergänzung zur E-Mobilität da sind, dann könnte man ja auch die Gefahren einer zu geringen Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge etwas mindern. Sie sind leicht verfügbar an Tankstellen, sie haben keine Reichweitenprobleme, E-Fuels, und sie sind eben auch schadstoffarm. Warum verbeißt man sich bei diesem Thema so? Da verbeißt sich gar keiner. E-Fuels werden jetzt irgendwann über die bisherigen Beimischungsquoten auch zugelassen. Das Problem ist, die gibt es nicht. In keinem europäischen Staat werden sie verwendet, in Amerika nicht, in China nicht. Das heißt, es ist ehrlich gesagt eine Phantomdebatte. Sie werden nirgends hergestellt. Und tatsächlicherweise hat gerade gestern die Flugindustrie nochmal ganz klar gesagt, wenn es irgendwann E-Fuels in ausreichender Menge gibt, dann gehören die uns, der Flugindustrie. Weil dort ist es so, dass wir eine Dekarbonisierung, beziehungsweise an der Stelle ein klimafreundliches Fliegen nur mit E-Fuels hinbekommen werden. Aber es bezog sich auf die Zeit nach 2035, nach dem Ende des Verbrennermotors, meine Bemerkung. Nochmal, 2035 werden wir bei den neu zugelassenen Fahrzeugen keine Verbrennungsfahrzeuge mehr zugelassen haben werden. Aber trotzdem werden ja die Verbrenner nicht morgen dann weg sein. Das heißt, 2036 werden es immer noch Verbrennungsfahrzeuge geben. Und wenn wir dort dann wirklich E-Fuels haben, wenn wir da wirklich E-Fuels haben und die Bestandsfahrzeuge reinkippen könnten, dann werden wir das natürlich machen. Aber das ist total unrealistisch. Ja, aber das ist ja nicht die Frage gewesen, sondern ob man dann auch Neufahrzeuge noch mit E-Fuels betanken darf nach 2035. Ja, tatsächlicherweise ist da die EU auf einem anderen Weg. Und ich glaube, das finde ich richtig. Und jeder, der in einem Dorf oder in einer Stadt wohnt, weiß auch, vor allem in den Städten, auch E-Fuels sind einfach dann zum Schluss synthetische Kraftstoffe, die verbrannt werden. Das heißt, da kommt dann CO2 hinten raus und da kommen Stickaufskräder raus. Und ein ganz normaler Kraftstoff ist das mit einer ganz normalen Verbrennungswirkung. Das heißt, wir haben dann wieder das Problem der sauberen Luft in der Stadt. Und deswegen macht die EU jetzt gerade diese Debatte auch auf. Und das ist ja vollkommen richtig. Zudem haben wir eben die bessere Alternative. Wir haben eine Technologieentscheidung in der Industrie und tatsächlicherweise die Industrie. Die gibt doch gerade immer wieder das Signal, wir wollen hier Klarheit haben. Wir wollen eine Technologieklarheit haben. Nicht dieses Rumeiern, was da von der Union kommt, was von anderen kommt, sondern Klarheit in der Sache, damit vorangeht. Da war ich vorhin mit meiner Einschätzung nicht falsch gelegen, dass auch dieses Interview in Sachen Automobilität eine Glaubenssache ist. Es gibt ja auch Nachteile, Herr Pahlsson, für E-Fuels. Die Produktionsmenge ist eigentlich viel zu gering, die man herstellen kann. Das wird auch sehr teuer sein. Es wird mit hohen Steuernachlässen subventioniert. Und es wird auch vor allen Dingen ein hoher Stromverbrauch bei der Herstellung benötigt. Eigentlich ja auch klimaschädig. Also es braucht ja immer eine Einführung von einer Technologie. Derzeit ist auch die Industrie dran. Da entsprechend zu investieren. Porsche ganz konkret mit VW hat jetzt in Chile investiert, eine neue Anlage gebaut. Die Anlage fängt jetzt an zu produzieren. Auch viele andere Investoren sind gerade dran, E-Fuels aufzubauen. Wobei, wenn die Politik kein klarer Signal gibt, dass wir es wollen, wird auch nicht viel passieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Deshalb dieses ständige Hin und Her, auch der Bundesregierung, der Ampelkoalition, ist ja wirklich schädlich. Auch schädlich für den Industriestandard Deutschland. Wir können hier viel machen. Weil durch Sonnenstrom und Windstrom, der ja da ist, der ja auch dann entsprechend kostenlos sein wird, dann vor Ort in Ländern, wo wirklich viel Sonne und Wind auch da entsprechend dann auch vorhanden ist. Dort kann man diese Produktion aufbauen. Dort kann man auch dann E-Fuels sehr kostengünstig produzieren. Und das wird ein ganz wichtiger Anteil sein für unsere Mobilität. Nicht nur in Deutschland, sondern Europa. Und deshalb soll die Deutschen da mitmachen. Nicht ausschließen, diese Technologie verbieten. Das wird uns eher weniger von nach vorne bringen, wird uns eher sogar einen Rückschritt eingeben beim Thema Klimaschutz. Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Also Klimaschutz mit E-Fuels, mit Biografstoffen, auch mit Elektromobilität. Das ist auch eine wichtige Komponente. Aber das ist nicht die einseitige Debatte, die wir hier führen, sondern es muss hier Offenheit herrschen. Weil Technologien werden dazu beitragen, dass die Klimaschutzziele erreicht werden, nicht Verbote. Ein weiteres Thema, die EU-Kommission, wir nehmen mal an, ganz unabsichtlich Sand ins Getriebe der innenpolitischen Diskussion in Deutschland streut, ist das Thema Abgasnorm 7. Die soll ja kommen, also das jetzt schon sehr hohe Niveau der Abgasbeseitigung soll noch erhöht werden. Es gibt da noch einen niedrigeren Ausstoß an Stickoxiden, an Kohlenmonoxiden. Herr Bayer, ist das nicht sinnvoll, da noch mal anzusetzen? Denn wir haben zwar inzwischen sehr viele schadstoffarme Autos, aber wir haben auch sehr viele mehr Autos als früher, die vor allem in den Städten rumfahren. Eine jetzt vorliegende Euro-7-Norm von der Kommission ist ein großer Fehler, weil hier wirklich auch teilweise Standards gesetzt werden, die nicht einhaltbar sind. Das heißt ganz konkret, dass die Grenzwerte sehr hoch sind, dass die Einführungszeit sehr, sehr kurzfristig ist. Und dass auch die Messdaten auch sehr, sehr schwierig zu ermitteln sind. Also da gibt es relativ wenig, sagen wir mal, auch Klarheit bei der Messung dieser Ausstöße. Das heißt ganz konkret, wird man dann so eine Ungleichheit haben, dass die Automobilunternehmen gar nicht mehr investieren in neue Autos. Das ist doch ganz konkret zu bedeuten, dass wir gerade bei kleinen PKWs, also kleinen PKWs, die ja auch wenig Marsch haben, wenig Rendite haben, dass die gar nicht mehr in Deutschland produziert werden, gar nicht mehr entwickelt werden. Das heißt, wir werden ganz konkret für den deutschen Standard auch Wertschöpfung verlieren. Die kleinen PKWs werden wir hier verlieren. Ein neuer Motor wird nicht mehr entwickelt. Das heißt, ganz konkret wird es unser Standort auch schaden. Und das wird wenig bringen in der Sache. Deshalb sind wir, wie auch die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, von den Grünen, Bayern, CSU, aber auch Niedersachsen, SPD, ganz massiv dagegen, haben ja auch den Kanzler aufgefordert, hier auch Einhalt zu gebieten. Also jetzt nicht parteiübergreifend, sondern Autoindustrieübergreifend, weil diese Länder betroffen sind. Herr Gelbhaar, die weitere Reduzierung der Schadstoffe durch Euro 7 ist nicht so groß, wie man vielleicht denken könnte. Gibt es da noch ein Kosten-Nutzen-Verhältnis? Macht das Sinn jetzt, so viel in Technologie zu investieren? Eine Technologie, die es in zehn Jahren sowieso nicht mehr geben soll. Also erst mal weg, es sind nicht alle Autoländer da eigentlich. Brandenburg ist da einfach nicht mit dabei. Tesla-Standort, so wurde dann auch nicht einbezogen von den drei anderen Ländern. Es gibt auch Hessen mit Rüsselsheim zum Beispiel. Genau, sie sind einfach da nicht mit dabei. So muss man einfach mal an der Stelle festhalten. Die alten Allianzen sind da nicht mehr vollständig. Zum Zweiten, die Grenzwerte sind von der EU kaum verändert worden. Es sind für einige Schadstoffe da überhaupt erst mal Grenzwerte festgelegt worden, also vorm Aldehyd zum Beispiel. Und das geschieht natürlich mit dem Ziel, die Luft sauberer und die Gesundheit für die Menschen erträglicher, besser zu machen. Das ist ja erst mal ein ehrenwertes Ziel. Jetzt muss man ins Detail gucken. Die Kritik der Automobilindustrie bezieht sich da vor allem auf die Testbedingungen. Und in der Tat gibt es dort ein paar Unklarheiten, will ich es mal nennen. Und da ist die EU jetzt gefordert, einfach Klarheit zu schaffen. Wiewohl da auch mit falschen Äpfeln und Birnen gehandelt wird, weil da behauptet wird, Sachen behauptet werden, die so nicht stimmen. Das wird auszuräumen sein. Und dann, glaube ich, ist das eine gute, richtige Sache. Ich würde sogar sagen, dass der eine oder andere Grenzwert, also Euro 6 und Euro 7 unterscheiden sich fast zu wenig als das Landort. Das war jetzt auch mein Verdacht gewesen. Jetzt heißt es, jetzt muss nachgerüstet werden. Damit werden Autos teurer, Kleinwagen von kleinen Leuten nicht mehr finanzierbar. Also die soziale Komponente. Dafür gibt es, ehrlich gesagt, bislang weder Beleg noch Quelle. Da, wo sich die CDU drauf bezieht, ist ein Bildartikel. Und das ist an alles. Ich finde, die Bild als zuverlässige Quelle zu benennen, ist immer eine Fragestellung. Gut, die werden wir jetzt nicht weiter erörtern, Herr Bareiß. Einwand der Industrie ist auch, wir werden jetzt blockiert in unserer Entwicklung für die E-Mobilität. Wenn wir uns jetzt um Euro 7 kümmern, ist das ein Ausweichargument der Industrie? Ich glaube, die Industrie will einfach Klarheit vor der Politik, das ist, denke ich mal, auch nachvollziehbar. Die wollen ja auch wissen, wo sie investieren müssen. Und deshalb, das hin und her, auch der Bundesregierung ist hier wirklich auch schädlich. Ich finde es gut, dass der Verkehrsmister jetzt gesagt hat, er will stoppen, den Brennermotor aus jetzt in Brüssel. Aber, muss ich auch ganz klar sagen, er hat ja bis jetzt nichts gemacht. Er hat ja bisher immer auch mitgemacht und hat ja auch jetzt kurz vor zwölf erst dieses Stoppschild eingeführt. Und hat aber dennoch jetzt die große Frage, wie er es denn umsetzen soll. Also bis zum Dienstag, haben Sie ja vorhin gesagt, muss ja entsprechend auch jetzt eine Entscheidung her. Und ich bin mal gespannt, die nächsten vier Tage wird jetzt ganz spannend sein, was Wissing macht. Wird er sein Wort halten? Wird er dann den Stopp, den Aufhalten vom Brennermotor? Oder wird er dann irgendwie mit einem Kompromiss leben können? Ich hoffe, dass er es durchhält. Ja, wenn er es nicht durchhält, müssen wir ihn auch ganz klar akzeptieren, an seine Worte auch erinnern. An die Aufmerksamkeit unserer Zuschauerinnen und Zuschauer müssen wir in dem Fall nicht appellieren. Auto interessiert fast alle, sind auch irgendwie alle davon betroffen. Thomas Bayreis, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion und in gleicher Funktion bei den Bündnisgrünen Stefan Gelbhaar. Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank. So, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, heute Bundestag ab 9 Uhr. Ich habe es gesagt, wir werden, ach so ein Programmhinweis noch von meiner Seite, um 9.30 Uhr werden wir für einige Zeit den Bundestag verlassen. Der ukrainische Botschafter besucht den Bundesrat, der ja häufiger Freitag parallel zum Bundestag tagt. Und es werden auch einige der Länderchefs und Chefinnen die Gelegenheit benutzen, nicht nur dem Botschafter ihre Auffahrung zu machen, sondern sich auch in einer Art kleinem Schwerpunkt zur Ukraine mit dem Besuch des Botschafters zu beschäftigen. Der Bundesrat ist ja im Regelfall mit außenpolitischen Themen nicht beschäftigt. Aber das ist ein wichtiger Termin, der Besuch des neuen ukrainischen Botschafters im Bundesrat in der Ländervertretung. Heute übrigens noch ein Hinweis. Der Bundesverteidigungsminister spricht heute zum ersten Mal im Bundestag zu den Bundeswehrmandaten. Er ist ja nicht Mitglied des Bundestages, hat aber als Minister jederzeit Rederecht. Jetzt hat es gegongt und jetzt gehen wir in den Plenarsaal. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, die Sitzung ist eröffnet. Einen wunderschönen guten Morgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor Eintritt in die Tagesordnung darf ich dann doch noch, bevor diese Woche zu Ende geht, einen feierlichen Anlass würdigen. Vor allem die Älteren in unseren Reihen werden am Mittwoch vermutlich vergeblich nach einem Geburtstagskind Ausschau gehalten haben. Denn unser ältestes, wenn auch nicht dienstältestes Mitglied, Jakob Maria Mierscheid, ist 90 Jahre alt geworden. Ich möchte noch zu ihm anmerken, er ist ein bekennender Hinterbänkler. Immer geblieben, hat aber dennoch viel angestoßen und viel erreicht, ohne auch nur ein einziges Mal bei Markus Lanz gesessen zu haben. Und auch wir konnten ihm ja in dieser Woche nicht direkt gratulieren. Aus seiner Heimatstadt Moorbach wird nämlich kolportiert, dass er zu dringenden Angelegenheiten nach Brüssel gereist sei. Es ist stiller um ihn geworden, was etwas bedauerlich ist. Denn ich fand seinen Rat und seine Anregungen wirklich immer sehr hilfreich. Sie waren ja meist eher in schriftlicher Form. Wir sind ihm dann doch selten begegnet. Und bis heute warten wir auf seine erste Rede im Deutschen Bundestag. Ich möchte unserem geschätzten Kollegen ganz herzlich noch einmal zu seinem 90. Geburtstag gratulieren. Alles Liebe und Gute. Und wo ich ihn schon erwähnt habe, möchte ich vielleicht noch hinzufügen, nicht ganz so alt, aber dafür deutlich präsenter. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das ist der Running Gag im Bundestag seit Dezember 1979. Jakob-Maria Mierscheid, ein Abgeordnetenphantom, das es natürlich nicht gibt, war die Erfindung von zwei SPD-Bundestagsabgeordneten. Und zwar als Andenken an den damals verstorbenen langjährigen Bundestagsvizepräsidenten Carlo Schmitt von der SPD. Und wie gesagt, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bundestagsgeschichte. Jakob-Maria Mierscheid, das Abgeordnetenphantom, den einzigen Bundestagsabgeordneten, den es nie gegeben hat. Ich komme nun zur Tagesordnung. Die Fraktion der AfD verlangt eine Aktuelle Stunde zu dem Thema Diskriminierung von einheimischen Stoppen, keine Verdrängung auf dem Wohnungsmarkt. Diese Aktuelle Stunde wird heute als letzter Tagesordnungspunkt aufgerufen. Ich rufe dann auf den Zusatzpunkt 6, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfes zur Änderung des Raumordnungsgesetzes und anderer Vorschriften. Hierzu liegt je ein Entschließungsantrag der Fraktion der AfD und der Fraktion Die Linke vor. Der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen hat in seiner Beschlussempfehlung auch die Umsetzung der EU-Notfallverordnung mit einbezogen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort erhält Franziska Maschek für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne! Es gab lange Debatten über das heutige Verfahren, und ja, es wird Einwände geben, und ich kann diese auch gut nachvollziehen, möchte mich damit jetzt aber nicht aufhalten, sondern gern auf den Inhalt des Raumordnungsänderungsgesetzes kommen. Ich finde, das Gesetz hätte eigentlich einen viel griffigeren Namen verdient. Denn erstens. Wir beschleunigen Verfahren. Wir haben feste Fristen bei der Bearbeitung der Raumverträglichkeitsprüfung gesetzt. Zweitens. Wir schaffen unnötige Doppelprüfungen ab. Deshalb soll die Raumverträglichkeitsprüfung nur eine überschlägige Umweltverträglichkeitsprüfung enthalten, wenn diese an anderer Stelle ja ohnehin stattfindet. Drittens. Wir digitalisieren die Öffentlichkeitsbeteiligung. Aber es soll auch mindestens eine analoge Möglichkeit für die Einsichtnahme der Pläne geben. Viertens. Wir machen Raumordnungspläne rechtssicherer. Denn Regionalpläne sollen nicht direkt ihre Gürtigkeit verlieren, wenn es mal zu formellen Federn bei der Aufstellung kam. Und fünftens. Wir stärken die Berücksichtigung von Umwelt- und Klimabelangen. Denn in der Abwägung, wie wir die begrenzte Fläche nutzen, stärken wir Wälder und Moore als natürliche CO2-Senken. Zusätzlich haben wir von der EU im Dezember mit der EU-Notfallverordnung einen sehr großen Werkzeugkasten an die Hand bekommen. Und den wollen wir selbstverständlich nutzen. Die Verhandlungen waren komplex. Haben auch vielen Kolleginnen und Kollegen harte Kompromisse abverlangt. Aber wir waren erfolgreich. Danke, C.J. Schröder. Danke, Daniel Föst, Benkbert, Bernhard Daldrup, Michael Kruse und Nina Scheer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, manche werden jetzt fragen, warum dann diese Eile? Heute hier beschließen und noch am selben Tag im Bundesrat lesen lassen. Das hat man in der Vergangenheit ja eigentlich nur bei extremen Krisen gemacht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach meiner Ansicht haben wir einige dieser Krisen. Das ist erstens die Energiekrise, verstärkt durch den russischen Angriffskrieg, der uns ordentlich durchgeschüttet hat. Die heute zu beschließenden Punkte sorgen dafür, dass wir schnell mehr nutzbare Energien in Deutschland produzieren können. Das ist zweitens die Klimakrise. Deshalb müssen wir von fossilen Energieträgern wegkommen. Gleichzeitig haben wir einen steigenden Strombedarf bei Mobilität, Industrie und Wärme. Wir müssen heute vorsorgen. Und da ist drittens die Herausforderung für unseren Industriestandort. Unternehmen verlagern ihre Produktion, weil die Energiepreise in die Höhe geschossen sind. Erneuerbare Energien sind aber die günstigsten Energien. Wir brauchen sie, um Industrie und damit Arbeitsplätze in Deutschland halten zu können. Die EU-Nurteilverordnung gilt für 18 Monate. Und diese laufen bereits seit dem 30. Dezember letzten Jahres. Ein langsameres Verfahren zu wählen, würde bedeuten, bis zur nächsten Bundesratssitzung Ende März zu warten. Damit könnte das Gesetz erst im April in Kraft treten. Und wir hätten einen weiteren Monat wertvolle Zeit verplempert. Nach der heutigen Abstimmung geht unsere Arbeit selbstverständlich weiter. Für die SPD-Bundestagsfraktion kann ich sagen, dass wir diesen Prozess eng begleiten werden. Im Entschließungsantrag geben wir der Bundesregierung einige Hausaufgaben mit. Zum Beispiel Flächenversiegelung wirksam zu begrenzen und die Wirkung der Beschleunigung zu überprüfen. Meine Damen und Herren, hier zünden mit dem neuen Raumordnungsgesetz und der Umsetzung der EU-Notfallverordnung den Turbo beim Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energien. Ich bitte Sie um Zustimmung für das Wir-zünden-den-Turbo-Gesetz. Denn das wäre übrigens mein Name für dieses Vorhaben gewesen. Herzlichen Dank und ein herzliches Glück auf. So, zum Thema Änderung des Raumordnungsgesetzes. Erste Rednerin Franz Kistka Maschek von der SPD. Jetzt angekündigt Michael Breimann von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Raumordnungsgesetz. Änderung des Raumordnungsgesetzes ist das Thema. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich muss sagen, ich bin schon sehr erstaunt, hier von Turbo-Gesetz zu sprechen. Wer das miterlebt hat in dieser Woche, am Mittwoch im Bauausschuss, der wäre wirklich eines Besseren belehrt worden, wenn er sagen würde, er hätte im parlamentarischen Betrieb schon alles erlebt. Das war an Chaos am Mittwoch im Bauausschuss nicht zu überbieten. Der Wirtschaftsminister Habeck entschied, dass für den weiteren Windradausbau eine EU-Notfallverordnung in Deutschland national umgesetzt werden muss. Und diese wurde dann hier an dieses Gesetzgebungsverfahren zum Raumordnungsgesetz angehängt. Und dann sollte innerhalb einer Woche etwas durchgepeitscht werden. Und ich muss schon sagen, das Ergebnis sehen wir heute. Das ist kein Turbo-Gesetz, sondern Sie, liebe Koalition, Sie haben sich bei diesem Omnibusgesetz mehr als bitter überschlagen. Und das Ergebnis steht jetzt hier und sehen wir hier. Und ich will das auch ausführen, warum. Erst am Mittwoch, dreieinhalb Stunden vor der Ausschusssitzung, gegen halb neun, haben wir die Gesetzentwürfe zur Beratung dieses Gesetzes als Oppositionsfraktion erhalten. Dreieinhalb Stunden später haben Sie, liebe Koalitionäre, dann unter Protest oder gegen Protest der Opposition eine Anhörung nur wenige Stunden später zu diesen Gesetzentwürfen beschlossen. Und weitere Stunden später sollte dann in der Sache im Ausschuss abgestimmt werden. Und was dann in der Anhörung folgte, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist an Peinlichkeit für die Koalitionäre nicht zu überbieten. In der Tat, es waren dann Sachverständige da. Einer teilte, für uns wenig überraschend, mit, also dass er in der Kürze der Zeit hier kein fundiertes Urteil und keine Begutachtung abgeben könnte zu diesem Gesetzentwurf. Viel schlimmer aber noch war, dass ein weiterer Sachverständiger auf Nachfrage des Kollegen Thomas Heilmann mitteilte, dass er die Gesetzesunterlagen, die Entwürfe am Vortag und damit vor den Abgeordneten der Oppositionsfraktion und vor der Abschlussabstimmung zu dieser Anhörung erhalten hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein hausgemachter Skandal und nichts anderes. Und es geht ja noch weiter. Es geht ja noch weiter. Sie haben die Anhörung ja noch garniert. Sie haben dann gemerkt, oh, das passt von den Mehrheitsverhältnissen nicht. Da wurden seitens der Ampel in Hammelsprungmanier Abgeordnete der Koalition in den Ausschusssaal gebeten. Selbst nicht stimmberechtigte Mitglieder des Klimausschusses haben dann bei einer Abstimmung zur Geschäftsordnung mit abgestimmt. Die Vorsitzende hat das zugelassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eine Farce von dergleichen. Sie geben hier das Parlament der Lächerlichkeit preis. Ich kann da nur zu sagen, wir befinden uns hier im Deutschen Bundestag. Das ist eine mit der Herzkammer der Demokratie. Und hier gelten aus guten Gründen verfassungsrechtliche Grundsätze, wie die Bundestagsmehrheit, wie Sie als Bundesregierung mit Oppositionsabgeordneten umzugehen haben. Dazu gehört im Übrigen die Gewährleistung der Handlungsfreiheit der Oppositionsabgeordneten. Und vielleicht haben Sie es schon mal gehört, im Demokratieprinzip der Wurzeln und der Verfassungsgrundsatz der effektiven Opposition. Und wir erwarten, dass Sie sich in Zukunft daran halten und uns Respekt geben. Und in der Sache kann ich sagen, es ist kein Turbo-Gesetz. Ich möchte mich aufs Raumordnungsgesetz beschränken. Die Anpassungspflicht beispielsweise. Die Anpassungspflicht von Raumordnungsplänen an Bundesraumordnungspläne. Das ist ein systemwidriger Bruch mit der föderalen Struktur des Raumordnungsgesetzes. Und sie schafft auch mehr Rechtsunsicherheiten, insbesondere beim Hochwasserschutz. Zielabweichungsverfahren. Da haben Ihnen die Sachverständigen und insbesondere die kommunale Familie, Herr Daldrup, lachen Sie nicht, Ihr eigener Sachverständiger hat Ihnen das gesagt, haben deutlich gesagt, dass es nicht zu einer Verfahrensbeschleunigung kommen wird. Ganz im Gegenteil. Wir werden mehr Anträge auf Zielabweichung bekommen. Das ist kontraproduktiv. Verheerender ist die Änderung der bisherigen Kaninane-Sollbestimmung. Damit werden Ziele der Raumordnung regelmäßig aufgeweicht. Und sie schwächen damit im Übrigen die Planungsträger. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Bei uns sind die Planungsträger die Verbandsversammlung. Unsere Verbandsversammlung wird Ruhrparlament genannt, weil die Mitglieder dort von den Städten und den Kreisen direkt gewählt werden. Und diese Zielgrundsätze, diese Rahmenbedingungen, die Sie festsetzen, die werden dann von Zielabweichungsverfahren aufgeweicht. Ich kann nur sagen, diese Novelle, sie reiht sich ein in eine kommunal- und regionalunfreundlichkeit dieser Bundesregierung, die ihresgleichen sucht. Das sieht man beim Wohngeld. Das sieht man bei dieser Flüchtlingskrise. Und wir sehen es jetzt beim Raumordnungsgesetz. Ich könnte noch überdringend notwendige Reformen der Rohstoffsicherung oder auch der Verankerung der digitalen Infrastruktur sprechen. Aber meine Redezeit ist leider zu Ende. Wir werden diesen Gesetzentwurf ablehnen. Das, was Sie getan haben, dafür sollten Sie sich schämen im Verfahren. Herzlichen Dank. Soweit Michael Breimann. Nochmal Raumordnung bedeutet die Aufteilung des uns zur Verfügung stehenden Raumes Das sind wichtige Funktionen in den Bau von Straßen, von Schienen, von Windkraftanlagen, von Solarparks, aber auch natürlich naturbelassene Regionen, die erhalten bleiben sollen. Christina Johannes Schröder von den Bündnisgrünen ist die nächste Rednerin. Sie spricht für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gästinnen und Gäste. Der EU-Ministerrat hat uns ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk Ende Dezember gemacht. Wir überführen dieses im Rahmen der Raumordnungsnovelle ein deutsches Recht. Und wenn Sie den Entwurf der Anhörung zur Raumordnungsgesetznovelle schauen, dann war das von vornherein auch so geplant. Da stand schon ein Teil des WINGEG drin. Wir haben aber wirklich ein Geschenk bekommen. Denn die EU, der Ministerrat, lässt uns den Turbo zünden. Denn die Regelungen sind etwas umfassender als erwartet. Neben der Notfallverordnung ermöglicht, dass Wind an Land, Wind an See, Offshore-Anbindung, Stromnetzen, Photovoltaik und Speicher wesentlich schneller geplant und auch gebaut werden können. Und die EU-Notfallverordnung, sie bedeutet Unabhängigkeit von Kriegstreibern und autokratischen Regimen. Und deswegen berät die EU schon seit Beginn des Kriegs darüber, wie wir endlich wieder die erneuerbaren Energien aufs Gleis setzen. Die EU-Notfallverordnung ist auch ein gutes Zeichen an die Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Eltern, Großeltern, WissenschaftlerInnen, ArchitektInnen, all die Menschen, die heute mit Fridays for Future streiken. Und dazu gehört auch die Gewerkschaft Ver.di und die Gesundheitsberufe. Solidarische Grüße. Die EU-Notfallverordnung ist ein sehr gutes Zeichen für die Wirtschaft. Denn dort, wo genug billiger Strom aus erneuerbaren Energien entsteht oder sein wird, hat die Wirtschaft einen riesengroßen Standortvorteil. Und auch übrigens die Menschen. Ich komme aus Niedersachsen. Wir hatten die günstigsten Strompreise in diesem Winter. Und die Notfallverordnung findet im Rahmen dieser Ordnungsnovelle statt. Und ist damit ein Teil eines übergeordneten Projektes der Ampel, die Planungsbeschleunigung. Und Planungsbeschleunigung bedeutet, dass viele kleine und große Zahnräder ineinander greifen müssen. Wir haben immer wieder von dem LNG-Terminal gesprochen. Und das ist natürlich ein Leuchtturm, ein leuchtendes Beispiel. Aber in Wirklichkeit stehen Hunderttausende von Bau- und Infrastrukturprojekten, kleinen und großen, an. Und deswegen ist es wichtig, Plan- und Genehmigungsverfahren in der Gänze zu betrachten. Warum hat das LNG-Terminal so gut funktioniert? Aber warum hat auch zum Beispiel die Tesla-Fabrik in Grünheide so gut funktioniert? Es war ein exzellentes Projektmanagement. Und es zeigt, wir brauchen gut vollziehbare Gesetze. Wir brauchen aber auch eine Zusammenarbeit des politischen Mehrebenensystems. Und wir brauchen Menschen, die Planung als Prozess begreifen. Das können wir nicht hinkriegen mit besseren Gesetzen. Das kriegen wir nur hin mit einer besseren Personalausstattung unserer Kommunen. Planungsbeschleunigung. Robert Habeck hat die Energiewende letztes Jahr wieder auf Gleis gesetzt. Zusammen mit vielen Ministerinnen und Minister, darunter auch Ministerin Geiwitz. Denn wesentliche Änderungen von Wind an Land finden sich beispielsweise auf dem Baugesetzbuch. Minister Buschmann konnte natürlich mit uns als Gesetzgeber in der letzten Sitzungswoche die Verwaltungsgerichtsreform abschließen. Aber wer ganz, ganz, ganz viel für Planungsbeschleunigung getan hat, das ist Ministerin Steffi Lembke. Und das kommt in diesem Parlament immer ein bisschen zu kurz. Mit der Raumordnungsgesetznovelle aus dem Hause Geiwitz zünden wir den Turbo. Das hat meine Kollegin Franziska Maschek richtig gut gesagt. Und die Ministerin hat gesagt, das ist die Mutter aller Planung. Und das finde ich eine schöne Narrative für die Raumordnung. Wir regeln dort vieles. Nämlich verändern wir die Raumordnung. Sehr höflich, die Herren heute, sind wir gewohnt. Wir verändern die Raumordnung und machen eine Raumverträglichkeitsprüfung. Und eben natürlich soll es mehr Prüfungen geben. Denn das stärkt den Planerhalt. Es ist nämlich genau andersrum. Es ist aufwendig, ständig neue Raumordnungsverfahren durchzuführen. Wir sorgen dafür, dass die Bedeutung der Freiraumflächen gestärkt wird. Moorflächen, Gewässerentwicklung. Wir sorgen dafür, dass Brachflächen vorher betrachtet werden müssen, vor neuer Flächen in Anspruch, Norme. Wir erleichtern eben die Abweichung von Zielfestlegung durch das neue Verfahren. Wir weisen Flächen aus zum Moorschutz, zum natürlichen Klimaschutz. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir das 30 Hektar Ziel pro Tag als Ampel weiter stärker betrachten. Das finden Sie in dem passenden Entschließungsantrag. Und ich glaube, diese Raumordnungsnovelle zeigt, dass wir einerseits sehr viele unterschiedliche Interessen, die es nun mal in Deutschland als dicht besiedelten Land gibt, abwägen können. Die Raumordnungsnovelle zeigt auch, dass wir beschleunigen können Verfahren. Die Novelle zeigt auch, dass wir wieder den Turbo bei den erneuerbaren Energien zünden, die eben in der Merkel-Ära verdammt doll eingeschlafen waren. Und diese Raumordnungsnovelle zeigt, dass wir das Ganze auch so hinkriegen, dass Natur- und Artenschutz nicht geschröpft wird. Denn auch darauf haben wir uns, das lesen Sie im Entschließungsantrag, verständigt, in Zukunft soll es auch eben Beschleunigung für Gebiete für den Naturschutz geben. Wer schon mal einen Moorverwässer wieder vernässen wollte, sieht, das dauert auch ganz schön zwei Jahre. Auch für den Naturschutz zünden wir den Turbo. Vielen Dank. Ja, während, noch mal ein Nachtrag zum Beginn unserer Übertragung, während der Ehrung des Phantom-Abgeordneten Jakob-Maria Mierscheid zum 90. Geburtstag ist untergegangen, dass es tatsächlich einen wirklichen Geburtstag gibt, einen realen, nämlich den von Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident von der FDP, zum 71. Das sei nachgetragen. Und Roger Beckham von der AfD ist der nächste Redner. Liebe Grünen, stellen Sie sich vor, Sie leben auf dem Land und haben ein Häuschen. Im Grünen. Nehmen wir zudem an, dass vielleicht bald Windkraftanlagen in Ihrer Nachbarschaft gebaut werden sollen. Sie und Ihre Nachbarn möchten aber keine Verschandelung der Landschaft und kein ständiges Brummen und nicht jede Sekunde einen Schattenbalken, der sich jede Sekunde durch Ihre Schlafzimmer bewegt. Sie denken auch an die heimischen Vögel, die durch die Anlagen geschreddert werden. Ihre Mine wird düster und Sie haben Angst vor dem, was kommen mag. Aber dann, dann erinnern Sie sich daran, dass wir in Deutschland liegen und es Gesetze gibt. Gesetze, die alle Belange der Betroffenen berücksichtigen, gerade auch die der unmittelbar Betroffenen und der Natur. Gesetze also, die auf Sachverstand und Rücksichtnahme gründen. Gesetze, die vom Parlament beschlossen und zuvor gründlich bearbeitet und diskutiert werden. Denken Sie das? Falsch gedacht. Bei dem hier vorliegenden Gesetzentwurf ist das ganz sicher nicht so. Er enthält Dutzende Seiten, die gerade keiner gründlich bearbeitet und diskutiert hat, jedenfalls nicht in diesem Parlament. Die linksgrüne Mehrheit im Deutschen Bundestag, dazu zähle ich mittlerweile auch die FDP, hat den Gesetzentwurf in der vorliegenden Fassung vielmehr in wenigen Stunden geradezu durchgeprügelt. Die Begründung für diese völlig unübliche und unangebrachte Eile lautet, das sagten Sie ja selber, es liege ein Notfall vor und in der Tat Atomausstieg, Kohleausstieg und alles nicht zu Ende gedacht. Nun sollen Windenergieanlagen, Windkraftmonster, ganz schnell die Rettung bringen. Und das ist anscheinend eine Sache von Stunden und Tagen. Entsprechend war das ganze Verfahren um diesen Gesetzentwurf eine einzige Posse. Die letzte Anhörung haben Sie hier durchgepeitscht, ohne dass es möglich war, sich wirklich inhaltlich und fachlich angemessen mit dem Gesetzentwurf zu befassen. Die Abgeordneten von SPD und Grünen hatten währenddessen ohnehin eher Freude an ihren Mobiltelefonen als an den Aussagen der Sachverständigen. Es hat sie offenbar alles nicht wirklich interessiert. Oder wissen Sie hier jetzt, auch ohne den Sachverstand der Experten, worum es wirklich geht? Ich vermute nicht, gerade Sie, Frau Schröder. Zur hellen Freude des ganzen Ausschusses und Parlaments, gerade Sie, Frau Schröder, sind sehr mutig in der Sache. Aber Sie können es ja mal erklären bei Gelegenheit. Ich freue mich sehr darauf. Übrigens, die kommunalen Spitzenverbände haben zu der ganzen Sache Folgendes gesagt. Ich zitiere. Wir möchten darauf hinweisen, dass eine umfängliche Befassung unter Einbeziehung der Mitgliedschaft aufgrund der Kurzfristigkeit nicht möglich war. Eine Einladung zur Anhörung am Tag der Anhörung halten wir der Sache nach nicht für angemessen. Zitat Ende. Ich sage es etwas weniger höflich. Ahnungslos und rücksichtslos war das Ganze. Und frei nach unserem Otto von Bismarck. Sie sollten besser nicht dabei sein, wenn Würste oder Gesetze gemacht werden. Ansonsten wird Ihnen schlecht. Soweit Roger Beckham, nächster Redner von der FDP, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Lukas Köhler. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich kündige es hier schon einmal an. Das ist der letzte Redner in der laufenden Debatte für die Phoenix-Übertragung. Wir werden gegen 9.30 Uhr in den Bundesrat schalten. Dort wird der ukrainische Botschafter erwartet. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Präsidentin, die Geschwindigkeit, mit der wir in diesem Land Dinge ausbauen, die Geschwindigkeit, mit der wir Netze ausbauen, die Geschwindigkeit, mit der wir dafür sorgen, dass Speicher integriert werden, die Geschwindigkeit, mit der wir Infrastruktur beschleunigen. Das ist es, was wir in diesem Bundestag diskutieren müssen. Das ist es, was die Regierung vorlegt. Und das ist es, glaube ich, auch, was Gegenstand unserer politischen Beratung und unserer politischen Debatte sein sollte. Denn wir sind langsam. Und das muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind in diesem Land noch viel zu langsam, wenn es darum geht, wie schnell wir Netze ausbauen, wie schnell wir Trassen bauen. Und das hat Konsequenzen. Das hat zum einen Konsequenzen darüber, dass Strom teuer wird. Das hat auch Konsequenzen darüber, dass wir Probleme haben mit der Integration neuer PV-Anlagen oder zum Beispiel einer Wärmepumpe oder auch eine Diskussion darüber führen müssen, wie es eigentlich mit der E-Mobilität weitergeht. Und wenn wir in diesem Land nicht wirklich signifikant schneller werden bei der Planung, bei der Genehmigung, beim Bau unserer Infrastruktur, dann werden wir alle diese Probleme nicht in den Griff kriegen. Und deswegen ist es völlig richtig, dass wir diese Notfallverordnung vorlegen, dass diese Notfallverordnung heute verabschiedet wird. Warum? Weil sie signifikant und substanzielle Planungsbeschleunigung insbesondere beim Netzausbau hinkriegt. Und das ist eine verdammt gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht für dieses Land, dass es schneller geht, Stromnetze auszubauen, weil das dafür sorgen wird, dass Dinge günstiger werden. Die zweite gute Nachricht, die bei dieser Notfallverordnung entsteht, ist, dass wir auch noch das Ganze sehr viel günstiger machen. Dadurch, dass jetzt deutlich weniger Umweltverträglichkeitsprüfungen gemacht werden müssen, dass sozusagen für ein Gebiet nur noch einmal geguckt wird, wie geht es damit dem Naturschutz mit der Umweltverträglichkeit um, und nicht mehr für jede einzelne Anlage, fallen eine Menge Kosten für Gutachterinnen und Gutachter weg, eine Menge Kosten für weitere Verfahrensfragen. Und natürlich wird auch die Zeit sehr viel schneller. Und das bedeutet, wir haben am Ende viel weniger Kosten. Und trotzdem lassen wir hiermit den Naturschutz nicht außer Acht, weil wir das Geld nehmen, das dabei entsteht, und pauschal den Betreibern auf ein Artenschutzkonto einzahlen, sodass das Geld zielgerichtet für den Naturschutz ausgegeben wird. Das ist eine gute Nachricht, weil das immer noch weniger ist, als das, was vorher gewesen wäre. Das heißt, wir werden schneller und wir werden günstiger. Ich glaube, das ist eine verdammt gute Nachricht für Deutschland. Und deswegen ist es richtig, ist es gut, dass wir die Notfallverordnung haben. Und es ist genauso, die Beschleunigung in der Planung, die Beschleunigung in der Genehmigung auch zu verlängern. Dafür müssen wir mit der, wir haben es schon gehört, wir müssen mit der EU darüber reden, diese Notfallverordnung erstmal zu verlängern und dann die signifikanten Fortschritte, die wir hier erzielen, auch umzusetzen. Und ich glaube, es ist völlig richtig, dass wir das jetzt angehen. Das ist im Entschließungsantrag, der dem beiliegt. Das ist noch ein zweiter Punkt im Entschließungsantrag. Wenn wir über Energie und Energieinfrastruktur sprechen, dann müssen wir immer auch darüber sprechen, wie wir das Gesamtsystem anschauen. Und die E-Fuels zu 100 Prozent getankt werden können. Das ist für den Klimaschutz eine verdammt gute Nachricht. Und das ist etwas, das wir meiner Meinung nach ganz dringend brauchen. Weil nicht nur bringt das erst was, wenn wir jetzt die E-Fuels über einen Markthochlauf in den Markt bringen, sondern mit dieser DIN-Norm, die wir jetzt erlauben, übrigens sind wir eines der wenigen Länder in Europa, die das noch nicht erlaubt haben, was völlig absurd ist, sorgen wir auch direkt für signifikanten Klimaschutz, weil wir ganz andere Kraftstoffe, zum Beispiel aus Frittenöl, aus alten Frittenöl, Kraftstoffe nutzen können, die dann natürlich beim Zweierfußabdruck sehr viel besser sind. Und das ist eine verdammt gute Nachricht. Das heißt, dieses gesamte Paket, zusätzlich zu dem Raumordnungsgesetz, hat viele, viele gute Nachrichten. Und das ist toll. Ich glaube, das ist genau das Richtige, weil das ist das, worauf wir uns aktuell in der Debatte konzentrieren müssen. Wir brauchen einen schnellen Ausbau. Wir brauchen alle verfügbaren Kapazitäten. Wir müssen dafür sorgen, dass wir eine Geschwindigkeit hinbekommen, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Und das sind... Ich habe es angekündigt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir verlassen jetzt den Bundestag in unserem analogen klassischen TV-Programm. Sie können allerdings meine Kommentierung weiter verfolgen auf unserem Livestream bei phoenix.de und YouTube. Mit unserem Fernsehprogramm gehen wir jetzt in den Bundesrat zu Jeanette Clark. Dort steht der Besuch des ukrainischen Botschafters Oleksii Makeev an. Und eine Art Festakt der Länderkammer aus diesem Anlass. Und ich gebe ab an Jeanette Clark. Dass es schneller gehen wird in diesem Land, dass wir Infrastruktur besser ausbauen, dass wir aber auch für die anderen Energieträger kämpfen, wie zum Beispiel die E-Fuels. Deswegen ist das eine verdammt gute Nachricht und ein verdammt gutes Gesetz. Vielen herzlichen Dank. Ja, so weit. Lukas Köhler von der FDP, jetzt Susanne Henning-Welsow von den Linken, bis zum letzten Jahr Parteivorsitzende der Linken und jetzt Bundestagsabgeordnete. Ja, so schnell geht das mit dem Wachsen nicht, glaube ich. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist ja schon angesprochen worden, aber ich möchte der Ampelkoalition nicht ersparen, auch noch etwas dazu zu sagen, weil es nämlich um Grundsätzliches geht. SPD, Grüne und FDP sind angetreten, das Parlament als Ort der Debatte und der Gesetzgebung zu stärken. Sie wollten auch etwas an der Qualität der Gesetzgebung verbessern. Aber so, wie das hier beim Raumordnungsgesetz gelaufen ist, geht es, glaube ich, nicht so wirklich. Denn das ist kein Umgang mit dem Parlament, das ist kein Umgang mit Minderheitenrechten. Damit macht man keine guten Gesetze. Und schnell ist halt auch nicht immer gut. Ich darf daran erinnern, dass es bereits wegen der sehr kurzen Stellungnahmefrist zum Referentenentwurf sehr berechtigte Klagen von Verbänden gab, die darauf hingewiesen haben, dass eine gewisse Beschäftigung mit dem Gesetzentwurf auf diese Weise dazu unmöglich ist, besser gesagt unmöglich gemacht wird. Also, es ist grundsätzlich nicht akzeptabel, wenn Sie hier auf Verfahren setzen, die der Legitimation gerade nicht dienen, sondern stattdessen die Akzeptanz des Rechts schwächen. Ich sage das als Abgeordnete. Ich sage das aber auch als Vertreterin der Bevölkerung, die sich darauf verlassen können muss, dass wir genug Zeit für die Gesetzgebung haben, für die Aussprache, für Korrekturen, für Anhörungen und ja auch gerade, um Fehler zu vermeiden. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist ja richtig, dass wir rasch, aber nicht überhastig Entscheidungen brauchen, um Planungs- und Genehmigungsverfahren für den Ausbau von Infrastruktur und erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Dass wir das im Grundsatz begrüßen, haben wir hier im Parlament schon bestätigt. Aber bereits bestehende Regelungen dürfen dabei nicht nur als bürokratische Hürden angesehen werden. So ist die Digitalisierung der Verfahren zwar sinnvoll, etablierte, analoge Beteiligungsformen dürfen deshalb aber nicht automatisch abgeschnitten werden. Denn sonst weiß ja die berühmte 82-Jährige aus Rügen nicht mehr, wie sie sich beteiligen soll. Erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Beckkamp von der AfD? Andererseits nehmen wir es auch ab, den Ermessungsspielraum von Behörden einzuschränken. Was Sie hier bei Abweichung von Raumordnungszielen vorhaben, wird die Zahl der Zielabweichungsverfahren vermutlich steigen lassen und steht im Widerspruch zu deren Ausnahmekarakter. Außerdem sollten gesetzliche Neuregelungen nicht einer Beeinträchtigung von Umwelt und Natur Vorschub leisten. Es gibt wichtige Ziele beim Ausbau erneuerbarer Energien, die zu erreichen für uns alle notwendig ist. Aber das geht doch am besten, aus unserer Sicht bereits geltendes Recht ordnungsgemäß und zügig anzuwenden und die Vollzugsbehörden entsprechend in die Lage zu versetzen, die Vorschriften sachgemäß anzuwenden. Mehr Beschleunigung und Rechtssicherheit kann man ermöglichen durch Standardisierung, Konkretisierung, Harmonisierung im Naturschutz, Umwelt- und Verfahrensrecht. Und wir wenden uns klar dagegen, wenn Vereinfachungen im Genehmigungsverfahren dazu führen können, die Akzeptanz in der Bevölkerung zu verringern. Die Einbindung der Kommunen bei der Erarbeitung bzw. Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sollte daher auch zukünftig gewährleistet sein. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, schon in der Anhörung zum Raumordnungsgesetz ist es deutlich geworden, dass nicht alle von Ihnen geplanten Änderungen geeignet sind, die in Rede stehenden Verfahren auch wirklich zu beschleunigen. Sie haben uns bei der Beschleunigung an Ihrer Seite. Deswegen haben wir einen Entschließungsantrag eingebracht, in dem unsere Vorschläge noch einmal zu erkennen sind. Vielen Dank. Soweit Susanne Henning-Welsow von der Fraktion Die Linke. Wir sind immer noch im Tagesordnungspunkt zur Änderung des Raumordnungsgesetzes. Nächste. Frau Henning-Welsow, Sie hatten gerade klar... Gibt es eine Intervention? ... an dem Ablauf des Verfahrens der Gesetzgebung, völlig zu Recht. Das sehen wir auch so. Sie haben sich aber gleichzeitig ganz klar an die Seite der Koalition gestellt. Das alles schnell und umfassend ausgebaut werden soll. Insofern vermisse ich ehrlich gesagt eine kritische Auseinandersetzung damit, dass ja auch das Thema Fläche ein besonderes Problem beinhaltet, nämlich dass wir auch über Wohnbauflächen sprechen, die wir dringend brauchen, und dass wir jetzt aber ganz viele Flächen auch für Windkraft, Energie brauchen und wir gleichzeitig aber auch ein 30-Hektar-Ziel verfolgen, was ja hier auch irgendwann mal eingehalten werden soll. Diese kritische Würdigung vermisse ich stets und ständig, gerade auch bei Ihnen. Und ich vermisse ehrlich gesagt auch, dass Sie mal aktuelle Entwicklungen aufgreifen, dass nämlich Frau Greta Thunberg gerade massiv gegen Windkraft protestiert. Also, Frau Henning-Welsow, how dare you, dass Sie sowas hier einfach kritiklos hinnehmen? So, das war eine kurze Innovation von Roger Beckham. Der hat ja vorhin schon gesprochen, ob man der AfD im Ausschuss für Wohnen statt Entwicklung, Bauwesen und Kommunen wird nicht darauf geantwortet. Und das heißt, nächste Rednerin, Nina Scheer von der SPD-Sprecherin für Klimaschutz und Energie. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat, meine Kollegin Franziska Maschek hat es schon ausgeführt, wir sind in einer Notsituation, in einer Krise, die bedingt durch den Krieg, aber auch durch die Klimakrise uns in eine doppelte Notwendigkeitslage manövriert, so schnell wie möglich den Umstieg auf erneuerbare Energien zu organisieren. Hierzu ist im letzten Jahr schon eine Menge auf den Weg gebracht worden mit dem Osterpaket, mit dem erneuerbaren Energienbooster im Energiesicherungsgesetz der dritten Fassung letztes Jahr, als auch in vielen weiteren Regelungen. Und wir haben auch dieses Jahr noch eine ganze Menge vor uns auch. Das Strommarktdesign ist mit einer Plattform, die den Auftakt am 20. Februar hatte, angegangen, dass wir ein neues dafür finden, dass eben tatsächlich der Umstieg auf erneuerbare Energien organisiert werden muss, nicht nur der Ausbau, obwohl auch der Ausbau eben große Hürden immer noch vor sich sieht. Und deswegen ist es dringend notwendig, und das hat eben nun auch die Europäische Union in Form der Notfallverordnung verabschiedet und ist jetzt in Teilen von uns noch parlamentarisch umzusetzen, teilweise gilt es direkt, dass wir eben diese Beschleunigungsfaktoren, die wir brauchen, diesen Abbau von Genehmigungshemmnissen, die sich aufgestaut haben, dass wir das nun wirklich angehen und im Detail diese vielen Genehmigungskrücken, die sich aufgebaut haben, diese überwinden. Erstmal für eine Übergangszeit, für eine gewisse Zeit von 18 Monaten, in der wirklich schnell ein Booster geschehen muss. Und wir haben uns mit dem Entschließungsantrag natürlich auch vorgenommen, genau zu prüfen, welche Wirkungen hat das in alle Richtungen, um dann daraus auch Lehren zu ziehen, wie es weitergehen muss. Wir haben insofern mit der Umsetzung, die wir jetzt heute beschließen, gerade was die Genehmigungsverfahren angeht, eine Effizienz vorzunehmen, und zwar, dass die Genehmigungsverfahren zum Beispiel bei den Fristen beschleunigt vorgenommen werden. Im Detail geht es eben dabei, dass es zum Beispiel nach sechs Monaten abgeschlossen sein muss und es in der Praxis zum Beispiel häufig dazu geführt hat, dass ein Nachfordern von Unterlagen und die Frage, wann beginnt denn eigentlich die Frist zu laufen, zur Retation geführt hat. Nun ist es klar, dass die Unterlagen, selbst wenn sie unvollständig sind, nur innerhalb von einem Monat nachgefordert werden können von der Behörde. Wenn aber die Unterlagen, wenn diese Nachforderung nicht kommt innerhalb von einem Monat, dann beginnt auch mit unvollständiger Einreichung schon die Frist von sechs Monaten zu laufen, und nach sechs Monaten ist dann auch Schluss. Das ist eine erhebliche Veränderung bezüglich des vorigen Status quo, weil es eben bedeutet, dass auch Verlässlichkeit bezüglich der Antragsteller existiert, dass sie wissen, sie haben genau diesen Pfad vor sich, und auch alle Beteiligten wissen, was sie erwarten. Es ist auch die Frage, das ist jetzt gerade ja kritisiert worden von Frau Henning-Welsow, die Frage des intendierten Ermessens. In der Tat ist es schon wichtig, dass man auch bei den behördlichen Entscheidungswegen einfach noch mehr Effizienz reinbekommt, weil niemandem damit geholfen ist, auch den Behörden selber nicht, wenn Unklarheit existiert, wie Normen auszulegen sind. Und wenn eben wirklich nur unwesentliche Abweichungen existieren, dann kann es nicht verhältnismäßig sein, wenn diese unwesentlichen Abweichungen von den Vorgaben, wenn die dazu führen, dass eben einfach nicht genehmigt werden kann. Deswegen ist aus der Kann-Regelung jetzt in Form dieses intendierten Ermessens eine Sollregelung geworden, sodass dann genehmigt werden soll. Zudem ist eine große Veränderung, auf die ich eingehen möchte, dass eben die Änderungen, die wir schon im Wind-an-Land-Gesetz, im Osterpaket für Windenergieanlagen geschaffen haben, dass die jetzt auch für Photovoltaik geschaffen wird, dass eben keine Ausschlusswirkungen mehr gegeben wird, wenn Vorranggebiete ausgewiesen werden. Denn das kann nicht sein, dass wenn Vorrangigkeit definiert wird, dass das zugleich bedeutet, dass an anderer Stelle dann nicht mehr gebaut werden kann. Viele weitere Dinge sind beschlossen, werden heute beschlossen. Ich bitte um breite Zustimmung. Auf die vielen weiteren Details kann ich leider aufgrund der Zeit nicht weiter eingehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Ganze ist allerdings auch sehr kompliziert. Denn es geht ja darum, nicht nur um zukünftige Energieversorgung, sondern auch um Landschaftsschutz und andere Bedürfnisse der Bevölkerung. Nächster Redner ist Andreas Jung von der CDU-CSU-Fraktion. Es reicht nicht, um breite Zustimmung zu bitten. Man müsste schon auch dafür werben. Sie haben aber genau das Gegenteil gemacht in den letzten Tagen und Stunden. Deshalb sagen wir der Ampel in aller Klarheit, so kann man mit dem Deutschen Bundestag nicht umgehen. Ihr Vorgehen bei den Go-To-Areas ist ein absoluter No-Go, ein No-Go, inakzeptabel. Sie wollen Vorreiter sein bei der Energiewende, Herr Minister Habeck, die real existierende Ampel, so wie wir sie auch in dieser Woche erleben, ist aber das exakte Gegenteil. Sie taugen nur noch als schlechtes Vorbild. Jede Behörde, die mit einem Planungsverfahren betraut ist und so vorgehen würde, wie die Ampel in dieser Woche, würde krachend vor dem Gericht scheitern. Das ist das Signal, das wir aussenken, in einer Situation, wo doch breite Akzeptanz gefragt wäre, wo wir mit konstruktivem Geist rangehen. Um auch das in aller Klarheit zu sagen, wir brauchen Planungsbeschleunigung, wir fordern Planungsbeschleunigung. Wir haben aus der Opposition heraus, um es an einem Beispiel deutlich zu machen, gefordert, dass auch der Netzausbau Gegenstand eines überragenden öffentlichen Interesses wird. Das haben Sie aufgenommen, und dann haben wir diesem Gesetz zugestimmt. Solche Verfahren haben Sie aber verunmöglicht in dieser Woche. Wir haben frühzeitig gefordert, dass Sie eine Vorlage machen zur Umsetzung dieser EU-Notfallverordnung. Wir begrüßen diese europäische Initiative für Planungsbeschleunigung. Wir wollten konstruktiv daran mitarbeiten. Wir haben hier einen Antrag eingebracht. Wir haben gesagt, legen Sie es hier vor. Sie haben das Gegenteil gemacht. Zehn Wochen Ampelzoff. Im Dezember hat der Ministerrat der Europäischen Union entschieden. Im Dezember, am 19. Dezember, zehn Wochen Ampelzoff und dann zehn Stunden, um es durch den Ausschuss zu drücken. Das geht gar nicht. Ich will es noch mal an drei Beispielen konkretisieren. Erstens. Man kann sich über vieles streiten. Aber man kann nicht darüber streiten, dass es hier um Energie- und Klimaschutz geht. Der zuständige Ausschuss für Energie- und Klimaschutz wurde in diesem Verfahren aber völlig ausgebotet. Das Verfahren wurde beim Bauausschuss festgemacht. Und während im Bauausschuss dann unzuständig die Anhörung noch stattfand, während der laufenden Anhörung hat die Ampelmehrheit parallel im Energieausschuss beschlossen, dieses Gesetz wird genau so gemacht. Die Anhörung lief noch. Da gab es übrigens auch Sachverständige, die haben auf dringenden Änderungsbedarf hingewiesen. Das konnte überhaupt nicht berücksichtigt werden. Der zuständige Ausschuss ist ausgebotet werden. Der Koalitionsausschuss, der Ampel, ersetzt nicht die Beratung der fachlich zuständigen Abgeordneten. Und in der Anhörung wurde dann auch noch gegen die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages eklatant verstoßen. Sie selbst haben mit der Ampelmehrheit die Regelungen geändert im Dezember und haben gesagt, wir müssen vor Ort tagen. Aber in begründeten Ausnahmefällen kann man sich digital zuschalten. Und die wurden normiert, etwa durch Fälle von Krankheit oder bei Verkehrsverhinderung. Also höhere Gewalt. In diesem Fall lag es aber an dem von der Ampel selbstverschuldeten Zeitdruck. Es wäre also nur dann regelkonform, wenn Sie die Ampel als einen Fall höherer Gewalt ansehen. Soweit gehen aber nicht mal wir. Da liegt vieles im Argen. Soweit gehen wir nicht. Und deshalb wurde gegen die Geschäftsordnung des Bundestages verstoßen. Das ist nicht hinnehmbar. Und es ist, ich will es so deutlich sagen, nicht nur nicht hinnehmbar. Sie erschweren dabei nicht nur Opposition. Sie verunmöglichen breitere Mehrheiten. Die werden doch aber gerade notwendig. Es geht doch jetzt hier darum, erneuerbare Energien zu beschleunigen und den Ausgleich zu suchen mit Umweltbelangen und mit dem Artenschutz. Und es sind sensible Fragen. Und diese sensiblen Fragen, die bedürfen einer Entscheidung. Auch vor der Entscheidung bedürfen sie breiter Beratung. Sie bedürfen legitimer Verfahren. Die sind die Voraussetzung für Akzeptanz. Und eine breite Mehrheit im Deutschen Bundestag wäre auch die Voraussetzung gewesen für breite Akzeptanz vor Ort bei der Umsetzung. Wir wären dazu bereit gewesen. Wir haben den konstruktiven Geist signalisiert. Diesem konstruktiven Geist haben Sie einen von den Latz geknallt. Das darf sich nicht wiederholen. Wir kritisieren das in aller Schärfe. Soweit Andreas Jung von der CDU-CSU-Fraktion. Er ist Sprecher für Klimaschutz und Energie. Und Katrin Ulig ist im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Und sie kommt von Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Die EU-Notfallverordnung macht einmal mehr deutlich, dass der schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien europaweit entscheidend für unsere Wirtschaft, unseren Standortsvorteil und unseren Wohlstand ist. Und Herr Jung, trotz des Zwischenrufes gerade, habe ich sehr wohl wahrgenommen, dass Sie das eben auch ähnlich formuliert haben. Heute machen wir einen weiteren Schritt für die Energiewende. Mit der Umsetzung der EU-Notfallverordnung in nationales Recht verkürzen wir Genehmigungsverfahren. Es werden befristet Regelungen geschaffen, wie unter bestimmten Bedingungen bei Wind- und PV-Anlagen sowie beim Netzausbau zum Beispiel eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Genehmigungsverfahren verzichtet werden kann. Bei der Vereinfachung von Verfahren darf der Blick jedoch nicht nur in Richtung Umwelt- und Naturschutz gehen. Denn es gibt viele andere Stellen, an denen wir Entscheidungen einfacher und klarer und Verfahren verkürzen können. Deshalb ist es richtig, dass Minister Habeck entsprechende Pakete zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren noch in diesem Jahr für die Erneuerbaren angekündigt hat. Durch einfachere Genehmigungsverfahren, sowohl beim Ausbau der erneuerbaren Energien, aber auch beim dringend notwendigen Netzausbau, schaffen wir heute die Möglichkeit, auch kurzfristig Projekte zu beschleunigen. Klar ist aber auch, wir können von Berlin aus nur den richtigen Rahmen schaffen. Umgesetzt werden müssen die Projekte in den Ländern und Kommunen, und die können davon vor Ort auch richtig profitieren. Erlauben Sie eine Zwischenfrage vom Kollegen Gebhard von der CDU CSUNA? Nein. Vom Solarförderprogramm in der Großstadt bis zum Bürgerwindprojekt im ländlichen Raum auf die Umsetzung und den politischen Willen vor Ort kommt es an. Der schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien kann nur gelingen, wenn sich alle auf allen Ebenen beteiligen und dafür einsetzen. Und damit meine ich mehr als nur Bierzeltreden zu schwingen, wie es manche gerne tun. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Münzenmaier von der AfD-Fraktion? Nein. Der Umbau unserer Stromversorgung ist nicht nur wichtig für den Klimaschutz, sondern macht uns auch unabhängig von fossilen Importen und stärkt unsere Souveränität. Dass dieser Umbau uns schneller vorangehen muss, gerade in der aktuellen Situation, hat auch die Europäische Union erkannt und durch die EU-Notfallverordnung einen Rahmen geschaffen, um kurzfristig den Ausbau der erneuerbaren Energien in Europa zu beschleunigen. Denn eine andere, eine klimafreundliche, eine unabhängige Energieversorgung ist ein entscheidender Standortfaktor. Durch klare Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien setzen wir nicht nur als Deutschland, sondern auch als Europäische Union ein klares Signal für einen klimafreundlichen Wirtschaftsstandort und für einen starken Binnenmarkt der Zukunft. Durch grünen Sturm und perspektivisch grünen Wasserstoff stärken und gestalten wir den Wirtschafts- und Industriestandort, schaffen neue Märkte, reizen Investitionen und Innovationen an. Die Energiewende ist nicht nur entscheidend für den Klimaschutz und den Wirtschaftsstandort, sie macht auch unsere Energieversorgung vielfältiger, demokratischer und resilienter. Denn anstatt uns ausschließlich abhängig zu machen von großen Unternehmen, stärken wir durch mehr Wettbewerb einen Markt, in dem sich von Bürgerinnenprojekt bis zum Stadtwerk, von Privatpersonen bis zum großen Unternehmen alle beteiligen können. Damit das alles aber auch langfristig gelingen kann, brauchen wir neben schnelleren Planungs- und Genehmigungsverfahren vor allem weitere Fachkräfte für die Verwaltungen und für die Projekte. Planerinnen und Planer, Ingenieurinnen und Ingenieure, Handwerkerinnen und Handwerker, sie sind die eigentlichen Macherinnen und Macher der Energiewende. Deshalb ist es entscheidend, dass wir die Aus- und Weiterbildung zukunftsfähig und attraktiv gestalten und fördern und Menschen für diese Berufe gewinnen. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir mit dem schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien das Klima schützen, dann schaffen wir auch eine resiliente Energieversorgung und stärken den deutschen und europäischen Wirtschaftsstandort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es kommt auf jeden von uns an, hier im Parlament, aber auch vor Ort. Mit der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren machen wir heute einen weiteren nächsten Schritt. Lassen Sie uns alle diesen Weg weitergehen, damit wir den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen und Deutschland und Europa weiter stärken. Herzlichen Dank. Für eine kurze Intervention erteile ich das Wort Herrn, den Abgeordneten Gebhardt. Thomas Gebhardt von der CDU-CSU-Fraktion, Mitglied im Ausschuss Klima und Energie mit einer Kurzintervention. Auf die Vorwürfe zum Verfahren ein. Ich habe einen solchen Vorgang wie diese Woche in 13 Jahren Parlamentszugehörigkeit noch nie erlebt. Das Parlament und die Mitwirkungsrechte des Parlaments werden hier mit Füßen getreten. Was ist passiert? Wir haben am Mittwoch um 8.50 Uhr im Ausschuss für Klimaschutz und Energie Gesetzesunterlagen erhalten. Nach zehn Wochen, die Sie Zeit hatten, Sie haben gleich beschlossen, dass innerhalb von wenigen Stunden noch am selben Tag die Anhörung stattfinden soll und dass noch am selben Tag innerhalb von wenigen Stunden die finale Abstimmung darüber erfolgen soll. Die Sachverständigen hatten keine Chance, dieses Gesetz ordentlich zu bewerten. Das Parlament hatte keine Chance, dieses Gesetz zu beraten. Und ich finde, Sie sollten sich schämen für ein solches Verfahren. Und ich halte es auch für einen politischen Fehler. Einen politischen Fehler, nicht die Argumente des Parlaments zu hören und die Argumente noch nicht einmal in die Gesetzgebung einfließen zu lassen. Und der Clou war, dass die finale Abstimmung im Ausschuss für Klimaschutz und Energie stattfand, zu einem Zeitpunkt, als die Anhörung zu demselben Gesetz noch lief. Das ist eine Farce. Und ich frage Sie, wie können Sie als Vertreterin der Grünen ein solches Verfahren rechtfertigen? Ich schließe noch eine Kurzintervention von Herrn Münzenmaier an. Sebastian Münzenmaier von der AfD-Fraktion, Mitglied im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Kollege Gebhardt hat mir jetzt auch etwas vorgegriffen. Ich wollte Sie fragen, werte Kolleginnen. Sie haben viele inhaltliche Aussagen zur Energiewende getätigt. Sie haben da große Visionen. Sie haben davon gesprochen, dass natürlich die Windkraft uns alle retten wird. Dazu kann man geteilter Meinung sein. Aber das ist ja gerade das Lebhafte an Demokratie. Das ist ja gerade der Punkt, dass wir hier im Parlament über diese Inhalte sprechen, diskutieren. Und dass wir dann in einem guten Verfahren hoffentlich zur besten Lösung für unser Land kommen. Und leider, da gebe ich Kollegen Gebhardt völlig recht, leider haben weder Sie noch andere Ampelvertreter in dieser Runde über diese Farce am Mittwoch gesprochen. Wir haben nichts dazu gehört zu eklatanten Verstößen gegen die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags, die Sie ja schon seit mehreren Jahren auch begehen in verschiedenen anderen Verfahren. Wir hören von Ihnen nichts dazu. Und deswegen, Sie haben gesagt, ich zitiere, wir möchten, dass die Energievielfalt demokratischer wird. Meine Frage an Sie wäre, was halten Sie denn davon, dass wir Prozesse im Deutschen Bundestag demokratischer machen und damit beginnen, bevor wir die Energievielfalt demokratischer machen? Wollen Sie antworten? Bitte schön. Nochmal Katrin Uhlig von den Bündnisgründen, die die Zwischenfragen nicht zugelassen hat und jetzt auf die Kurzintervention antwortet. Für Ihre Nachfrage. Wie die Kollegin Scheer eben schon ausgeführt hat, gilt die EU-Notfallverordnung ja für 18 Monate nur. Das heißt, das Verfahren war ohnehin sehr kurzfristig. Wir mussten bestimmte Teile der EU-Notfallverordnung, wie Sie wissen, andere Teile gelten automatisch, aber bestimmte Teile mussten in nationales Recht überführt werden. Das wussten auch alle Beteiligten in diesem Hause. Und da war es notwendig, kurzfristig entsprechende Regelungen zu treffen. Diese haben wir eingebracht in die entsprechenden Ausschüsse. Es handelt sich ja auch um Änderungen im Raumordnungsrecht bzw. im Planungs- und Genehmigungsrecht, weshalb das über den Bauausschuss lief. Und wir haben entsprechend auch eine Anhörung durchgeführt, an der Sie, auch meine ich, beteiligt gewesen sind. Ich habe auf jeden Fall den Kollegen Jung gesehen. Wir haben intensiv im Ausschuss auch über die Inhalte diskutiert. Und ich habe sehr wohl die Äußerungen sowohl von Ihnen als auch von Ihren Kolleginnen und Kollegen und den Sachverständigen in der Diskussion persönlich wahrgenommen, die Kollegin vor mir auch, sodass wir auch die Anmerkungen, die zur Sache im Verfahren gemacht worden sind, durchaus mit abgewägt haben im Prozess. Herzlichen Dank. Ja, soweit die Erwiderung von Katrin Ulich. Es geht jetzt sozusagen zur Sache Beschleunigung, damit eben genügend regenerative Energiequellen in Zukunft zur Verfügung stellen. Nächste Rednerin, Carolin Bachmann von der AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, werte Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte mich der Kritik am Verfahren der Ampelregierung voll und ganz anschließen. Die Bearbeitungsfristen waren realitätsfern und völlig unzumutbar. Die Auseinandersetzung mit der EU-Notfallverordnung innerhalb weniger Stunden ist schlicht nicht leistbar. Und das haben auch die Sachverständigen gesagt. Eine Meinungs- und Willensbildung auf dieser Grundlage ist vollkommen illusionär. Und vor allem haben Sie die Rechte der Opposition mit Füßen getreten. Und das ist unhaltbar. Ich kritisiere den Dirigismus der Ampelregierung aufs Schärfste. Aber dieser Dirigismus findet sich auch in der Novellierung des Raumordnungsgesetzes wieder. Viele der neuen Regeln führen zu einer Verunsicherung und Bevormundung der Länder und Kommunen. Vor allem bei den Zielabweichungsverfahren und den Anpassungspflichten ist das der Fall. Das geänderte Zielabweichungsverfahren beschneidet die Eigenverantwortung der zuständigen Behörden. Durch die Änderungen von Kann- und Sollregeln wird das Tor geöffnet, verbindliche Ziele der Raumordnung regelmäßig zu durchbrechen. Und durch die weitgehende Auflösung des Ausnahmekarakters der Zielabweichung verändert sich die Regelungssystematik grundlegend. Sie machen damit die Ausnahme zum Regelfall. Die Anpassungspflicht der Landes- und Regionalpläne an die Raumordnungspläne des Bundes führen zu neuen Unsicherheiten. Der Bundesraumordnungsplan zum Hochwasserschutz zeigt das. Eine strikte Anpassungspflicht wird daher vielfach in der Realität, und das kennen Sie ja schon, scheitern. Mit dieser Änderung schwächen Sie die etablierte Gegenstromprinzip zugunsten des Bundes. Die Teilräume des Bundes, also Länder, Regionen und Kommunen, werden nun viel stärker durch den Willen der Bundesregierung bestimmt. Viele Regionalplanungsverbände fühlten sich schon während des Gesetzgebungsverfahrens übergangen. Was wird erst passieren, wenn die neue Raumordnung gilt? Beziehen Sie endlich die unteren Ebenen mit ein und hören Sie auf, Ihre föderale Ordnung hier zu untergraben. Ihr Dirigismus wird Deutschland in eine massive Flächeninanspruchnahme durch die Windkraft führen. Sie verhindern damit den bisherigen Anspruch an die Raumentwicklung. Soziale, wirtschaftliche und ökologische Interessen können nicht mehr in Einklang gebracht werden. Mit Ihrer Novelle wischen Sie alles andere beiseite. Der Ausbau der Verkehrsnetze, die Anweisung von Gewerbegebieten und Wohngebieten. Mit der Streichung aber der Umweltverträglichkeitsprüfung und der artenschutzrechtlichen Prüfung für Vögel machen Sie nicht einmal mehr Halt vor der Natur. Sie zerstören mit Ihrer Novelle nachhaltig die Natur und verwandeln die deutsche Kulturlandschaft, unsere Heimat, in eine Industrieruine. Und das mit Beteiligung der Grünen. Das ist der Oberhammer. Aber wir von der AfD haben das ja eh immer schon kommen sehen. Sehr geehrte Damen und Herren, mit der Novellierung der Raumordnung führen Sie Deutschland nicht in eine Energiewende, sondern in eine Sackgasse. Sie opfern Ihre Glaubwürdigkeit im Naturschutz. Sie erziehen die Menschen zu klimareligiösen Fanatikern. Sie führen einen Energiekrieg. Und nun ist der deutsche Raum dran, der durch Sie geopfert wird. Ich sage der Bundesregierung, kommen Sie von Ihrem Feudalismus-Trip zurück. Die Länder sind nicht Ihre Lehn. Und Deutschland ist kein Windpark. Ihr Antrag und Ihr Gesetzesentwurf ist so nicht zustimmungsfähig. Und das haben Ihnen die Sachverständigen in der öffentlichen Anhörung, in der ordentlichen Anhörung und auch jetzt ja gesagt. Ich bitte, das in Zukunft einfach zu berichtigen, was alle anderen hier warnen. Dankeschön. Ja, wir sollten hier, glaube ich, im Bundestag auch auseinanderhalten. Verfahrensfragen musste da so durchgezogen werden aufgrund von EU-Vorgaben? Oder geht es hier auch um inhaltlich strittige Fragen? Nächster Redner, Daniel Fürst von der FDP. Er spricht in seiner Fraktion für Bau- und Wohnungspolitik. Werte Kolleginnen und Kollegen. Also, wenn man hier Wortmeldungen der Opposition zufolgt, sollte man ja meinen, Deutschland hätte kein Problem. Wenn man Ihnen so zuhört beim Reden, das ist völlig egal, aus welchem Keil der Opposition, dann sollte man ja meinen, Sie verstehen nicht, wie Gesetze auf verschiedenen Ebenen ineinander greifen. Wenn man Ihnen zuhört, sollte man ja meinen, Deutschland wäre führend bei der erneuerbaren Energie und führen in der Digitalisierung, das sind wir aber nicht. Und deswegen ist es ja so richtig, was diese Bundesregierung mit den regierungstragenden Fraktionen macht, nämlich, dass wir beschleunigen, indem wir Doppelungen in den einzelnen Prüfverfahren abbauen. Da können Sie jammern, wie Sie wollen. Wenn wir die Doppelungen nicht abbauen, werden wir uns immer gegenseitig blockieren. Und das machen wir. Und wir machen die Bürgerbeteiligung digital. Ja, da wird sich schon wieder darüber lustig gemacht. Finnland hat gestern ein System freigeschaltet, in dem die Prüfung der Bauaufträge digital durchgeführt wird. Da prüft ein Algorithmus, ob der Bauantrag, der digital eingereicht werden musste, richtig ist oder nicht und sagt, hör mal Mensch, ich glaube, da ist ein Fehler drin oder hör mal Mensch, da ist kein Fehler drin. Und Sie machen sich lustig, wenn wir nur mal einen Schritt in diese Richtung gehen. Kein Wunder, dass Deutschland auf der Strecke bleibt mit Politikerinnen und Politikern wie Ihrer Fraktion, mit Ihrer Couleur. Wir müssen verstehen, dass Deutschland vorankommen muss. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, Ich weiß, ich habe manchmal das Problem, dass ich mich durch das inhaltsleere Gerede der AfD immer wieder provozieren lasse. Deswegen kommen wir wieder mal auf das Gesetz zurück. Ach ja, zum Verfahren. Guter Punkt. Vielen Dank für den Hinweis, liebe Union. Weil der Herr Breilmann wieder davon geredet hat, die Überforderung der Kommunen. Das hören wir uns an, seit wir das Wohngeld auf den Weg gebracht haben. Seit wir die größte Reform des Wohngelds seit dem Krieg, das Sie auch jahrelang haben liegen lassen, auf den Weg gebracht haben, hören wir uns an, dass die Kommunen überfordert wären. Wenn Sie sich jetzt das Wohngeld rausnehmen, das Sie ja als Beleg angenommen haben, dann stellen Sie im Bericht des Bauministeriums fest, es funktioniert. Die Kommunen haben geliefert. Wir haben es vereinfacht. Es wird ausgezahlt. Da gab es den Bericht des Bauministeriums. Und plötzlich war die Union so klein und so ruhig. Das, was Sie immer als Überforderung der Kommunen darstellen, ist de facto Ihr Misstrauen gegenüber der Fähigkeit der Kommune. Wir haben ein Vertrauen in die Kommune. Da sind Fachleute. Da sind Experten, die wissen, was sie tun. Und eben genauso ist es auch bei der Raumverträglichkeitsprüfung. Da werden Doppelungen abgebaut. Das ist richtig. Wir haben allerdings tatsächlich noch eine kleinere Aufgabe, die wir an der Stelle lösen müssen. Wir müssen noch festlegen, diese überschlägige Prüfung, in welcher Prüftiefe muss das gemacht werden. Deswegen haben wir die Bundesregierung gebeten, aufgefordert, einen sehr einfachen Katalog festzulegen, ab wann diese Prüftiefe erfüllt ist. Damit es alles schnell und zackig geht. Und auch bei der Zielabweichung, über die hier ja geredet wird, als wäre es der Untergang des Abendlandes. Ich weiß, dass das das beliebte Narrativ der AfD ist. Aber zur Zielabweichung muss man ja mal Folgendes feststellen. Die Zielabweichung ist nur möglich, falls die Abweichung vertretbar ist. Die Zielabweichung ist nur möglich, falls die Grundzüge der Planung nicht behindert werden. Also wer behauptet, dass mit der Zielabweichung, die wir umstellen mussten, weil wir ein EU-Vertragsverletzungsverfahren kassiert haben, das auch jahrelang liegen geblieben ist, wer da behauptet, das führt zu Untergang des Abendlandes, der leugnet, dass dieser Paragraf an Konditionen gebunden ist. Man soll sich anpassen, falls es möglich ist und falls es vertretbar ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es tut mir leid, dass ich meine Redezeit wieder darauf verwenden musste, die ganzen Falschbehauptungen, Übertreibungen richtigzustellen. Es ist ein gutes Gesetz. Es macht einiges schneller, vieles besser. Vielen Dank. Soweit Daniel Vöss, der noch einmal dieses Gesetz der Ampelkoalition verteidigt hat. Und jetzt kommt die zuständige Bundesministerin, Clara Geiwitz, zuständig im Kabinett für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Und sie ist von der SPD und wird jetzt hier in die Debatte eingreifen. Es geht um eine Änderung des Raumordnungsgesetzes. Raumordnungsgesetz ist jetzt 68 Jahre alt und war selten Gegenstand solch hitziger parlamentarischer... Liebe Frau Ministerin, wenn Sie noch das Präsidium grüßen... Frau Präsidentin, es tut mir leid. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Raumordnungsgesetz war selten Gegenstand solch hitziger Debatten, dass wir heute eine hitzige Debatte haben. Das liegt natürlich daran, dass zum einen die EU-Notfallverordnung mit in dieses Raumordnungsgesetz integriert wurde. Diese Notfallverordnung, das signalisiert schon, dass es etwas ist, was nicht lange bearbeitet werden kann. Und ich will mich nicht zu den parlamentarischen Verfahren äußern. Das steht mir nicht zu als Mitglied der Bundesregierung. Aber als Bürger dieses Landes kann ich mich an die letzten Jahre erinnern, wo man sowohl in der Pandemie als auch bei diversen EU-Rettungsschirmen doch durchaus das Problem hatte, um eine Krise- und Geschäftsordnung zu vereinbaren. Das zweite, das Raumordnungsgesetz ist, Sie haben es gesagt, die Mutter aller Planungen. Und wir ändern in der Tat Erhebliches, um schneller zu werden, weil wir nämlich ein Problem haben in Deutschland. Wir haben ein Problem mit einem gigantischen Investitionsstau im Bereich der Schiene, im Bereich der Wasserstraßen, im Bereich der Straßen. Es gibt Investitionsbedarf ohne Ende, natürlich auch für den Umbau unserer Stromversorgung. Und gleichzeitig haben wir uns alle an Planungsverfahren gewöhnt, an Längen von Planungsverfahren, wo diejenigen, die sie beschließen, wissen, das werden sie in ihrem politischen Amt nicht mehr erleben, dass die Strecke eingeweiht wird. Und das macht etwas mit dem Zutrauen zu Politik, aber es ist auch ein absoluter Standortnachteil in Deutschland, dass unsere Planverfahren so lange dauern, wie sie dauern. Und demzufolge ist das, was wir heute besprechen, vor allem auch eine große Unterstützung für Volker Wissing. Volker Wissing hat eines der herausforderndsten Ressorts dieser Bundesregierung zu verantworten, mit einem immensen Investitionsbedarf im Bereich der Schiene. Und gestern gab es ja im Internet einige Scherze darüber, wann der Tag 2030 eingeführt wird. Und uns muss es aufregen, dass das jetzige Planungswerk in Deutschland derartig langsam ist, dass wir es nicht schaffen, die Anforderungen, die eine Transformation an uns stellt, im Bereich der Verkehrsveränderung, der Energieversorgungsveränderung und einer wachsenden, zum Glück wachsenden Bevölkerung, dass wir das mit dem jetzigen Verfahren nicht schaffen. Und etwas zu ändern, das geht natürlich so ein bisschen gegen die Natur des Menschen, aber es ist hoch notwendig, dass wir unsere eingespielten Pfade verlassen, dass wir auch manchen Abwägungsprozess verkürzen und dass wir verstehen, dass wir im Jahr 2023 digital werden müssen, damit wir mit den vorhandenen Kräften im öffentlichen Dienst diese großen Transformationsverfahren überhaupt bewältigen können. Und deswegen freue ich mich über die hohe Aufmerksamkeit dieses Hauses für das Raumordnungsgesetz. Und Herr Jung, Sie haben ja sehr deutliche Worte zum Verfahren gefunden. Das ist bei mir auch angekommen, dass Sie ausdrücklich die Unterstützung der Union bei der Bewältigung der anstehenden Transformation angeboten haben. Sie wissen, unser Haus planen eine große Baugesetzbuchnovelle, auch mit dem Blick auf Klimaanpassung, aber natürlich auch auf die Gestaltung unserer Städte, an die Entwicklung der Temperaturen der Zukunft. Und ich biete sehr gerne an, der Unionsfraktion intensiv zu informieren, was wir planen und ihre Anregungen auch schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt in das Verfahren mit aufzunehmen. Herzlichen Dank. Klara Gawitz, die Bundesministerin, die Zuständige für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Wir sind nach wie vor im Bereich Raumordnungen der Verabschiedung eines Gesetzes. Nächster Redner ist Thomas Heilmann von der CDU-CSU-Fraktion, Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Liebe Kollegen der Ampel, das ist schon eine bemerkenswerte Falschdarstellung der Zusammenhänge, die wir hier von Ihren Vertretern gehört haben. Meistens haben Sie zu den Verfahrensfragen ja geschwiegen. Ich fasse zusammen. Erstens. Wir finden die Beschleunigung der Verfahren richtig. Wir finden die Notfallverordnung zum Ausbau der erneuerbaren Energien richtig. Das heißt aber ja nicht, dass ein konkretes Gesetz in der konkreten Machart richtig auf den Weg gebracht worden ist. Und das liegt hier nicht vor. Dass die meisten Ihrer Redner das Thema einfach übergangen haben, spricht schon Bände. Aber die Tatsache, Herr Vöst, dass Sie uns jetzt auch noch mit Häme überschießen, obwohl Sie Verfassungsgrundsätze verletzen, das fand ich schon ziemlich bemerkenswert, gerade weil auch die FDP großen Anteil daran hat, dass die Verfahren so misslungen sind. Das Bundesverfassungsgericht hat immer wieder betont, dass das Parlament der zentrale Ort politischer Willensbildung und Entscheidung ist. Und dass seine Verfahrensregelungen genau diese Funktionen sichern. Jetzt haben meine Vorredner und in der Intervention Thomas Gebhardt ja schon dargestellt, welche Fehler es gegeben hat. Es hat weitere Fehler gegeben, auf die ich hier kurz eingehen möchte. Erstens, in der Anhörung und in der sehr, sehr kurzen Debatte im Ausschuss ist deutlich geworden, dass wir artenschutzrechtlich etwas ganz Neues anfangen. Und Frau Ohlig, da kann man doch nicht ernsthaft sagen, nur weil wir es für 18 Monate tun, deswegen können wir das hier in zehn Stunden verabschieden. Was ist das denn eigentlich für ein Zusammenhang? Zumal in der Debatte im Ausschuss ja deutlich wurde, dass man das möglicherweise verlängern soll, was wir eben ist, eine durchaus erwägenswerte Idee finden. Und Sie wissen, dass ich das im Ausschuss auch schon gesagt habe. Zweitens, während Herr Müller in der Anhörung, das ist ein Vertreter der Stiftung Umweltenergierecht, auf zwei eklatante handwerkliche Fehler im Gesetz hingewiesen hat, war es eben nicht so, Frau Ohlig, dass Sie das zur Kenntnis genommen haben, sondern Sie haben während dieser Anleuerung noch leave im Bauausschuss, im Klimausschuss, das Gesetz bereits verabschiedet. Und von Ihren parlamentarischen Möglichkeiten, diesen Fehler heute hier noch zu korrigieren, haben Sie eben jetzt auch keinen Gebrauch gemacht. Nein, er hat es eindeutig als Fehler gesagt. Und ich würde gerne sagen, Frau Ministerin Galwitz, dass wir Sie sagen, dass das nicht mit Corona vergleichbar ist. Am 22. Oktober, vor 20 Wochen, hat auch auf richtiges Betreiben, dem wir ausdrücklich zustimmen, dieser Bundesregierung, der Europäische Rat, die Kommission aufgefordert, etwas vorzulegen. Das war nämlich schon fertig, denn schon am 9. November kam der Text, am 19. November ist der Text der EU-Notfallverordnung da gewesen. Das ist über zwei Monate her. Und dann konnten Sie sich über Einzelheiten nicht einigen. Es ging ja wohl vor allen Dingen um die Frage, ob Parteiennetzebene auch im öffentlichen Interesse sind, wo wir uns der Meinung sind, dass der jetzige Entwurf richtiger ist als der vorherige. Aber Sie haben verhindert, dass die Opposition den Text bekommt. Denn den haben wir erst am Mittwochmorgen bekommen. Und das haben wir in der Corona-Zeit eben auch nie so gemacht. Da hat die Opposition immer die Zwischenstände bekommen. Da gab es nie eine Anhörung, wo gleichzeitig schon verabschiedet worden ist. Diese Verletzung von Verfahrensrecht führt zu fehlerhaften Gesetzen und macht es uns doch unmöglich, einer Sache, der wir im Grundsatz zustimmen, heute unsere Stimme zu geben. Und das ist schlecht für die Sache, schlecht für die Gesetze und schlecht für die Energiewende. Und das müssen Sie doch zur Kenntnis nehmen und können hier nicht so burschig, großarrogant darüber hinweggehen. Leider erlaubt es meine Redezeit jetzt nicht mehr, weil ich wollte eine Parallele zu sehen. Es ist ja kein Einzelfall. Sie haben ein Gesetz zur Erlösabschöpfung im Rahmen der Strompreisbremse gemacht, das erkennbar verfassungswidrig ist, weil Sie Staatseinnahmen generieren, ohne die Voraussetzungen zu erfüllen. Es sind vier, die das Verfassungsgericht hat. Keines davon ist erfüllt. Und es kommt zu dem kuriosen Ergebnis, dass erneuerbare Energien am stärksten belastet sind und bei den niedrigen Strompreisen wahrscheinlich auch die einzigen sind, die bezahlen. Aber Steinkohle- und Gastromeinzeuger bleiben frei. Es ist politisch falsch, es ist verfassungsrechtlich falsch, es ist falsch für die Energiewende. Und so etwas kommt von so etwas. Deswegen sind Verfahrensregeln eben nicht la polar. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kollege. Selbstverständlich. Sondern ein elementares Recht dieses Parlamentes und auch von mir als Berichterstatter. Und wenn Sie die verletzen, dann bekommen Sie fehlerhafte Gesetze. Und das ist ein Skandal. Und dass Sie hier darüber hinweggehen, finde ich wirklich enttäuschend. Soweit Thomas Heilmann von der Unionsfraktion. Es geht ja bei dem Raumordnungsverfahren nicht nur um den Bau von Windanlagen und Solarparks. Es geht ja auch um Bahnstrecken. Es geht um Straßen. All das spielt ja im Zusammenhang mit der Raumordnung eine Rolle. Nächster Redner, Ulrich Lange. Entschuldigung, Bernhard Daltrup ist es von der SPD. Aber ich will ein paar Punkte tatsächlich aufgreifen und das hier auch ansprechen, Herr Heilmann. Es ist auch mein persönliches Anliegen. Wir haben uns tatsächlich im Fachausschuss deutlich darüber geschritten, ob es richtig ist, dass wir heute die zweite, dritte Lesung des Gesetzes zur Änderung des Raumordnungsgesetzes auf diesem Weg durchführen, ja oder nein. Und ich bedauere sehr, dass auch aufgrund der überwiegend doch kollegialen Zusammenarbeit, dass wir diesen Konflikt ausgelöst haben. Ich persönlich entschuldige mich auch dafür. Das war nicht unsere Absicht. Aber unsere Abwägung, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Abwägung war, ob es nicht unsere gemeinsame Aufgabe und unsere gemeinsame Verantwortung ist, wenn es darum geht, Planungsvereinfachung, Bürokratieabbau, schnellere Genehmigungsverfahren, den Ausbau erneuerbarer Energien, dann auch tatsächlich nicht nur unter den Vorbehalt parlamentarischer Verfahren zu setzen, wenn doch wirklicher Zeitdruck durch die Notfallverordnung besteht. Das war doch das Motiv, was uns eigentlich, und das haben Sie in Zidenta auch zugegeben, ja verbunden hat. Und es hat über die Verfahren eine Auseinandersetzung gegeben. Und unsere parlamentarische Geschäftsführerin, Frau Mast, hat schon mir mitgeteilt, es war Gegenstand des Ältestenrates. Es wird ein Omnibusgesetz, das im Kontext von Pflege und Energie vorgesehen ist, in der Form nicht mehr wiederholt. Und deswegen glaube ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollten wir es jetzt auch dabei belassen. Denn, Herr Jung, neben den Bemerkungen zum Verfahren, und tatsächlich hat sich die Koalition in den Fraktionen ein bisschen verheddert, hat es die Union auch, auch die Frage, was Federführung angeht, und die Frage, ob es eigentlich eine hybride Sitzung ist, die schon inzidenter über das Verfahren mitbeschlossen worden ist. Darüber können wir lange debattieren. Also nicht nur den Finger hoch zeigen, ein bisschen gehen die Finger dann auch in die eigene Richtung, auch was die Federführung angeht. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Ich bin auf alle Zwischenbemerkungen schon eingegangen, deshalb nicht. Wir kommen ja gleich darauf zurück. Der Zeitdruck für das Verfahren entsteht ja in Wirklichkeit aus der begrenzten Gültigkeit der Notfallverordnung. Wenn wir das tatsächlich umsetzen wollen, dann müssen wir den Bundesrat erreichen. Das sollten wir tun, unverzüglich, und das heißt, ohne schuldhaftes Verzögern. Und das ist das Motiv gewesen. Kurzum, wir haben Respekt, selbstverständlich vor Ihrem Recht, eine Anhörung zu beantragen. Das ist ja gar keine Frage. Aber haben Sie bitte auch den Respekt vor der Regierungskoalition, dass wir versuchen, nicht über Verfahren den Weg zur Verabschiedung von Gesetzen zu verzögern, zu verhindern, zu blockieren. Das wollen wir auch nicht. Und jetzt lassen Sie mich ein paar Bemerkungen zu dem machen und für die Bürgerinnen und Bürger, damit sie verstehen, worum es eigentlich geht bei diesem Gesetz für das Vorhaben. Das ist nicht so ganz uninteressant. Deutschland ist ein Land mit einer dezentralen Siedlungsstruktur, mit einer ausgewogenen Siedlungsstruktur. Und das Raumordnungsgesetz versucht, genau diese Struktur zu erhalten. Und deswegen ist der Hinweis auf die gleichwertigen Lebensbedingungen in allen Teilräumen des Landes, die Eingang gefunden hat in unser Grundgesetz, eigentlich aus der Raumordnung entstanden. Und wir haben heute vielfältige Ansprüche an den Raum. Wir müssen den Raum nutzen und wir müssen den Raum schützen. Wir müssen Natur und Landschaft ebenso wie die wirtschaftlichen Potenziale... Ja, vielen Dank. Eine massive Auseinandersetzung, die im Bundestag zu diesem Thema stattfand. Das klingt etwas sperrig, Raumordnungsgesetz, aber es geht ja darum, wie in Zukunft Räume neu geordnet werden mit den Bedürfnissen des Naturschutzes, regenerativer Energiestrukturen, aber auch Neubauten von Bahnlinien oder auch Straßen. Hier wurde von der Opposition vor allen Dingen massiv kritisiert, dass das im Hauruck- und Schnellzugverfahren alles beschlossen werden soll. Über das Gesetz wird ja heute abgestimmt. Angeblich war das auf Druck der Europäischen Union gar nicht anders möglich. Allerdings haben sich auch klare, inhaltliche Vorbehalte der Oppositionsfraktionen, vor allen Dingen CDU, CSU und AfD, gezeigt, also muss man hier genau auseinanderhalten zwischen Verfahren und inhaltlichem Dissens. Und wir hören jetzt in die Debatte rein, noch drei Rednern, und dann kommt es zum Thema bezahlbare klimafreundliche Mobilität. Herr Junck, das gebe ich zu, dass Sie jetzt auch sozusagen ja erklären, nicht nur, dass Sie diesem Inhalten zustimmen, sondern es auch tun. Herzlichen Dank. Nächster und voraussichtlich vorletzter Redner der Debatte, den hatte ich gerade schon versehentlich angekündigt im Livestream. Jetzt sind ja auch die Zuschauerinnen und Zuschauer des klassischen TV-Programms wieder dabei. Nächster Redner Ulrich Lange von der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Verfahrens- und Planungsbeschleunigungen sind etwas, was wir als Unionsfraktion grundsätzlich begrüßen. Wir lernen auch gerade das neue Deutschland-Tempo kennen. Auf der Schiene, nachdem der Bundesverkehrsminister schon da sitzt, heißt das neue Deutschland-Tempo für den Deutschland-Takt 2070. Herzlich willkommen im langsamsten Land der Erde! Wir freuen uns auf die Planungsbeschleunigung im Verkehr bei den Autobahnen. Das ist Ihnen ja dann alles genauso wichtig wie diese Notfallverordnung, denn auch hier herrschen Dinge und Zustände, wo wir dann Planung beschleunigen müssen. Nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Debatte ist von einem überlagert, nämlich, lieber Kollege Daldrup, bei aller Wertschätzung für die Entschuldigung. Es ist demokratietechnisch vom Demokratieprinzip untragbar, untragbar, was hier gelaufen ist. Eine Regierung, die sich Respekt auf die Fahne geschrieben hat, geht respektlos mit der Opposition um. Gut. Aber sie geht auch respektlos mit den Betroffenen um, dort, wo die Anlagen gebaut werden. Denn hier sitzt der Querschnitt der Bevölkerung. Hier sitzt die Vertretung der Bevölkerung. Und Fraktionen, die sonst immer groß, liebe Kolleginnen, auch wenn das gerade im Handy viel spannender ist, die immer groß Wert darauf legen, die demokratischen Fraktionen im Haus zu begrüßen. Schaden der Demokratie mit der Verletzung des Demokratieprinzips in einem Ausmaß, wie sie es bei einem solchen Thema definitiv nicht tun sollten. Demokratie braucht Vorbilder. Demokratie braucht Vorbilder. Und Sie, weder die SPD noch die Grünen noch die ehemalige Rechtsstaatspartei FDP, sind Vorbilder in diesem Verfahren gewesen. Wenn Sie Akzeptanz wollen, wenn Sie Akzeptanz wollen, dann müssen Sie sich auch entsprechend verhalten. Dann können Sie nicht sagen, Frau Kollegin Uli, Sie haben abgewogen nach 30 Sekunden zwischen Ende einer Anhörung und der Abstimmung. Das ist das gleiche Muster, das Sie leider in der Ampel hier die ganze Zeit uns vollführen. Erst verschleppen Sie das Thema, dann streiten Sie intern, dann brechen Sie es übers Knie. Ob Gasumlage, Energiepreisbremse, die Beispiele sind viele, und dann wird es korrekturbedürftig. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Die Kommunen, so wie die anderen auch, die Kommunen lassen Sie dabei dann außen vor. Wie wollen Sie Akzeptanz, wie wollen Sie Akzeptanz der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte bekommen für diese Vorhaben, wenn Sie in der Anhörung die Kommunen nicht mitnehmen? Das ist eine Verletzung der Subsidiarität. Das ist Ignoranz und Arroganz gegenüber vielen kommunalpolitisch tätigen Menschen, die das im Ehrenamt tun. Die das im Ehrenamt tun. Und liebe Grünen, dort, wo Sie aus Versehen mal kommunale Mandatsträger haben, als Oberbürgermeister in Tübingen oder Landrat in Miltenberg, die sagen es Ihnen dann, dass Sie hier völlig abgehoben in einer Blase diskutieren und nicht darauf achten, wie die Menschen vor Ort wirklich denken. Ich kann nur hoffen, Kommen Sie bitte zum Schluss. Ich kann nur hoffen, dass dieser demokratische Schaden, den Sie verursacht haben, nicht zum Schaden und Dauerschaden für dieses Haus wird. Dankeschön. Ja, die emotionale Einlassung von Ulrich Lange, CDU, CSU-Fraktion. Jetzt warten wir ab, ob es noch eine Kurzintervention gibt, weil er zwischen Fragen nicht zugelassen hat. Das passiert nicht. Bengt Bergt von der SPD ist der letzte Redner in der laufenden Debatte. Moin, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Herr Lange, also, dass die CSU und Sie als Vertreter die Tür nach rechts aufmachen, das wundert mich schon gar nicht mehr. Aber dass Sie, ausgerechnet Sie als CSU-Vertreter, das Verkehrsressort anschießen, wo Sie jahrzehntelang verwaltet haben und das Trümmerfeld hinterlassen haben, ist eine bodenlose Frechheit. Ich will aber zur Sache kommen und ich will ein paar Sachen mal auf den Punkt bringen. Wir fangen mal mit dem zeitlichen Rahmen an. Sie wissen, bis 2030 wollen wir den erneuerbar erzeugten Strom verdoppeln. Das heißt, die Zeit rennt. Bis zum 31. Dezember 2029 sind es noch 2.496 Tage. Bis dahin müssen wir noch 113 Gigawatt Wind an Land zubauen. Bei 5 Megawatt pro Turbine sind das 22.633 Windturbinen. Das sind 9 pro Tag. Das schaffen wir nicht, wenn Projektierer 70.000 Seiten und 80 Aktenordner für 5 Windräder brauchen. Und wehe, die geplante Windturbine bekommt noch ein Software-Upgrade oder wird sogar effizienter oder sie steht einen halben Meter zu weit links oder rechts, dann wird das Gleiche glatt nochmal fällig. Wenn Sie es dann nach Jahren geschafft haben, mal ein Projekt unter Auflagen zu bauen, müssen Sie sich 20 Jahre lang um Flora und Fauna im Windpark kümmern. Sie müssen Pfützen gießen, damit die Frösche nicht verdursten. Und Sie müssen auf der Zufahrt die Kanten der Steinchen prüfen, damit der Lurch sich nicht den Bauch wund läuft. Meine Damen und Herren, damit wir uns nicht missverstehen, das ist wichtig für Flora und Fauna, für die Umwelt und die Tiere. Aber es ist nicht, was die Betreiber tun sollen. Das sind Ingenieure und Techniker. Mensch, die sollen Windturbinen bauen und Projekte planen, meine Damen und Herren. Es ist doch viel sinnvoller, dass das jetzt Leute tun, die davon Ahnung haben. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kraft von der AfD-Fraktion? Nope, nicht in diesem Leben. Wenn es keine anderen Möglichkeiten zum Umwelt- und Artenschutz gibt, sind doch zweckgebundene Ausgleichszahlungen sinnvoll. Dann können das die Leute tun, die davon Ahnung haben. Wir entlasten also die Projektplaner. Es geht aber auch um schnellere Verfahren, denn Entlastung ist gut, nützt aber nichts, wenn die Anlagen nicht genehmigt werden. Mit dem Gesetz, was wir heute beschließen, werden wir einige Tausend Seiten Kopien pro Windrad sparen. Das ist übrigens auch etwas, was der Natur gut tut, weil wir dafür keine Bäume fällen müssen. In die Ahnung ausgedrückt sind das pro Windpark circa ein bis zwei Jahre, die wir damit einsparen werden. Das ist Rückenwind für die Energiewende, und das brauchen wir. Wir brauchen diese Beschleunigung. Zum Beispiel auch, indem wir endlich mit den verfügbaren Flächendaten arbeiten und nicht immer wieder neue Daten erheben. Wir sorgen also dafür, dass die Position oder die Ausstattung von Turbinen in den genehmigten Windparks auch noch dann verändert werden kann, wenn es mal kleine Veränderungen gibt. Das heißt, wir machen es doch auch so. Wir tauschen doch auch die Klamotten, wenn sie nicht passen. Das ist doch kein Hexenwerk. Das ist pragmatisch, und das ist gut, und das dient dem Gemeinwohl. Meine Damen und Herren, Gemeinwohl ist auch das Stichwort. Wir tun endlich das, was wir die letzten Jahre so sträflich vernachlässigt haben. Gemeinwohl darf eben nicht bedeuten, dass Interessen Einzelner die Interessen der Gesellschaft aushebeln können. Jeder und jede konnte mit seiner Beschwerde jedes Vorhaben aushebeln, verzögern, Investitionen in wirklich gute Dinge zerstören. Jetzt bauen wir mit den Verfahrensbeschleunigungen wieder das Gemeinwohl in die Gesetzgebung ein. Das bedeutet, wir machen Tempo, wenn es darum geht, in den kommenden Generationen, die heute auch demonstrieren werden, eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Wir haben zu viel Zeit dafür vertändelt. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken und von der Union, wenn Sie diese Ziele teilen, wenn Sie endlich mitholfen wollen, Deutschland zukunftsfit zu machen und klimaneutral, dann stimmen Sie heute mit uns zu. Vielen Dank. Letzter Regener war das, Bengt Berg von der SPD. Jetzt hören wir erst einmal der amtierenden Bundestagspräsidentin, Vizepräsidentin Aydan Oesos zu. Vielen Dank für die engagierte Debatte. Wir kommen zu dem von – ich schließe jetzt die Aussprache natürlich – wir kommen zu dem von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Raumordnungsgesetzes und anderer Vorschriften. Die Fraktion der CDU-CSU hat gemäß § 82 Absatz 3 unserer Geschäftsordnung beantragt, den Gesetzentwurf zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Wohn-, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen sowie an die mitberatenden Ausschüsse zurückzuüberweisen. Wer stimmt für den Antrag auf Rücküberweisung? Das ist die Linke, CDU, CSU und AfD. Wer stimmt dagegen? Damit wird er nicht zurücküberwiesen. Die Ampel ist in der Mehrheit. Dann ist der Geschäftsordnungsantrag auf Rücküberweisung abgelehnt. Damit kommen wir zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Raumordnungsgesetzes und anderer Vorschriften. Der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 5830 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 4823 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das ist SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP. Wer stimmt dagegen? Das ist die Linke, CDU, CSU und AfD. Enthaltungen sehe ich nicht. Dann ist der Gesetzentwurf damit in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das sind die gleichen Fraktionen wie vorhin. Wer stimmt dagegen? Das sind auch die gleichen Fraktionen wieder. Vielen Dank. Enthaltungen sehe ich wieder nicht. Dann ist der Gesetzentwurf endgültig angenommen. Weiterhin empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 5830 eine Entschließung anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das ist SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP. Wer stimmt dagegen? Die Linke, CDU, CSU und AfD. Enthaltungen? Keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über die Entschließungsanträge. Entschließungsantrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 5842. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Da geht es um Änderungen der AfD in inhaltlicher und fachlicher Art, was die Verfahrensmängel betrifft. Das gibt mit Sicherheitsstellung von sicheren kostengünstigen Energieversorgungen und moderner Infrastruktur ist abgelehnt worden. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Das ist die Linke. Jetzt der Entschließungsantrag der Linken. Es geht vor allem um digitale Plattformen bei der Frage der Raumordnung. Auch abgelehnt worden. Damit haben wir ein neues Raumordnungsgesetz, das sich vor allem dadurch auszeichnet, dass es eine massive Verfahrensbeschleunigung geben soll für Windräder, für Solarparks, um das Ziel der regenerativen Energie in den nächsten 10 bis 15 Jahren zu erreichen. Es geht aber auch um eine Beschleunigung von Verkehrsinfrastruktur, von Bahnlinien, von Autostraßen. Das heißt, dass eben nicht ewig lang in Verfahren, auch in Beteiligungsverfahren, solche Projekte entweder lange Zeit nicht umgesetzt werden können oder möglicherweise aus politischen Gründen auch gezielt verzögert werden. So, jetzt haben wir den nächsten Tagesordnungspunkt. Dazu haben wir ja heute Morgen schon ein Interview mit zwei Abgeordneten geführt. Bezahlbare und klimafreundliche Mobilität. Dem liegt zugrunde zwei Anträge der CDU-CSU-Fraktion. Es geht nicht um bezahlbare und klimafreundliche Mobilität. Es geht vor allem um neutrale Kraftstoffe wie E-Fuels, die jetzt als Ergänzung zur klimafreundlichen Benutzung des Autos produziert werden sollen. Es geht natürlich zur Ergänzung der E-Mobilität. Das allerdings kann auch bedeuten, dass man eben diskutiert, was man jetzt eigentlich will, E-Mobilität oder E-Fuels. Erster Redner ist Stefan Bilger von der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Ampel streitet, die Bundesregierung ist sich nicht einig. Keiner weiß, wofür Deutschland in Europa eigentlich steht. Das erleben wir zurzeit in vielen Bereichen und so auch rund um die anstehende Abstimmung zum Verbrennerverbot auf europäischer Ebene. Die Beteiligten. Dann Umweltministerin Lembke, der am liebsten gleich alles verbieten will, was nicht ins grüne Weltbild passt. Verkehrsminister Wissing, der lange nichts gemacht hat und jetzt hoffentlich gerade noch rechtzeitig aufgewacht ist. Was sagen Sie mit Ihrem Verkehrsminister? Dann die Unbeteiligten. Minister Habeck, von dem in dieser Frage nichts zu hören ist. Und das bei einer der zentralen Fragen für den Wirtschafts, den Industrie, den Innovationsstandort Deutschland, kann man sich ja manchmal wirklich fragen, ob die Position des Wirtschaftsministers in dieser Bundesregierung überhaupt besetzt ist, meine Damen und Herren. Und auch der Bundeskanzler gehört zu den Unbeteiligten. Denn auch hier lässt er den Streit in der Koalition wie gewohnt laufen und eskalieren. Und wie das Ganze in Europa ankommt, ist ihm anscheinend auch nicht so wichtig. Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie bei einer so entscheidenden Frage in Europa eine klare Position vertritt. Und zwar eine klare Position für technologische Vielfalt, meine Damen und Herren. Hier geht es schließlich um handfeste Interessen des Industriestandorts Deutschland und Europa. Es geht um handfeste Interessen von Millionen von Autofahrern in Deutschland. Und es geht um die Frage, wie Klimaschutz im Verkehrssektor erreicht werden soll mit Verboten oder mit Technologie und Innovation. Das Verbrennerverbot macht aus mehreren Gründen keinen Sinn. Wir müssen aufpassen, dass wir bei den Batterien für Elektroautos nicht in neue Abhängigkeiten, insbesondere von China, geraten. Und auch deswegen müssen wir doch alle Optionen offen halten. Wenn es um Klimaneutralität geht, wieso soll ein Auto nicht auch mit Biokraftstoffen unterwegs sein? Oder mit synthetischen Kraftstoffen? Wenn es um Klimaneutralität geht, dann sind diese Alternativen doch auch gut. Das Auto wurde in Deutschland erfunden. Unser Anspruch muss sein, dass wir auch zukünftig die besten Technologien entwickeln. Und zwar für alle Märkte, egal ob mit Elektromotor, Wasserstoff, Brennstoffzelle oder eben auch dem klimaneutralen Verbrenner. Ich bin überzeugt, meine Damen und Herren, wir haben in Deutschland die klugen Köpfe, die diesem Anspruch gerecht werden können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt auch noch zwei weitere EU-Vorhaben, über die wir heute sprechen müssen. Euro 7 und Luftreinhaltung. Zur neuen Abgasnorm Euro 7 haben wir heute einen Antrag eingebracht, weil wir, und zwar genauso wie die Ministerpräsidenten der Autoländer, Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen, in tiefer Sorge sind. Wir fürchten, dass eine falsch angelegte Regulierung technisch nicht machbar ist. Und wenn, dann nur zu unverhältnismäßig hohen Kosten. Wir befürchten, dass die vorgesehenen Testbedingungen absolut ungeeignet sind. Und wir befürchten, dass der Zeitplan der Kommission völlig unrealistisch ist. Wenigstens das hat die Bundesumweltministerin ja kürzlich auch kritisiert. Und leider, meine Damen und Herren, sind es gerade Europaabgeordnete Grünen und der SPD, die fatale Pläne wie das Verbrennerverbot oder auch den Euro 7-Vorschlag vorantreiben. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste bei den Arbeitsplätzen. Es geht um Hunderttausende Arbeitsplätze, die hier bedroht sind. Und auch ohne Rücksicht auf die Verbraucher, die doch schließlich auch in Zukunft noch Auto fahren können sollen. Zumindest bin ich der Meinung, dass es jeder noch selbst entscheiden können soll, ob er in Zukunft sich noch ein Auto kaufen kann oder nicht. Und zu diesen fatalen Plänen gehört auch die von der EU-Kommission vorgesehene Verschärfung der Grenzwerte bei der Luftreinhaltung. Wir alle erinnern uns, Grenzwerte überschritten in 90 Städten, Fahrverbotsdebatten, umfangreiche Maßnahmen wurden ergriffen. Und diese Maßnahmen haben gewirkt eben einmal mehr Technologie und Innovation statt der damals von vielen geforderten flächendeckenden Fahrverbote. Was passiert nun? Kaum ist die Luft so sauber wie noch nie in der Bundesrepublik, kaum sind die Grenzwerte eingehalten, sollen sie massiv verschärft werden mit freundlicher Unterstützung dieser Bundesregierung. Also, drei europäische Themen, bei denen die Bundesregierung konkret gefordert ist. Erstens, Grenzwertverschärfung bei der Luftreinhaltung. Die Bundesregierung muss sich gegen die Pläne der EU-Kommission stellen und verhindern, dass wir wieder in Fahrverbotsszenarien zurückkatapultiert werden. Zweitens, Euro 7. Nein zu unerfüllbaren Testbedingungen, die nur dazu dienen sollen, dem Verbrenner vorzeitig den Garaus zu machen, wodurch massiv Arbeitsplätze in Deutschland und letztendlich die Transformation der Automobilindustrie gefährdet werden. Auch hier muss die Bundesregierung sich positionieren und eine schlechte Regulierung verhindern. Und drittens, Verbrennerverbot. Dieses Verbot macht keinen Sinn, weil es eben alternative klimafreundliche Technologien ausschließt, weil es keinen Lösungsansatz für Bestands-Pkw bringt und uns mit seiner alleinigen Fixierung auf die Batterie neue Abhängigkeiten, insbesondere von China, bringt. Gut, dass die FDP aufgewacht ist. Kommen Sie bitte zum Schluss. Gut, dass manche SPD-Vertreter aufgewacht sind und gut, dass zumindest manche Grüne die Sinnhaftigkeit von E-Fuels nicht mehr komplett in Zweifel ziehen. Aber wir haben keine Zeit mehr für lange Debatten. Die Bundesregierung muss diese Pläne jetzt stoppen. Frau Stephan Bilger hat es nochmal zusammengefasst und noch Euro-7-Norm erwähnt, eine Erhöhung der Abgaswerte, besser gesagt weniger Abgaswerte, eine Verschärfung der Abgaswerte von der EU-Kommission gefordert. Nächste Rednerin ist Dunja Kreiser von der SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es sind bedrückende Zahlen, Herr Bilger, jedes Jahr sterben in Europa mehr als 300 000 Menschen an schlechter Luft. Ich durfte gestern zur Verringerung der Auswirkungen gestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt sprechen. Da haben wir eine wichtige EU-Richtlinie umgesetzt und noch einmal sehr gut nachgebessert. Doch die dreckigsten Städte sind nicht zwangsläufig die mit den meist achtlos weggeworfenen Einwegprodukte. Die tatsächliche Verschmutzung bleibt unseren Augen meist verborgen. Einen großen Anteil zur Verschmutzung trägt beispielsweise Feinstaub bei, der wiederum unter anderem durch den Straßenverkehr verursacht wird. Deutschland landet auf Platz 74 von 98 Staaten bei dem Luftqualitätsindex im Jahr 2019, ein Wert, der von der WHO als gut eingestuft wird. Doch wer jetzt unbeschwert einmal tief Luft holt, sollte sich die Werte in einigen Städten genauer angucken. Das können Sie zum Beispiel schon mal allein auf Ihrer Wetter-App vergleichen. Da ist die Luftqualität auch mit angegeben. Kurzum, der Euro-7-Vorschlag ist unserer Gesundheit und für unsere Gesundheit ganz klar wichtig. Wir brauchen Vorgaben für die Herstellung von PKW-Nutzfahrzeugen, die mit dem aktuellen Stand der Technik für eine Verringerung der Emissionen sorgen. Was sagt der Vorschlag der EU-Kommission zu Euro-7-Abgasnorm im November vergangenen Jahres nun genauer? Nutzfahrzeuge, PKW, Transporter, LKW und Busse, auch Elektrofahrzeuge, sollen in Zukunft sauberer werden. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischensprache von Herrn Spaniel von der AfD? Danke. Die zweite öffentliche Konsulation dazu ist beendet. Die Euro-7-Norm betrifft nicht nur die Auspuffemission, sondern wird auch für CO2-neutrale Fahrzeuge wichtig bleiben. Sie regelt die Emissionen von Bremsenreifen und die Lebensdauer von Elektrofahrzeugbatterien. Mit den Euro-6-Vorschriften, die seit 2020 gelten, wurde ein Wandel in der Industrie hin zu sauberen Fahrzeugen erreicht. Bereits mit Euro-6 und der Umstellung auf batteriebetriebene Elektrofahrzeugen werden die Stickoxidemissionen von PKW und Kleintransporten in Europa zwischen 2018 und 2035 um 77 Prozent sinken. Ziel der Euro-7-Norm bei PKW und Kleintransporten ist ein Rückgang der Stickoxidemissionen gegenüber 2018. Von mehr als 85 Prozent bei den Bussen, Lastkraftwagen, sollen die Emissionen statt bei Euro-6 vorgeschlagen auf 58 Prozent um 80 Prozent sinken. Hier gibt es ein großes Potenzial zur Emissionenvermeidung. Der Weg führt uns zur Elektromobilität. Wir haben ihn eingeschlagen. Wir werden ihn weitergehen. Wir bauen weiter die Ladeinfrastruktur aus, aber da können wir natürlich noch besser werden. Aber, meine Damen und Herren, auch nach 1935 werden noch Fahrzeuge mit Verbrennermotoren auf unseren Straßen fahren. Eine Nachschärfung der Ziele ist, wie gesagt, richtig und ein Gewinn für den Umwelt- und Gesundheitsschutz. Die Norm bleibt, wie gesagt, auch bei E-Autos wichtig. Ich begrüße daher sehr, dass auch der Ausstoß weiterer Stoffe in die Regelungen der Abgasnormen für PKW einbezogen werden soll, beispielsweise Ammoniak. Ammoniak-Emissionen sind mit einem geringen technischen Aufwand vermeidbar. Mir ist die Diskussion um die höheren Kosten von Neuwagen durch die verschärften Normen selbstverständlich bewusst. Gerade bei Kleinwagen muss man dies im Hinterkopf behalten. Die angenommenen Preissteigerungen von bis zu 400 Euro bei Mittel- oder Oberklassewagen beeindrucken mich da aber nicht so sehr. Wir alle haben, glaube ich, eine Vorstellung davon, was diese Fahrzeuge kosten. Dafür dürfte dieser kleine Beitrag für die Gesundheit auf jeden Fall drin sein. Sitzheizungen sind es ja auch. Und ich meine, bei den Anschaffungskosten darf sich ein neu zugelassener Verbrenner mit einem E-Bautow eben auch vergleichbar lassen. Natürlich gibt es noch einiges an Beratungsbedarf. Es müssen mehrere Punkte abgewogen werden, besser abgestimmt werden. Definierte Anforderungen und festgelegte technische Details, zum Beispiel beim Onboarding-Monitoring, da ist noch einiges unklar. Aber, sehr geehrte Damen und Herren von der Union, Herr Beger, Sie haben ja einfach mal eins zu eins den Brief der Ministerpräsidenten Markus Söder, Winfried Kretschmann und Stefan Weil an unseren Bundeskanzler Olaf Scholz abgetippt. Da kann ich ja fast nur für Ihre Unterstützung Richtung Niedersachsen Danke sagen. Wir werden natürlich unser Augenmerk richten auf die Machbarkeit und Umsetzbarkeit, auf eine einheitbare Einführung und auf Kriterien bei den Abgastests, die nicht ins Absurde gehen. Mit einer Prüfung der Emission eines neuen Verbrenners, mit Vollgas und Pferdeanhänger im ersten Gang, einen Bergpass bei extremer Kälte als Maßstab zu nehmen, das wird sicherlich nicht unsere Luftqualität verbessern. Die Beratungen zu Euro-7-Abgasnormen beginnen jetzt im Europäischen Parlament. Ich freue mich auf die Diskussion im Bundestag. Mehr zu Ihren Anträgen im Ausschuss. Vielen Dank. So, eben kommt eine Eilmeldung aus Brüssel, dass die EU die für Dienstag geplante Abstimmung über das endgültige Verbrennerhaus verschoben hat. Das lag sicherlich nicht nur an dem Widerstand der FDP in der Ampel oder hier der Opposition im Bundestag, sondern auch an Ländern wie Bulgarien. Das ist jetzt ein wichtiger Hinweis für das weitere Verfolgen dieser Debatte. Einen, den das sicherlich befriedigen wird, ist Thomas Ehren von der AfD. ... hasserfüllte Kampf linker Ideologen gegen das Automobil, gegen eine der größten Errungenschaften des Industriezeitalters. Die Euro-7-Norm ist dabei nur ein weiteres Puzzlesteinchen, ein weiterer Schachzug in diesem perfiden Spiel. Bleibt sie in der jetzigen Form erhalten, bedeutet es das Endgültige aus des Verbrennungsmotors in Deutschland und in Europa. Für die deutsche Autoindustrie bedeutet das die Vernichtung von 300.000 bis 400.000 Arbeitsplätzen. Letztlich verbirgt sich dahinter aber etwas ganz anderes. Es ist nämlich der Versuch, uns eine neue Weltordnung aufzuzwingen, in welcher es das private Fahrzeug im Privatbesitz möglichst überhaupt nicht mehr geben soll. Ihr werdet nichts besitzen und werdet glücklich sein. Das ist offenkundig der Leitspruch einer selbsternannten, arroganten und unverschämten Finanzelite nach dem Wahlspruch, kaum bezahlbare Elektro-SUVs für uns und für euch, den Pöbel, Lastenfahrräder. Es wäre längst an der Zeit gewesen, sich dagegen massiv zur Wehr zu setzen, wenn ausreichend viele Länder der EU es geschafft hätten, bis heute eine Subsidiaritätsrüge auf den Weg zu bringen. Wäre dies vielleicht ein erster Anfang gewesen, die dazu notwendige Sofortabstimmung haben aber auch Sie, meine Damen und Herren von der CDU, man möchte fast sagen erwartungsgemäß, wieder einmal verspielt und verschlafen. Und so erreichen all die an diesem Vernichtungsfeldzug beteiligten Akteure Schritt für Schritt ihre Ziele. Und das funktioniert dann zum Beispiel folgendermaßen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO, von niemandem gewählt, durch nichts auf der Welt demokratisch legitimiert, gibt auf der Basis von unbeweisbaren Hypothesen neue Empfehlungen für die Luftreinhaltung heraus. Und wen könnte es überraschen? Natürlich mit drastisch abgesenkten Grenzwerten. Kurz darauf übernimmt dann, darauf können Sie wetten, die EU-Kommission erwartungsgemäß diese Grenzwerte und macht daraus verbindliche Richtlinien. Die Messstellen in unseren Städten, die vorher eine ausgezeichnete Luftreinheit gemessen und bewiesen haben, stellen dann natürlich plötzlich Überschreitungen der zulässigen Werte fest. Und wie durch ein Wunder liegt über Nacht eine Begründung vor, selbst die saubersten Euro-6-Diesel aus unseren Städten zu verbannen. Eine weitere lang ersehnte Rechtfertigung für die schon lange vorher festgelegte und angestrebte autofreie Stadt. Genau so wird gearbeitet. Über die Köpfe der Bürger hinweg, heute vermutlich von Ihnen als Verschwörungstheorie gebranntmarkt, morgen, das garantiere ich Ihnen, die bittere Realität in unseren Städten. Das alles gerechtfertigt durch die Erzählungen einer grünen Klimasekte, durch Thesen, welche von Teilen unserer Bevölkerung nicht einmal mehr hinterfragt werden, weil es die linksgrünen Medien immer wieder schaffen, die Tausenden von kritischen Stimmen einfach aus dem politischen Diskurs auszuschließen. Die natürlichen Klimaänderungen wird es derweil aber weitergeben, und zwar mit oder ohne unser Zutun. Wir aber sind dabei, unseren Wohlstand zu verspielen, unsere Lebensqualität und vor allen Dingen unsere Freiheit, meine Damen und Herren. Unsere Vorfahren fuhren mit der Pferdedroschke, wir hatten das Automobil, unsere Kinder und Enkel werden wohl mit dem Lastenfahrrad fahren. Es lebe die Welt des rot-grünen Fortschritts. Vielen Dank. Der Fernsehsender Phoenix schließt niemanden vom Diskurs aus, auch nicht Herrn Ehrhorn, dessen Rede wir ja gerade in voller Länge ungekürzt übertragen haben. Nächste Rednerin Tessa Ganserer von Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Wir haben heute die Möglichkeit, über klimafreundliche Mobilität zu sprechen, und ich tue es ausgesprochen gerne. Denn offensichtlich haben so manche den Knall der Tür von Elektroautos noch immer nicht gehört. Sie setzen sich ein für schwächere Abgasnormen, für den Einsatz von E-Fuels und auch dafür, dass nach 2035 noch Verbrenner vom Band laufen sollen. Aber ist das wirklich das, was die Automobilindustrie möchte? Ich sage Ihnen, wir müssen weg von fossilen Energien. Da liegt es auf der Hand, die Antriebsart zu wechseln. Nun werden wir elektrisch, und diese Zukunft sei digital und dekarbonisiert. Das ist eine Menschenaufgabe. Jeder sehe mittlerweile ein, dass der Klimawandel unsere größte Zukunftsaufgabe ist und die größte Gefahr sei. Und das ist nicht grünes Wahlprogramm, sondern das hat Kellenius gesagt, und der spricht ja immerhin für Mercedes-Benz. Und da ist er auch nicht alleine. Ab 2025 fahren alle Autos elektrisch, das sagt Jaguar. Opel wird auf dem Kehrmarkt in Europa ab 2028 ausschließlich Elektroautos anbieten. Und spätestens ab 2033 wird VW in Europa nur noch E-Autos bauen. Den Unternehmen ist längst klar, in welche Richtung die Reise geht. Um weiter Spitzenreiter zu bleiben, oder anders ausgedrückt, damit wir am Automobilstandort in Deutschland am Ende nicht in die Rücklichter von Elektroautos schauen, wenn der letzte Verbrenner vom Band läuft, braucht unter unserer Industrie klare Leitplanken und Unterstützung. Und die bekommen Sie von uns. Da bin ich auch dem Wirtschaftsministerium sehr dankbar, dass mit 6,6 Millionen Euro in meiner Heimat, in der europäischen Metropole Region Nürnberg, ein Projekt finanziert, um den Transformationsprozess zu begleiten und damit Arbeitsplätze am Automobilstandort in meiner Heimat eben auch sichert. Die rückwärtsgewandten Forderungen von Ihnen, von der CSU und CDU, helfen uns da wirklich nicht weiter. Und ich sage Ihnen, nach den verkehrspolitischen Fehlzündungen der letzten Legislaturperioden mit Pkw-Maut, mit Flugtaxis und Hyperloop, nachdem Sie bei der letzten Bundestagswahl aus der Kurve geflogen sind, von der Regierungsbank im Oppositionsgraben gelandet, da sollten Sie eigentlich die Zeit nutzen, um Ihnen eine Profil-Runde-Erneuerung zu geben, statt mit veralterten, klapprigen Konzepten der Vergangenheit, bei denen bald der TÜV-Bart läuft, weiter zotteln zu wollen. Zum Thema saubere Luft sei noch gesagt, nicht nur Klimaneutralität, sondern auch bei der Luftreinhaltung haben wir noch jede Menge zu tun. Auch hier hat sich die Ampelkoalition was vorgenommen. Die Euro-7-Norm leistet hier einen sehr wichtigen Beitrag. Und wenn Sie von Volkswirtschaft sprechen, dann sprechen Sie bitte auch von den 153 Milliarden Euro volkswirtschaftlichen Städten durch vorzeitige Sterbefälle aufgrund von Luftverschmutzung. Das geht bei Ihrer Rechnung nämlich fehlt euch. Und deswegen geht Ihre Rechnung auch gar nicht auf. Und zum Thema E-Fuels, auch wenn Sie das Mantra tagtäglich bringen und auch wenn es in der öffentlichen Debatte deswegen nicht so rüberkommt, die Beimischung von E-Fuels ist heute bereits möglich, da braucht es keine Gesetzesänderung. Bei Otto-Kraftstoffen wäre es sogar 100 Prozent möglich, aber Sie werden keine Tankstelle finden. Ganz einfach deswegen, weil die Herstellung von E-Fuels extrem ineffizient und wahnsinnig teurer ist. Und deswegen wird auch das keinen Beitrag für die Zukunft leisten. Wir haben gute Konzepte und die lauten Elektroautos und eine umfassende Verkehrswende. Vielen Dank. Auf Tessa Ganserer von Bündnis 90 Die Grünen folgt jetzt Bernd Rixinger, Fraktion Die Linke. Auf Alexander Kehler am Mikrofon folgt jetzt Katharina Kühn. Wir sind mittendrin in der Debatte um bezahlbare und klimafreundliche Mobilität. Bernd Rixinger von den Linken. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ab dem Jahr 2035 sollen in der Europäischen Union keine PKWs mit Verbrennermator mehr zugelassen werden. Statt diese Entscheidung des Europäischen Parlaments zu begrüßen und als Chance für einen sozialökologischen Umbau der Automobilindustrie zu sehen, will Verkehrsminister Wissing mit einem Veto in der EU-Kommission aufwarten. Die Forderung, dass Verbrennermotoren auch nach 2035 zugelassen werden sollen, wenn sie mit E-Fuels betankt werden, ist völlig aus der Zeit gefallen. Die komplizierte Herstellung von E-Fuels ist sehr aufwendig, extrem teuer und eine absolute Energieverschwendung. Ein klassisches Elektroauto fährt mit der gleichen Strommenge drei bis fünfmal so weit wie ein mit E-Fuels betanktes Auto. Was soll dieser klimapolitische Irrsinn? Gerade bei neuen Autos gibt das keinen Sinn. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Morthorst von der FDP? Von wer? Herr Morthorst von der FDP? Ja, natürlich. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Sie sind von Hause aus Bankkaufmann und Gewerkschaftssekretär. Beides sehr respektabel und wichtig, aber ist vielleicht das eigentliche Problem, dass wir hier als Politiker gerade darüber diskutieren, welche Technologie in 10, 15 Jahren sich durchsetzen wird oder nicht. Und vielleicht sollten nicht wir das entscheiden. Und welche Angst haben Sie vor E-Fuels? Niemand verbietet das E-Auto. Niemand möchte, dass dort irgendetwas schlechter gestellt wird. Es geht darum, Dinge möglich zu machen. Welche Angst haben Sie vor Technologiefreiheit, dass Sie hier so gegen eine Antriebsart pöbeln? Vielen Dank für die Frage. Kein Dank für den Beifall. Es geht um einen Pfad, den wir politisch hier diskutieren und bestimmen müssen. Es ist aus heutiger Sicht völlig unmöglich, beide Pfade zu gehen. Es kostet sowieso den deutschen Staat extrem viel Geld, die Infrastruktur für die Elektromotorisierung auf den Weg zu bringen. Sie müssten beide Strukturen ausbauen. Das ist zu teuer und zu energieaufwendig. Es geht ja gar nicht darum, dass E-Fuels eine Bedeutung haben für Schiffe, für Flugzeuge, für viele andere Dinge und vielleicht auch für gebrauchte Autos. Es geht hier aber bei Ihrem Vorstoß um neue Autos. Und da gibt es überhaupt keinen Sinn. Ich werde in meiner weiteren Rede im Übrigen noch deutlich machen, dass das auch nicht im Sinne der Automobilindustrie ist und nicht im Sinne der Arbeitsplätze. Die Beschäftigten werden bei Ihrem Kurs verlieren. Heute gehen im Übrigen in über 200 Städten junge Menschen beim Klimastreik von Fridays for Future auf die Straße. Sie streiken gemeinsam mit den Beschäftigten von Verdi in den Verkehrsbetrieben. Sie fordern zu Recht massive Investitionen in den Ausbau von Fuß- und Radverkehr für Bus und Bahn statt in Subventionen für noch mehr Autos und Autobahnen. Sie fordern gemeinsam eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für Busfahrer und Busfahrerinnen. Darauf sollte sich der Verkehrsminister konzentrieren, anstatt sich in den Sackgassen einer verfehlten Verkehrspolitik zu verirren. Selbst den Automobilkonzernen, jetzt komme ich drauf, den Zulieferern und schon gar nicht den Beschäftigten, wird damit ein Gefallen getan, was der Verkehrsminister machen will. Die Entscheidung für Elektromotorisierung ist doch längst gefallen. Aber entgegen der vollmundigen Ankündigungen namhafter Manager der Automobilindustrie hinken gerade die Konzerne in Deutschland beim Umbau weit hinterher. Nicht einmal im Heimatmarkt Deutschland gelingt es den deutschen Herstellern, ihre gewohnten Marktanteile auch nur annähert ins Zeitalter der Elektromobilität hinüberzuretten, schreibt die Stuttgarter Zeitung diese Woche. Allein Tesla verkauft mehr Elektroautos als alle Hersteller hierzulande zusammen. Wäre die gesamte deutsche Autoindustrie ein einziger Elektroautohersteller, käme sie gleich auf mit dem chinesischen Herstellerbitt. Auf Platz zwei, sagt der Autoexperte Stefan Bratzl. Auf dem chinesischen Markt ist die Bilanz noch um ein Vielfaches schlechter. Dazu kommt, dass häufig die falschen Autos gebaut werden, zu groß, zu teuer, zu protzig, sodass Autokonzerne wie Fiat bei Elektroautos höhere Marktanteile auf dem deutschen Markt erzielen, als das bei Verbrennern der Fall ist. Die Luxusstrategie von Mercedes ist hoch profitabel, aber auch hoch riskant, gerade für die Beschäftigten. Es wäre die Aufgabe der Regierung, sich um eine sinnvolle Strategie bei der Transformation zu kümmern, eine Transformation, die sowohl das Klima als auch die Arbeitsplätze schützt. Die Entschärfung von EU-Vorgaben würde genau zum Gegenteil führen. Sie würde die Transformation bremsen, anstatt sie voranzutreiben. Außerdem muss der Anteil an privat genutzten Autos sinken, wenn wir auch nur die geringste Chance nutzen wollen, die Klimaziele zu erreichen. Und was völlig unterschätzt wird, der Bau von öffentlichen Verkehrsmitteln, von Bahn, ÖPNV, die Digitalisierung, nachhaltiger Mobilität, könnte bis zu 400.000 qualifizierte Arbeitsplätze in der Industrie entstehen lassen. Wir brauchen einen Richtungswechsel in der Verkehrspolitik, bevor es zu spät ist. Für die Bundesregierung spricht nun der zuständige Minister für Verkehr und Digitales, Volker Wissing. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich danke Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bereits jeder zweite Pkw, der im vergangenen Jahr in Deutschland neu zugelassen wurde, hatte einen alternativen Antrieb. Das zeigt, Menschen steigen um, immer mehr. Und das macht Mut. Und eine weitere Tatsache macht ebenfalls Mut, nämlich, dass die deutsche Automobilindustrie zunehmend Elektrofahrzeuge auf den Markt bringt, die mit Reichweite und Praxistauglichkeit überzeugen. Dahinter steckt ein gewaltiger Kraftakt. Ein Kraftakt, der nicht nur von Konzernmanagern aus Auto- und Zulieferindustrie zu stemmen ist, sondern vor allen Dingen auch von Hunderttausenden Menschen, die in dieser Branche arbeiten, die dort Geld verdienen und die Steuern zahlen. Steuern, mit denen wir unseren Sozialstaat finanzieren und dringend notwendige Investitionen, auch Investitionen in den Klimaschutz finanzieren. Es liegt daher in unser aller Interesse, dass die deutsche Automobilindustrie bei diesem gewaltigen Wandel erfolgreich ist. Und deshalb ist klar, Vorschriften, Regularien, die den Erfolg ausbremsen, können wir uns nicht erlauben. Und so wie die neue Abgasnorm Euro 7 im Augenblick geplant ist, würde sie vor allen Dingen Kleinwagen überproportional verteuern. Und das halte ich nicht für eine gute Idee. Und sie würde die gewaltigen Ressourcen und finanziellen Mittel binden, die dann in der Folge bei der Weiterentwicklung emissionsfreier Mobilität fehlen würde. Das kann niemand ernsthaft wollen. Und es ist widersprüchlich, wenn die EU-Kommission einerseits hohe Klimaschutzziele fordert, andererseits aber das Erreichen dieser Ziele durch überambitionierte Regulierung erschwert. Daher steht für mich fest, bei Euro 7 müssen wir noch mal ganz grundsätzlich ran. Das Ergebnis darf weder Arbeitsplätze gefährden, noch darf es dazu führen, dass Mobilität zum Luxusgut wird. Und wir haben ja jetzt einiges auch schon zu E-Fuels gehört. Und ich fand es ja bemerkenswert, dass der Kollege Riexinger die entscheidende Frage, warum er Angst vor E-Fuels hat, nicht beantwortet hat. Das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Weil eine technologische Lösung offen zu halten, ist ja kein Risiko, sondern nur eine Chance. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass wir E-Fuels nicht nur für die Bestandsflotte, sondern auch in Zukunft zulassen. Und interessant fand ich Ihre Ausführungen, Herr Kollege Bilger, als Sie gesagt haben, die Bundesregierung müsse sich gegen die Pläne der EU-Kommission stellen. Und Sie hatten eine ganze Reihe von Personen aufgezählt, die Sie auffordern, etwas zu tun für Technologieoffenheit, für E-Fuels, für die deutsche Automobilindustrie. Eine Person haben Sie vergessen, die Kommissionspräsidentin. Herr Minister, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der AfD-Praktion? Nein, Frau von der Leyen spielt ja auch keine untergeordnete Rolle bei der ganzen Sache. Und deswegen haben wir auch gegenwärtig einen Konflikt, weil die EU-Kommission zugesagt hatte, einen Vorschlag zu machen, um Verbrennungsmotoren nach 2035 zulassen zu können, wenn sie nachweislich nur mit synthetischen Kraftstoffen betankt werden können. Und deswegen ist ausgerechnet die Person besonders gefordert, die Sie in Ihrer Liste nicht aufgeführt haben. Ja, wir brauchen synthetische Kraftstoffe für die Bestandsflotte. Im Jahr 2045 wird jedes zweite Auto in Deutschland mit einem Verbrennungsmotor fahren. Und ich bin erstaunt. Wir wollen im Jahr 2045 klimaneutral sein. Aber niemand außer uns macht einen Vorschlag, wie wir das machen sollen. Denn wie wollen Sie, wenn jedes zweite Auto ein Verbrennungsmotor ist, klimaneutrale Mobilität haben, wenn Sie nicht klimaneutrale Kraftstoffe? Zur Verfügung stellen. Also ist die Kostendiskussion sicherlich eine. Ja. Natürlich muss man sich auch über die Kosten dieser Kraftstoffe unterhalten. Das ist richtig. Aber es ist ja auch nicht so, dass batterieelektrische Fahrzeuge günstiger werden als Verbrennungsmotoren. Und deswegen müssen wir die Kostenfrage im Blick haben, sowohl bei den Elektrofahrzeugen als auch bei synthetischen Kraftstoffen. Aber die Kostenfrage darf uns doch nicht, Herr Kollege Riexinger, davon abhalten, Klimaschutzziele einzuhalten. Und deswegen macht das keinen Sinn, zu sagen, ich akzeptiere, dass 2045 jedes zweite Auto in Deutschland mit einem Verbrennungsmotor rumläuft, kümmere mich aber nicht darum, dass wir klimaneutrale Kraftstoffe dafür haben. Das ist nicht überzeugend. Das ist nicht überzeugend. Und deswegen ist die Haltung der Bundesregierung klar. Wir haben immer gesagt, wir unterstützen auch Kompromisse auf europäischer Ebene. Jetzt brauchen wir eine Antwort auf die Frage, wie geht es weiter mit dem Verbrennungsmotor, wenn er mit synthetischem Kraftstoff betrieben wird, nach 2035. Diese Frage ist nicht beantwortet, obwohl die EU-Kommission sie beantworten wollte. Und deswegen will ich an dieser Stelle auch betonen, die Bundesregierung ist in diesem Punkt sehr verlässlich. Wir haben im vergangenen November mit der EU-Kommission das deutlich angesprochen. Wir waren sogar so konstruktiv, dass wir gesagt haben, wir halten das im Verfahren jetzt nicht auf. Aber wir waren natürlich schon in der Erwartung gestartet, dass die Zusage, einen Vorschlag zu machen, wie das dann funktioniert nach 2035, dass die nicht in die Schublade gelegt wird, sondern dass die abgearbeitet wird. Insofern hat die EU-Kommission und ihre Präsidentin, Herr Kollege Bilger, jetzt noch einiges zu tun. Vielen Dank. Volker Wissing, der Bundesminister für Verkehr und Digitales, dürfte zufrieden sein, dass der Beschluss über das Verbrenner aus ab 2035 aufgeschoben wurde. Das klang doch sehr an in seiner Rede. Für die Unionsfraktion spricht nun der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ulrich Lange. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter, lieber Herr Bundesverkehrsminister. Großes Lob von der Union für Ihre Rede. Wir sind ganz bei Ihnen. Wir würden uns freuen, wenn die FDP auch noch für ihren Minister klatscht. Wir sind nur etwas irritiert, weil eigentlich sitzt ja hier die Koalition, die gemeinsam fortschrittlich vernünftig regieren möchte. Da hört man schon den Widerspruch in sich, wenn man die Rede, Herr Bundesminister, gerade von Ihnen gehört hat. Wenn ich vorhin noch die Worte aus der Grünen-Fraktion im Ohr habe, über die Linken rede ich gar nicht, dann merkt man, dass es offensichtlich nicht zusammenpasst. Aus des Verbrennermotors 2035, dafür im neuen Deutschland-Tempo, der Deutschland-Takt 2070. Das sind so diese Zeitdimensionen, in denen sich diese Bundesregierung bewegt, indem sie glaubt, umzusteigen, auszusteigen oder Verkehrspolitik wohl aufgleisen zu wollen. Ja, es ist versäumt worden, durch die Ampelregierung rechtzeitig in Brüssel hier andere Ergebnisse zu erzielen. Herr Minister, Sie können sich den Vorwurf nicht ersparen, hinterherzufahren, hinterherzulaufen und jetzt versuchen, medial Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber wahrscheinlich bei Ihren Koalitionspartnern wie immer nichts zu erreichen. Und genau das müssen Sie sich in diesem Punkt hier vorhalten lassen. Sie sind nicht der Kämpfer für klimaneutrale, bezahlbare und klimaneutrale Mobilität. Denn dann hätten Sie früher kommen müssen. Heute sind Sie zu spät. Das war eine Schaufensterrede. Denn sonst bräuchten Sie ja jetzt nicht als Beistand auch Ihren Parteivorsitzenden, der gesagt hat, das wird hier zur großen Frage der FDP, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir nehmen Sie beim Wort. Wir haben Ihnen Beifall gegeben. Wir stehen zu Ihnen, wenn Sie in die echte Koalitionsauseinandersetzung gehen. Und wir sind sehr gespannt, ob Sie es dann wirklich zur Koalitionsfrage machen oder ob Sie wie immer mit einem Halbschalenkompromiss einknicken, den Sie dann verkaufen wollen, als das, was die FDP gemacht hat. Denn es geht um nichts anderes, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP. Sind Sie tatsächlich technologieoffen oder sind Sie es nicht? Sind Sie tatsächlich gleichberechtigter Partner in einer Koalition oder sind Sie nur ideologischer Steigbügelhalter? Sind Sie wirklich die Partei, für die Sie gewählt worden sind? Oder sind Sie im Endeffekt nur noch ein Abplatz, der hier Mehrheiten sichert gegen jede Vernunft? Wir brauchen eine Verkehrspolitik mit Realitätssinn. Wir brauchen vernünftige und durchdachte Ziele, die auch einzuhalten sind. Lang genug wurde in Brüssel Papier beschrieben und wieder Papier beschrieben, wo jeder sagt, das kann am Ende nicht funktionieren. Dann, bitteschön, diesen Realitätssinn, Herr Minister, den Sie hier am Rednerpult eingefordert haben, dann bringen Sie diesen und tragen Sie diesen nach Brüssel. Die Menschen brauchen bezahlbare Mobilität. Die Menschen auf dem Land sind der Verlierer, wenn Sie Ihre Flotten kurzfristig austauschen müssen. Sind Sie technologieoffen, dann stehen wir zu Ihnen. Dann helfen wir Ihnen, auch in Brüssel. Aber dafür, liebe FDP, machen Sie es tatsächlich zur Koalitionsfrage und nicht nur zur Scheindebatte. Dankeschön. Ulrich Lange hat hier doch deutlich Salz in die Wunde gestreut. Denn natürlich ist das Thema für die FDP, inwieweit sie in dieser Ampelkoalition sichtbar mit ihren Positionen durchdringt. Jetzt spricht aber für die SPD-Fraktion Isabel Kademar-Thori. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Herr Lange, bei Ihrer Rede habe ich mich gefragt, die ganze Zeit, sind Sie die Partei, die die Kommissionspräsidentin stellt? Also wie Sie agieren mit Ihrer Kommissionspräsidentin, da kann einem die Frau ja nur leid tun, ja? Sie sind ja wie die Klimakleber vor Ihrem Büro und verhindern alles, was aus der Kommission kommt. Und stellen Sie sich hier hin, und machen so, als hätten Sie mit diesen Vorschlägen nichts zu tun. Und ich gebe Ihnen recht. Der Vorschlag der Euro-7-Norm ist aus unserer Sicht, so wie er jetzt von der Kommission vorgelegt wurde, nicht zustimmungsfähig. Und da wird noch einiges zu tun sein, um ihn zustimmungsfähig zu machen. Meine Kollegin hat da auch ausgeführt, ja, sich für umweltfreundlichere Autos einzusetzen, für eine fortschrittliche Abgasnorm, die auch nicht nur Auspuff betrachtet, sondern auch Bremsenabrieb, Reifenabrieb, ist sinnvoll. Denn die Alternative, wenn einem die Luftreinhaltung irgendwie noch was bedeutet, ist ja dann gar keine Autos mehr in den Innenstädten. Das muss man sich auch mal klar machen. Und deswegen ist es, glaube ich, im Sinne der Automobilindustrie, dass wir diese Abgasnorm auch weiterentwickeln, weil Verbrennungsmotoren auch außerhalb Europas weiterhin eine Rolle spielen werden, weil sie in Ballungsräumen weltweit dieses Luftreinhaltungsthema ja auch haben. Und da deutsche Autoindustrie auch Technologieführer sein will, sein soll. Und deswegen glaube ich, dass hier auch der Weg für den Kompromiss sichtbar ist. Wenn wir klare Testbedingungen schaffen für die Euro-Norm, wenn wir die Fristen auch in eine realistische Richtung bewegen, dann kann auch die Autoindustrie die Anforderungen bewältigen und ihre Technologie weiterentwickeln, sodass die Luft sauberer wird und die Autos umweltfreundlicher werden. Ich will heute auch der Aufgabe der SPD nachkommen, hier ein bisschen zusammenzuführen und noch mal darlegen, wo sind wir uns eigentlich überall einig. Kollegin, ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der Unionsfraktion? Ja. Sehr geehrte Frau Kollegin, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Als ehemalige Abgeordnete im Europäischen Parlament weiß ich, dass der Gesetzgeber das EU-Parlament ist. Und deswegen will ich Sie einfach noch mal fragen, wissen Sie denn, wie die SPD-Abgeordneten im Europaparlament zum Thema Verbrenner aus abgestimmt haben. Und außerdem würde ich Sie auch gerne fragen, ob Sie als SPD-Fraktion im intensiven Austausch zum Kommissar Franz Timmermans stehen, weil er natürlich das Verbrenner aus auch sehr stark befördert hat. Die Kommission macht Vorschläge, aber Gesetzgeber ist dann das Parlament und der Rat. Und da kommt es natürlich auch darauf an, wie sich Deutschland verhält, auch im EU-Parlament. Deswegen die klare Frage. Wie haben Ihre Kollegen abgestimmt? Vielen Dank, Frau Kollegin, für die Frage. Ich war noch gar nicht beim Thema Verbrenner aus. Ich hatte mich jetzt erst mal auf die Euro-Norm fokussiert. Aber ich weiß sehr wohl, dass, und dazu stehen wir auch als Sozialdemokraten im Bundestag, wir die Flottengrenzwerteregelung unterstützen. Und die Kollegen im EU-Parlament sie auch unterstützen. Mein Punkt war, Sie kritisieren hier eine EU-Norm, einen Kommissionsvorschlag, Euro-Norm ist ein Kommissionsvorschlag, ist noch nicht durchs Parlament. Und Ihre Parteikollegin sitzt dieser Kommission vor. Und Sie verkünden ein Belastungsmoratorium und blockieren im Grunde genommen alles als EVP, was aus der Kommission kommt an Vorschlägen. Und da frage ich mich schon, also reden Sie auch mit Ihrer Kollegin von der Leyen darüber, was sie denn für Vorschläge zu verantworten hat. Also insofern haben wir da alle Verantwortung, an allen Stellen auch Einfluss zu nehmen und konsistent zu sein. Also lassen Sie mich zu den Flottengrenzwerten kommen. Wo sind wir uns eigentlich einig? Wir haben kein Problem mit strombasierten Kraftstoffen, mit E-Fuels. E-Fuels werden gebraucht, sie sind notwendig. Aber in den besten Szenarien der Industrie werden wir 2030 maximal 20 Prozent E-Fuels verfügbar haben für den gesamten Verkehrssektor. Da gibt es einfach Produktionsrealitäten, Engpässe wie Elektrolyseure, Transportkapazitäten, Personal, die einen Hochlauf zu 100, 150 Prozent nicht in den Raum des Realistischen stellen. Deswegen, auch da sind wir einig mit dem Verkehrsminister, wir brauchen alle Technologien, um den Verkehrssektor zu dekarbonisieren. Wir brauchen nur nicht alle Technologien in jedem Bereich des Verkehrssektors. Natürlich muss man abwägen, wo gibt es Großanträge, die man nicht sinnvoll elektrifizieren kann. Da können E-Fuels natürlich bevorzugt zum Einsatz kommen. Wo gibt es Antriebe, die sehr gut elektrifizierbar sind und man deswegen vielleicht die knappen Mengen an E-Fuels, die wir nach wie vor noch sehr, sehr lange haben werden, gezielt einsetzen kann. Und darum geht es letztendlich auch bei dem Kommissionsvorschlag. Denn die Industrie sieht auch in den optimistischsten Prognosen zu E-Fuels vor allem die Beimischung als den Weg, die E-Fuels zu verbreiten. Und Beimischung ist nun mal nicht ein zu 100 Prozent aus klimaneutralen Kraftstoffen betankbares Fahrzeug. Das ist eben eine Beimischung. Insofern führen wir hier, ehrlich gesagt, auch ein bisschen eine Phantomdebatte. Das ist über etwas, was mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden wird. Und die Automobilindustrie hat dem Vernehmen nach beim Autogipfel da auch noch mal sehr klare Worte gefunden und darum gebeten, klare Rahmenbedingungen zu schaffen. Im Pkw-Bereich setzen wir auf Elektromobilität. Die ganze Automobilindustrie in Deutschland ist auf diesem Weg unterwegs. Und Sie wünschen sich, dass diese Antriebsdebatte, die irgendwo auch im Fantasieraum teilweise stattfindet, beendet wird. Dass wir aber jetzt natürlich die Voraussetzungen schaffen. Und da bin ich auch froh, dass wir den Weg gegangen sind. Strombasierte Kraftstoffe werden jetzt zugelassen. Biokraftstoffe, auch eine wichtige Brückentechnologie. HVO-Zulassung finden wir auch richtig. Wir wollen alle Technologien da einsetzen, wo sie sinnvoll sind. E-Fuse für die Bestandsflotte, für den Schifffahrt, für die Flugzeuge, Elektromobilität. Sie können gern weitersprechen, tun das dann aber auf Kosten Ihrer Kollegen. Danke, ich bin fertig. Ich denke, wir haben noch mal klargestellt, wir sind auf einem guten Weg gemeinsam. Und wenn wir die Bahn auch noch vor 2070 in den Deutschlandpark kriegen, werden wir auch unsere Klimaziele erreichen. Vielen Dank. Isabel Kadematuri war das hier. In Ihrer Rede hat er auch noch mal auf eine Zwischenfrage von Anja Weisgerber aus der Unionsfraktion geantwortet. Und nun kommt für die AfD-Fraktion Dirk Spaniel, der verkehrspolitische Sprecher. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer. Ja, wir diskutieren hier eine tatsächliche Phantomdebatte. Das haben Sie vollkommen richtig gesagt. Es geht hier tatsächlich um bezahlbare und auch klimafreundliche, wie Sie sie nennen, Mobilität. Wichtig ist das bezahlbar. Und wenn man ein Gesetz macht, wie hier dieses Euro-7, diese Euro-7-Norm, die kommen soll, auch für Deutschland, dann muss es ja einen Sinn machen. Und jetzt wissen wir alle, die die genau hingeschaut haben, Euro 6 war ja auch schon eine deutliche Reduktion der Grenzwerte im Vergleich zu Euro 5. Und jetzt lese ich Ihnen mal vor, was in dem Bewertungsbogen zu Euro 7 steht, weil alle hier doch diskutiert haben, dass es gesundheitliche Verbesserungen bringt, drastische gesundheitliche Verbesserungen durch drastische Reduktion. Also Euro 6 hat gegenüber Euro 5 und Euro 4 teilweise eine hälftige Absenkung der Grenzwerte gehabt. Jetzt lese ich Ihnen mal vor, hier steht drin. Das führt dann dazu, dass die Euro 6-Emissionsgrenzwerte, die NOx-Emissionen in den Straßen der EU um 22 Prozent reduziert werden. Und jetzt lese ich Ihnen mal vor, was das für die Gesundheit bedeutet. Steht nämlich alles in dem EU-Papier. Die Verordnungen haben die gesundheitsschädlichen Auswirkungen des Straßenverkehrs in Form von Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen infolge des Einatmens von Luftschadstoffen geringfügig verringert. Und jetzt kommen wir zu Euro 7. Euro 7 bedeutet nämlich, dass die NOx- und Partikelemissionen in Summe gar nicht reduziert werden gegenüber Euro 6. Das heißt also, wir erwarten jetzt von Euro 7 einen Effekt, der noch nicht mal bei Euro 6 eingetreten ist. Das versteht doch jede Bankkauffrau, nur Sie offensichtlich nicht. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das heißt, Sie machen ein Gesetz mit bewusst perfiden, perfiden Regeln, die dazu führen, dass kein Auto sie erfüllen kann, nur um Ihren persönlichen Hass auf das Automobil zu befriedigen. Es geht um nichts anderes. Sie wollen Autofahren für Menschen unbezahlbar machen, ohne jeden Effekt. Und jetzt kommt noch etwas ganz Interessantes. Wir haben in diesem Parlament des Deutschen Bundestages eine demokratische Mehrheit von Leuten, die den Verbrennungsmotor erhalten wollen. Lieber Herr Minister Wissing, wenn Sie Ihren Wählern das Versprechen erfüllen wollen, dass der Verbrennungsmotor bleibt, dann haben Sie in dieser irren Koalition keine Perspektive, dieses Versprechen zu erfüllen. Und Sie finden in diesem Parlament eine Mehrheit. Sie finden in diesem Parlament eine Mehrheit, das wissen Sie ganz genau, eine Mehrheit für den Erhalt des Verbrennungsmotors. Und alle Abgeordneten der FDP müssen sich fragen, was sie wollen. Wollen Sie das Ende der deutschen Automobilindustrie und diese unendliche Qual für die Arbeitnehmer mit Elektromobilität? Haben Sie ja gerade eben selber gesagt, das wollen Sie nicht. Nein, das wollen Sie nicht. Oder wollen Sie in dieser Scheinwelt weiterleben und den Leuten ihr Auto wegnehmen? Sie haben die Wahl, Herr Wissing. Sie wissen genau, was zu tun ist. Wir unterstützen Sie dabei. Gerne. Danke. Das Wort hat der Kollege Stephan Gelbhaar für die Fraktion Bündnis 90 Diebrühe. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Herr Spaniel, dieses Pult hat zwei Mikros. Das bedeutet, man muss nicht schreien. Wie viel hören Sie, auch wenn Sie ganz normal reden und sich nicht so echauffieren? Nur so als Hinweis will ich mal gesagt haben. Die Union hat hier zwei Anträge vorgelegt, eins zu Euro 7, das andere zu, ich sage mal, platt, E-Fuels. Worum sollte es also beim ersten Antrag gehen, wenn man Euro 7 hört? Da sollte es gehen um saubere Luft für alle Menschen, um Gesundheit, um zukunftsfähige Fahrzeugindustrie, um ökologisch-sozialverträgliche Automobilität. Darum sollte es gehen. Und was hat Mr. Dieselgate, Steffen Wilger, uns hier vorgetragen? Nun diesen Antrag. Da haben wir dann, im Antrag kann man zum Beispiel lesen, dass Ammoniak und Formaldehyd, dass dort jetzt Grenzwerte auf europäischer Ebene eingeführt werden sollen. Das stellen Sie im Antrag fest, was fehlt, ist, wie Sie das bewerten. Finden Sie das schlecht? Finden Sie das gut? Man liest es nicht. Wir finden es gut, wir finden es sogar überfällig. Dann stellen Sie im Antrag fest, dass dort angeblich eine Bergfahrt mit einem vollbeladenen Pkw mit Anhänger bei Vollgas und minus 10 Grad die neuen Testbedingungen sein sollen. Mit Verlaub, die EU macht sich auf den Weg, eben gerade nicht mehr Laborbedingungen, sondern Realbedingungen zur Grundlage zu machen. Natürlich auch nicht so ein Szenario, das ist Quatsch. Worum es geht, ist, keine Schummelei mehr zu machen, Mr. Dieselgate. Zum Dritten. Im Antrag wird der Grenzwert bei den Stickoxiden thematisiert. Da stellen Sie als Union richtigerweise fest, dass die aktuellen Stickstoffoxidemissionen unterhalb des künftigen Grenzwerts liegen würden. Was wäre denn die Konsequenz? Da kann man zwei Sachen sagen. Entweder wir entspannen uns alle mal in Ruhe oder schreiben ein bisschen rum, je nachdem, welche Partei man so angehört. Oder man sagt, vielleicht sind die Grenzwerte nicht richtig. Wir müssten die vielleicht noch verschärfen, damit wir eben saubere Luft bekommen. Liest man leider dort nicht. Vierter Punkt. Der Antrag sagt, wir sind für bezahlbare und saubere Mobilität. Dann kommt nichts mehr dazu. Dann kommt etwas, was Sie machen, was leider auch der Kollege Wissing gemacht hat, der Kollege Spaniel, nämlich die permanente Gleichsetzung von Mobilität mit Auto. Sorry. Das ist noch nicht mal 1970. Das war noch nie so. Sie haben eigene Füße. Man kann auf Fahrrad fahren. Ja, in der Tat. Bus, Bahn. Man kann scheren. Alles das ist Mobilität. Das festzuhalten und das mal im Kopf, im Mindset klarzukriegen, das ist wichtig. Das schaffen Sie mit diesem Antrag nicht. Leider schaffen das auch andere nicht. Damit müssen wir leider festhalten, dass die Union hier ihre Oppositionsrolle nicht wahrnimmt. Sie beteiligen sich schlicht und ergreifend nicht mehr an der Entwicklung der Mobilität, noch nicht mal mehr am Bereich Auto. Das ist relativ traurig. Die Opposition sollte anders gehen. Sie sollten Ziele aufzeigen, wo es hingeht. Hingegen könnte auch sagen, das ist die Differenz zur Regierung. Das tun sie nicht. Sie zünden hier nur Nebelkerzen. Sie gehören bekanntlich ins Stadion und nicht ins Parlament. Deswegen kommen wir jetzt zum zweiten Antrag. Da äußern Sie sich zu den synthetischen Kraftstoffen. Ich sage mal so, Technologieoffenheit ist ein schönes Wort. Aber wer für alles offen ist, ist bekanntlich nicht ganz dicht. Deswegen geht es hier eher um Technologieklarheit, die von der Industrie eingefordert wird, um Investitionssicherheit. Es geht darum, auf europäischer Ebene eben nicht flatterhaft zu agieren, sondern verlässlich und beständig. Und ja, der Hinweis von Frau Kater-Mattori war vollkommen richtig, aber unvollständig. Das möchte ich gerne ergänzen. Ja, Frau von der Leyen hat natürlich eine Rolle bei den synthetischen E-Fuels gehabt. Natürlich. Das Verbrennerhaus ist nicht vom Himmel gefallen. Und natürlich stimmt auch zum Beispiel die Niederlande zu. Mark Rutte aus der liberalen Familie. Herr Macron, können wir jetzt mal zuordnen, wo er zugehört. Das heißt, die EU hat sich doch darauf geeinigt. Das ist doch kein grünes Projekt. Das wäre ja schön, wenn wir das mal eben so durchregieren könnten. Aber wir müssen uns genau wie alle anderen miteinander verständigen. Und das ist ja auch richtig so. Deswegen verstehe ich diesen Terz, mit dem Sie das hier vortragen, nicht. Weil Sie zeigen da mit einem Finger auf Weiß der Geier was, und die vier anderen Finger zeigen auf Sie zurück. Und das, glaube ich, geht für jede Fraktion hier. Und das müssen wir uns, glaube ich, bewusst machen. Das ist falsch. Nächster Punkt, was wir, glaube ich, gut finden, dass die Akkukraftstoffe endlich rauskommen aus der ganzen Kiste. Tanktellerdebatte wissen wir alle, will ich gar nicht vertiefen, dass wir das Palmöl endlich verbieten. Dass das in den Tank kommt, ist auch, glaube ich, richtig. Dann zu den E-Fuels. Herr Kollege Wissing, wenn wir Protokollnotizen von der EU zitieren, dann bitte vollständig. Dort ist in der Tat vereinbart worden, dass die EU-Kommission einen Vorschlag macht. Was Sie kritisieren können, finde ich vollkommen korrekt, dass der Frühjahr kommen soll, dass der Zeitplan kommen soll. Alles in Ordnung. Aber in der Protokollnotizen steht nicht mit keiner Silbe drin, dass die EU-Kommission einen Vorschlag machen soll. Das hat Frau von der Leyen nicht zugesagt, um das auch Richtung Union zu sagen. Einen Vorschlag machen soll, wie innerhalb der Flottengrenzwerte E-Fuels eingesetzt werden. Das steht dort nicht. Da steht explizit außerhalb der Flottengrenzwerte. Wenn man was zitiert, dann muss man als Minister da vollständig zitieren. Ansonsten erzählt man hier nicht ganz das Richtige. Da, wo die Union jetzt gerade so wach geworden ist, meine Frage an die Richtung Union. Sowohl im Ausschuss als auch hier erzählen Sie dann immer über E-Fuels. Dann werden immer verschiedene Länderketten aufgezählt, wo man künftig mit Windkraft E-Fuels produzieren kann. Chile wird da genannt und so weiter. Wie wäre es denn mit Bayern? Wie wäre es denn mit Bayern? Wann stellen wir nochmal Windkraft in Bayern auf? Was ist denn das für eine Nummer, auf Chile zu verweisen, wenn Sie selber Ihre Hausaufgaben nicht machen? Wenn Sie das aktiv verhindern, was ist denn das? Das ist doch verloben. Sorry, das geht gar nicht. Letzter Punkt. E-Fuels sind nicht effizient. Wir brauchen sie für Flugzeuge. Deswegen gibt der Bund übrigens auch Geld aus für Forschung und Entwicklung, damit wir das für die Flugzeuge einsetzen können. Die haben auch explizit gesagt, dass sie es brauchen. Ich glaube, in die Richtung muss es gehen. Vielen Dank. Stefan Gelbhaar war das für die Grünen, hat jedoch nochmal sehr deutlich demonstriert, wie schwierig innerhalb der Ampelkoalition es ist, da auf einen gemeinsamen Nenner zu treffen. Judith Skudelny kann nun für die FDP Antworten sprechen für Umwelt- und Verbraucherschutz. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ende 2022 hat die EU einen Entwurf einer neuen Richtlinie für Flottengrenzwerte vorgelegt. Mit der neuen Euro-7-Norm soll sich die Luftqualität insbesondere in den deutschen Städten, in europäischen Städten, deutlich verbessern. Ganz ehrlich, gegen dieses Ziel kann niemand etwas haben. Wissen Sie, was die gute Nachricht ist? Die gute Nachricht ist, seit über 30 Jahren verbessert sich die Qualität der Luft in den deutschen Städten kontinuierlich. Getrieben wird diese Entwicklung von Innovationen und technischem Fortschritt. Diese Innovationen, diese guten Ideen, die dazu führen, werden auch von unseren deutschen Ingenieurinnen und Ingenieuren entwickelt und vorangetrieben. Es sind aber genau die Ingenieurinnen und Ingenieure, die sagen – und jetzt benutze ich mal meine eigene Formulierung –, dass die neuen Vorgaben der Euro-7-Norm irgendwo zwischen überambitioniert, vollkommen irre und absolut unmöglich liegen. Ich mache es einfach mal an drei Beispielen fest, damit wir es reduzieren. Meine Redezeit reicht leider nicht aus, um alles zu sagen. Aber erstens, im Entwurf wurde die nominelle Verschärfung der Grenzwerte nicht gemacht. Sie wurden vereinheitlicht. Was aber geändert wurde, sind die Testbedingungen. Man hat die Testbedingungen oder die Testrandbedingungen, wie Sie offiziell halten, deutlich verschärft. Und faktisch bedeutet das, dass in den nächsten drei Jahren die Emissionen aus den Fahrzeugen halbiert werden sollen. Meine Damen und Herren, wenn es möglich wäre, hätten wir es schon längst getan. Das sind Ziele, die sind einfach nicht umsetzbar. Was noch besser ist, ist der Zeitrahmen. Ich habe es gerade gesagt. Im Moment ist es so, dass wir für die Zulassung neuer Motoren ein bis zwei Jahre benötigen. Diese neuen Wundermotoren müssten von unseren Ingenieuren, von unseren Fachleuten, also innerhalb eines Jahres entwickelt werden. Das ist selbst von den besten Fachleuten nicht leistbar und damit vollkommen irre. Und das letzte und zum ersten Mal ein Lobung. Ich mache der EU noch nicht mal mehr den Vorwurf, hier vollkommen nur gegen den Verbrenner zu handeln, weil wir haben auch neue Grenzwerte, was den Abrieb von Feinstaub von den Reifen betrifft, von den Bremsen betrifft. Das ist tatsächlich eine vernünftige Regulierung. Wir haben auch in der Vergangenheit gesehen, dass ein nicht unerheblicher Anteil des Feinstaubs eben von den Bremsen kommt. Das betrifft Verbrenner, das betrifft E-Mobilität, das betrifft übrigens auch Fahrräder. Aber das ist eine sehr gute Regulierung. Allerdings soll auch diese Regulierung Juli 2025 in Kraft treten. Und heute können wir das noch nicht mal mehr verbindlich messen. Eine gute Idee. Das ist eine gute und richtige Idee. Aber wenn Dinge nicht umsetzbar sind, dann können wir sie einfach nicht leisten. Das politisch Gewollte sollte nicht mit dem technisch Machbaren verwechselt werden. Wir können Strukturwandel und wir brauchen Strukturwandel in der Automobilität. Wir können aber und wollen keinen Strukturbruch. Oder wie es ich sagen würde, manchmal denke ich, die in der EU haben einfach nicht mehr alle Latten am Zaun. Kommissar Breton hat gesagt, er will mit der strengen Regulierung die europäische Technologieführerschaft auf den Weltmärkten erreichen. Aber mit der Regulierung, wie wir sie hier in Euro 7 haben, oder auch bei der Frage der Flottengrenzwerte, sind wir nicht die Sturmspitze. Wir spielen uns hier ins absolute Abseits. Was jetzt den Antrag der CDU betrifft. Ja, vieles von dem, was dort drin steht, können wir unterschreiben. Aber vielleicht wendet ihr euch mit euren Bemühungen mal an eure eigene Kommissionspräsidentin, Frau von der Leyen. Die ist Mitglied der CDU und die unterstützt unseren Verkehrsminister in der ganzen Breite nicht. Mit deren Unterstützung würden wir vielleicht hier nicht debattieren, sondern in Europa schon die richtigen Regelungen haben. Am Ende wird in Europa auch keine Richtlinie so verabschiedet, wie gemacht wird. Die Ampel wird sich darum kümmern, dass die Ziele ambitioniert, aber der Weg dorthin machbar sein wird. Judith Iskudelny war das. Und nun kommen wir wieder zur Opposition. Christian Hirte spricht jetzt für die Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, made in Germany oder German Engineering hat ja einen Klang in der Welt. Auch und vor allem in der Automobilindustrie deutsche Autos sind der Wunsch und das Ziel vieler Menschen in der ganzen Welt, jedenfalls bis heute. Es ist aber allerdings keine Selbstverständlichkeit, dass wir in einer solchen Situation sind. Das war das Ergebnis von deutscher Ingenieurskunst, von harter Arbeit, nicht zuletzt aber auch von einem Umfeld, das genau das ermöglicht hat. Gute Ausbildungsmöglichkeiten, gute Regulierung und eine Situation in Deutschland, die hervorragend dafür war. Wie ist die Situation heute? Noch steht die deutsche Automobilindustrie für deutschen Wohlstand. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo das angegriffen wird, wo der Verbrenner als Feindobjekt insbesondere von den Grünen gesehen wird, wo wir einen Angriff haben, nicht nur auf die individuelle Mobilität, sondern auf unser volkswirtschaftliches Geschäfts- und Erfolgsmodell. Und meine sehr geehrten Damen und Herren von den Grünen, dass Sie meinen, das, was jetzt vorgeschlagen wird, sei noch nicht genug, Herr Gelbhardt, man muss noch schärfer werden, zeigt doch nur, was Geistes Kind ist, die Sie sind, wenn Sie meinen, dass man die Mobilitätswende mit dem Lastenfahrrad organisieren kann, funktioniert das doch nicht für ein Industrieland wie unseres. Deswegen, meine Damen und Herren, insbesondere auch von den Liberalen und Herr Verkehrsminister, wir sind ja froh zu hören, dass wir heute andere Worte hören, dass wir wahrnehmen, dass Sie jetzt auch auf europäischer Ebene versuchen zu relativieren, was bisher die Abgeordneten der Sozialdemokraten und der Grünen im Europäischen Parlament mit Unterstützung der Liberalen in der Regierung bisher auf den Weg gebracht haben bei Verbrennerverbot. Es ist genau richtig, das jetzt in Frage zu stellen, weil das am Ende nichts bringt, weder für den Klimaschutz, weder für den Umweltschutz und schon gar nicht für unseren Standort Deutschland. Wir haben gerade gehört von der Kollegin Skudelny, ich hätte es gar nicht so drastisch formuliert, es sei vollkommen irre, was vorgeschlagen ist. Die Grünen sehen das ja offenkundig anders. Aber in der Tat, es ist so, dass das, was vorgeschlagen wird, gerade mit der Euro-7-Norm, nicht praktisch funktioniert. Es ist schlicht nicht machbar. Und es ist ein Schaden. Es ist ein Schaden für unser Land, weil Forschung und Entwicklung in Projekte gesteckt werden müsste, die keine Zukunft mehr haben. Es ist ein Schaden, weil Ressourcen verschwendet werden für eine Technologie, die keine Zukunft mehr haben soll. Es ist quasi so etwas Ähnliches, von den Grünen wahrscheinlich gewollt, wie das Vorziehen des Verbrennerverbotes, weil bestimmte Technologien schlicht nicht mehr funktionieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zu versuchen, All Electric in allen Lebensbereichen, auch in der Mobilität auf den Weg zu bringen, kann am Ende nicht funktionieren. Verbrennerverbot heißt All Electric, Herr Gelbhaar. Und das ist genau der falsche Weg. Es ist ein Weg, den am Ende sich niemand mehr leisten kann, außer vielleicht gut verdienende grünen Wähler. Unser Ziel ist es nicht. Wir wollen, dass man sich den Realitäten stellt. Die Kollegen und die Sprecher der FDP haben das gerade deutlich gemacht. Das unterstützen wir ausdrücklich. Es ist auch deswegen falsch, mit der Euro-7-Norm so umzugehen, wie wir es momentan sehen, weil es schlicht der falsche Zeitpunkt ist. 2025 ist völlig unmöglich, auf den Weg zu bringen. Wir sind in einer Situation, wo wir Krieg in Europa haben, wo wir Rekordinflation haben, wo wir Lieferketten haben, die in Frage gestellt sind. Deswegen, liebe Kollegen, insbesondere von der FDP, aber auch von den Sozialdemokraten, die ja zum Teil zugestimmt haben, was wir in unserem Antrag fordern. Unterstützen Sie uns. Stimmen Sie unserem Antrag zu. Helfen Sie, dass Deutschland auch in der Zukunft der Wachstumsmotor und die Automobilindustrie der Garant für Wohlstand und Fortschritt ist. Vielen Dank. Hier ganz klares Werben um die Koalitionäre von Christian Hirte. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt Dorothee Martin, verkehrspolitische Sprecherin. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, was brauchen wir für einen klimafreundlichen Verkehr? Wir brauchen die Antriebswende, wir brauchen aber auch eine ganzheitliche Mobilitätswende. Und es ist ja richtig, dass wir so viel über PKW und Straßenverkehr reden heute Morgen. Denn die meisten Emissionen werden nun mal auf der Straße verursacht. Und für uns ist klar, der entscheidende Schlüssel, und das sagen auch alle Wissenschaftler, für mehr Klimaschutz im Straßenverkehr ist der beschleunigte Hochlauf der Elektromobilität, ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur und ist auch der Ausbau der erneuerbaren Energien dafür. Und daher ist es richtig, dass wir uns auch im Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt haben, dass wir bis 2030 15 Millionen E-Autos im Bestand haben wollen und dafür auch eine Million Ladepunkte errichten wollen. Und genau dafür brauchen wir jetzt auch eine zügige Umsetzung des ja neu erweiterten Masterplans Ladeinfrastruktur durch das BMDV, denn es braucht ein flächendeckend gutes Ladenetz. Und da wir ja heute in der Debatte schon so viel über Realitäten, Realitätschecks geredet haben, dann schauen wir uns das doch mal an. Die Kollegin Ganserer hat ja eben schon einige Beispiele genannt. VW hat den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor vorgezogen auf 2033. Bis 2029 werden allein 79 neue Elektroautomodelle auf den Markt kommen. Nissan hat gestern erklärt, dass Europa der Kernmarkt der Elektromobilität für sie wird. Die Peugeot-Chefin sagt, die Elektromobilität ist die beste Lösung. Das ist die Realität. Denn die Automobilindustrie hat sich doch längst schon eine Roadmap für den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor gegeben. Sie treibt Investitionen voran, sie treibt Innovationen voran, auch mit deutscher Ingenieurskunst. Und genau das ist wichtig, dass wir diesen europäischen Standort hier weiter fördern. Wir sind klar, die Industrie ist klar. Und das ist wichtig, auch für die Arbeitsplätze der Zukunft, meine Damen und Herren. Und daher auch bei allen Diskussionen hier um Technologieoffenheit, um E-Fuels, um die Debatte auf europäischer Ebene für E-Fuels außerhalb der Flottengrenzwerte bei Neuzulassungen, ist doch wirklich entscheidend. Eben diese Verlässlichkeit im politischen Handeln, diese klaren Rahmenbedingungen weiterzugehen, das braucht die Industrie, das brauchen die Beschäftigten und das brauchen auch die Verbraucherinnen und Verbraucher. Das ist unsere Aufgabe. Und das werden wir auch als Bundesregierung in Europa, in Brüssel so weiter fortführen. Wenn wir jetzt aber die Klimawende in der Mobilität schaffen wollen, da dürfen wir doch bitte nicht nur den Blick auf das Auto verengen. Wir brauchen neben den technischen Neuerungen vor allem doch Maßnahmen auch der Verkehrsverlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsmittel. Denn ich bin auch davon überzeugt, zur Erreichung dieser Klimaziele, da müssen wir doch auch das Mobilitätsverhalten ändern. Ein Weiter-so kann es doch auch dort nicht geben. Und dafür brauchen wir doch deutlich bessere Angebote und Anreize. Das schaffen wir jetzt zum Beispiel mit dem Deutschland-Ticket, mit einem dauerhaften Anreiz auch für den Umstieg vom Individualverkehr hin zum ÖPNV. Und das muss auch natürlich auf der Schiene weitergehen mit einem deutlichen Fokus. Kollegin Martin, achten Sie bitte auf die Zeit. Letzter Satz, Frau Präsidentin. Weil doch egal, über welche Antriebsart wir im Straßenverkehr. Wir reden. Das klimafreundlichste Transportmittel für Personen und für Güter, das ist und bleibt die Schiene. Und da wird unser Fokus an Mobilitätspolitik drauf liegen. Herzlichen Dank. Applaus Herr Präsident, Sie wissen esushing im Berichter, mehrfach im Bericht der Wasserstraßen. Machen Sie länger. In ihm im Berichter der Radverkehrspläne machen Sie weniger als wir. Insofern geht es mehr zurück als nach vorne. Insofern ist noch kein Konzept, dass das jetzt die nächsten Jahre funktionieren wird. Deswegen ist es umso ärgerlicher, dass wir in dem Bericht der PKW und der Verbrennermotoren den falschen Weg einschlagen. Ich hatte eigentlich gedacht und gehofft heute, dass wir mit der Debatte etwas Klarheit hineinbekommen. Ich Ich hatte diese Woche, als der Herr Wissing gesagt hat, er wird hier ein Machtwort sprechen, der Verbrenner aus wird nicht so kommen nächste Woche, habe ich gedacht, jetzt haben wir eine klare Linie. Es ist das Klarheit und Sicherheit, auch für die Technologieoffenheit, die ja so wichtig ist und die wir alle auch gemeinsam unterstützen. Aber nach der heutigen Debatte muss man sagen, es ist mehr denn je unsicher und für die Beschäftigten immer mehr Unklarheit im Raum. Und das ist etwas, was dem Industriestandard Deutschland, dem Technologiestandard in großer Form schadet und auch langfristig gesehen uns eher zurückwirft und nicht ein Fortschritt sein wird, sondern eher ein Rückschritt darstellen wird. Wir haben, und das ist ein Bereich, wo wir Weltmarktführer sind. Es sind Weltmarktführer mit verschiedenen Technologien, auch im Bereich der LKWs, der Rehbefahrzeuge. Die Automobilbranche ist ein Wachstums- und auch ein Wohlstandsthema für uns, in ganz, ganz hohem Maße. Und für über 4 Millionen Menschen eine sichere und auch eine gute Arbeit. Und diese Menschen haben derzeit auch ganz große Sorgen, was man sieht in Stuttgart bei Bosch. Über 150.000 Menschen bei Bosch sind von diesem Thema abhängig und haben große Sorgen, was derzeit passiert. Und auch da ist diese Unsicherheit und diese Unflüssigflässigkeit eine ganz, ganz große Gefahr. Auch hier bitte ich, dass wir mehr Aufmerksamkeit und etwas mehr auch Respekt verdienen. Der Herr von den Grünen hat gesagt, wir sollten da nicht so einen Terz machen für dieses Thema. Ich glaube, der Terz ist berechtigt. Und ich glaube, wir sollten auch hier schauen, dass wir ernsthaft mit diesen Sorgen der Menschen auch umgehen, liebe Kollegen. Die große Frage, die wir und ich habe gesagt, wo ist denn die SPD? Wo ist die SPD und der Bundeskanzlerin dieser großen Frage? Die SPD-Kollegen im Parlament in Brüssel stimmen für Verbrenner aus. Die Kollegin Schulze als Ministerin sagt, Verbot von Biokraftstoffen. Ja, ein Rückschritt nur für die CO2-Reduktion. Weil Biokraftstoffen wird heute schon über viereinhalb Millionen Tonnen jedes Jahr einsparen. Und dann raus aus dem wäre, wie gesagt, viereinhalb Millionen Tonnen mehr CO2. Auch das wäre ein großer Rückschritt. Und hier hört man wieder in Berlin, dass Herr Scholz anscheinend hintenrum den Herrn Wissinger unterstützt. Auch hier, die SPD ist total ausfallen, diese Fragen. Wir brauchen auch hier ein klares Bekenntnis zum Standort Deutschland und zu diesen Arbeitsplätzen. Auch das ist etwas, was dringend notwendig ist, meine Damen und Herren. Wir erwarten grundlegende Veränderungen des Vertrags. Nächste Woche, ich habe eine gute Zeit bekommen, diese Abstimmung wird nochmal verschoben. Aber es braucht jetzt auch Worte, nicht nur Taten. Es braucht Taten, sondern auch Worte. Wir brauchen jetzt auch eine ganz klare Änderung der Gesetze in Brüssel. Und damit auch eine wirkliche Chance für E-Fuels, für Biokraftstoffe. Und damit auch einen technologieoffenen Ansatz, der dann auch Klimaschutz bedeutet und Arbeitsplätze sichert. In diesem Sinne, Herr Wissing, viel Erfolg. Kollege, denken Sie an den Kollegen Ploss, der noch reden möchte? Dankeschön. Der Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau drohte damit indirekt schon an, dass, wenn Thomas Barreis zu lange spricht, Christoph Ploss Zeit abgezogen wird. Aber das ist nochmal gut gegangen. Herr Sebastian Rollhoff nun für die SPD-Fraktion erst einmal. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf auch aus wirtschaftspolitischer Perspektive zunächst mal vor der Klammer klarstellen, dass die Erreichung der deutschen und der europäischen Klimaziele selbstverständlich höchste Priorität haben müssen. Und da ist der Verkehrsbereich selbstverständlich gefordert. Und deswegen ist es wichtig, dass wir genau diese Diskussion heute führen. Das geht einerseits für den Klimaschutz, aber natürlich auch für die Luftreinhaltung zum Beispiel in Städten. Klar ist aber aus der Perspektive der Industrie auch, dass es vor allem Planungssicherheit braucht. Die Industrie kann viel. Die Industrie hat in Deutschland viel technische Exzellenz. Sie muss aber auch wissen, auf was sie sich einstellt. Und mit dem Absehbaren, das ist ja jetzt nochmal verschoben worden, ich glaube aber, dass da nicht viel inhaltlich dran zu rütteln ist, beschlossenen Verbot der Neuzulassung von Verbrennermotoren ab 2035 ist ein Zeitrahmen gesteckt. Da kann die Industrie sich darauf einrichten. Und sie tut es auch schon. Wir haben es gehört. Ob da jetzt Debatten wie, ich muss die Präsidentin bitten, um Einhaltung der Redezeit, deswegen habe ich keine Zeit und tun ein bisschen schneller machen, warum wir da jetzt teilweise ein bisschen auf Nebenkriegsschauplätze uns begeben, wie zum Beispiel beim Thema E-Fuels, habe ich noch nicht ganz verstanden. Das kann an mir liegen. Wir können die Diskussion auch gerne weiterführen. Aber da ist noch ein gewisses Erkenntnisinteresse da. Und genau bei diesem Punkt setzt auch die Kritik am aktuellen Vorschlag zu Euro 7 an. Wie gesagt, die Industrie stellt die Weichen mit Blick auf Klimaneutralität. Und eine neue Verordnung, die die Rechtslage jetzt aber nochmal verändert, würde dazu führen, dass Investitionsmittel anderweitig gebunden werden, teilweise auch Beschäftigung bedroht wird oder Kleinstwagenmodelle eingestellt werden können. Das kann auch wieder soziale Probleme mit sich bringen. Dementsprechend hat sich mir der Sinn von Euro 7 noch nicht ganz erschlossen, insbesondere weil ja die Emissionswerte im Ergebnis beim Pkw gleich bleiben würden, nur eben bei Testrandbedingungen völlig, also ich finde, völlig unrealistische Anforderungen gestellt würden. Dementsprechend können wir gerne über strengere Grenzwerte reden, was uns betrifft, aber eben nicht über eine Veränderung nur bei den Testrandbedingungen. Da bleibt die Kritik soweit erhalten. Und das Gleiche gilt auch für schwere Nutzfahrzeuge. Ich weiß aus meinem alten Leben, dass die Entwicklung eines neuen Lkw ungefähr zehn Jahre dauert. Und ich weiß auch, dass die Industrie längst bei batterieelektrischen Antrieben und Brennstoffzellenantrieben dabei ist, um mehr Klimaneutralität zu erzeugen und diesen Weg zu gehen. Auch hier würde eine Euro 7-Regelung, die im Ergebnis nur eine leichte Verbesserung der Grenzwerte bringt, aber die Planungssicherheit massiv erschüttert, wenig bringen. Dementsprechend freue ich mich, dass wir uns einig sind, dass die Zukunft klimaneutral ist. Über den Weg streiten wir in Zukunft gerne weiter, aber bitte auch mit Maßnahmen, die der Sache dienen. Vielen Dank. Danke. Das Wort hat Dr. Christoph Ploss für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal haben wir uns sehr gefreut, dass E-Fuels, das klimaneutrale Kraftstoffe, das E-Diesel in Zukunft an Tankstellen vertrieben werden können. Wir sind eines der letzten Länder in der Europäischen Union, in denen das nicht möglich ist. Wären Sie, liebe Ampelkoalition, den Anträgen der CDU-CSU-Fraktion gefolgt, dann hätten wir das schon längst in Deutschland beschließen können. Aufgrund der Ergebnisse der Landtagswahlen in den vergangenen Monaten erfreut uns auch sehr, dass die FDP jetzt doch dafür kämpfen möchte, dass es kein Ende des klimaneutralen Verbrennungsmotors geben wird. Wir werden Sie dabei, lieber Herr Wissing, unterstützen. Sie haben hier die politische Unterstützung der CDU-CSU-Fraktion, wenn Sie das Richtige tun. Wir werden Sie aber auch daran messen, ob Sie liefern werden und ob Ihren Worten Taten folgen werden. Wir werden genau wie das Land auf die Abstimmung in Brüssel schauen. Es darf kein Ende des klimaneutralen Verbrennungsmotors geben im Sinne des Klimaschutzes und im Sinne von Hunderttausenden Arbeitsplätzen in unserem Land. Kollege Ploss, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Gelbhau? Vielen Dank, Herr Kollege. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Sie haben ja gerade gesagt, dass man E-Fuels in so vielen Ländern schon tanken kann. Können Sie mir denn sagen, in welchen Ländern denn tatsächlich E-Fuels getankt wird? Schauen Sie nur in die europäischen Nachbarstaaten. Jetzt fehlt mir die Redezeit, die alle aufzuführen. Aber ich schicke Ihnen gerne eine Grafik. Sprechen Sie mit den Verbänden. Herr Gelbhau, entweder bleiben Sie stehen. Herr Kollege Gelbhau, Ihr Auftritt bei der ganzen Debatte ist wirklich das Symbol, warum die Grünen hier in Berlin abgewählt wurden. Und ich kann Ihnen nur sagen, so wie Sie, ich bin der Letzte, der jetzt Herrn Wissing in den vergangenen Monaten verteidigt hat. Er hat genug Fehler gemacht. Aber so wie Sie Ihren Minister aus der Koalition behandeln, so etwas tut man nicht. Und wir werden Ihnen im Nachgang gern die Grafiken zur Verfügung stellen. Denn eines, das ist doch ganz klar, Sie brauchen doch keine Angst vor E-Fuel zu haben. Wenn wir als Politik die Ziele definieren, dann können doch Unternehmen, dann können Verbraucher in der sozialen Marktwirtschaft entscheiden, auf welchem Wege die Klimaziele erreicht werden. Wir brauchen aber keinen Klimaschutz mit immer mehr staatlichen Vorgaben und mit Staatswirtschaft, sondern Klimaschutz erreichen wir mit Technologieoffenheit und sozialer Marktwirtschaft. Das wird der Ansatz der CDU-CSU-Fraktion sein. Und dabei werden wir Sie, Herr Wissing, unterstützen, wenn Sie in den nächsten Wochen das Richtige tun. Herzlichen Dank. Christoph Plos war das, und damit kommen wir hier zum letzten Redner in dieser doch sehr aufgeregten Debatte. Das ist Markus Hümpfer für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich bin Industriemechaniker und ich bin Ingenieur, einer von 40 Ingenieurinnen und Ingenieuren im Deutschen Bundestag. Und ich komme aus der Automobilindustrie. Jetzt mache ich Klimaschutz und Energiepolitik. Grund genug also, sich mal mit Ihren Anträgen zu beschäftigen. Und mich verwundert da schon, was da so drinsteht. Sie fordern zum Beispiel klimafreundliche Alternativen zur Elektromobilität, beispielsweise Wasserstoffverbrenner und E-Fuels. Wir produzieren in Deutschland 55 Terawattstunden Wasserstoff jährlich aktuell. Und der wird vorwiegend in der chemischen Industrie verwendet. Und der geringste Teil davon ist überhaupt grüner Wasserstoff. Die nationale Wasserstoffstrategie geht von einem Bedarf an Wasserstoff aus in Höhe von 110 Terawattstunden bis 2030. Bis 2050 von einem Bedarf in Höhe von 380 Terawattstunden. Und es gibt Studien, die gehen von einem noch viel höheren Bedarf aus. Die Produktionskapazität muss also deutlich steigen. Das ist eine Herkulesaufgabe. Eine Herkulesaufgabe ist aber auch die Verteilung dieses Wasserstoffs. Denn irgendwie wollen gerade alle Wasserstoff. Die Industrie, die Gebäudewärme, der Verkehrssektor. Und im Energiebereich wollen wir Wasserstoff auch zur Stromerzeugung nutzen. Nur davon gibt es zu wenig. Und der Hunger ist riesig. Also müssen wir schauen, wie wir den Bedarf gedeckt bekommen. Und wir müssen die Produktionskapazitäten ausbauen. Das hätten Sie die letzten 16 Jahre schon angehen können. Aber Sie waren doch zu bequem. Das ist doch die Wahrheit. Jetzt müssen wir aufräumen, was Sie nicht angepackt haben. Ständig kehren wir den Scherbenhaufen auf, den Sie hinterlassen haben. Wir müssen zwei Dinge tun. Erstens den vorhandenen Wasserstoff so einsetzen, dass er effizient und möglichst im Sinne des Gemeinwohls effektiv genutzt wird. Und das hat sicherlich nicht in Ihren sogenannten Wasserstoffverbrennern Sinn. Das sieht Volkswagen genauso wie die Boston Consulting Group und andere Unternehmen. Wasserstoff muss vorrangig dort zum Einsatz kommen, wo er sich langfristig auch wirklich durchsetzen kann. Und das ist die Industrie. Mit Wasserstoff dekarbonisieren wir Stahl, Zement, Kalk. Mit Wasserstoff erhalten wir den Wirtschaftsstandort Deutschland. Mit Wasserstoff sichern wir die Arbeitsplätze in unserem Land. Zweitens müssen wir die Elektrolysekapazitäten ausbauen. Und das, liebe Union, setzen wir bereits um. Und zu den E-Fuels muss ich Ihnen auch noch was sagen, Herr Ploss. Ich habe noch ein paar Sekunden Zeit. Ja, die werden eine Rolle spielen. Das steht außer Frage. Überall dort, wo wir ansonsten schwer dekarbonisieren können, im Luftverkehr. Im Schiffsverkehr, im Schwerlastverkehr, aber im Individualverkehr halt nur eine kleine Rolle. Und ich kann Ihnen auch sagen, woran das liegt. Der Gesamtwirkungsgrad eines E-Autos liegt bei 76 Prozent. 76 Prozent, das ist unschlagbar. Der Gesamtwirkungsgrad eines Autos, das mit E-Fuels fährt, liegt bei 13 Prozent. 13. Allein 45 Prozent der Energie gehen für die Wasserstoffproduktion drauf. Und das ist ökonomisch absolut sinnfrei, E-Fuels dort zu benutzen. Und deshalb diskutieren wir gerne Ihre Anträge im Ausschuss weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 5.806, 5.807 und 5.812 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. So, und damit ist zumindest jetzt einmal das Thema Abgasnorm erledigt. Denn wir widmen uns nun einem außenpolitischen Thema. Sie haben ja auch schon den neuen Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, gesehen. Denn es soll jetzt um einen Einsatz der Vereinten Nationen gehen, nämlich im sogenannten jüngsten Staat der Welt. In Südsudan gibt es einen Einsatz der Vereinten Nationen, an dem sich auch die Bundeswehr beteiligt. Und da wird jetzt der Bundestag darüber diskutieren, ob dieser Einsatz für ein weiteres Jahr verlängert wird. Das ist nach Willen der Bundesregierung notwendig, denn im Südsudan ist die Lage doch mehr als dramatisch. Der Südsudan kommt nicht zur Ruhe seit seiner Gründung 2011. Mehr als 2,2 Millionen Menschen sind geflüchtet. Und die Menschen, die dort leben, leiden unter Hunger, unter der Armut und auch unter der Gewalt. Denn es gibt eine Vielzahl sozialer und politischer Konflikte. Boris Pistorius wird jetzt hier seine erste Rede zu dieser Mission halten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Seit einem Jahr ist unsere sicherheitspolitische Aufmerksamkeit auf Russland und die Ukraine fokussiert. Das kann niemanden verwundern. Das ist angesichts des Krieges und des Leids richtig und notwendig. Und Putin führt nicht nur Krieg gegen die Ukraine, er attackiert gleichzeitig die internationale Ordnung und die Grundlagen des Völkerrechts. Der Krieg hat zudem ganz konkrete Auswirkungen auf den globalen Süden, zum Beispiel in Form gestiegener Lebensmittelpreise oder knapper werdender Rohstoffe. Russland spielt außerdem seit Jahren eine immer aktiver werdende Rolle in Afrika, und zwar eine destabilisierende. Vor diesem Hintergrund müssen wir auch unser Engagement für Frieden und Stabilität in der Welt aufrechterhalten und punktuell ausbauen. Wir tun das in zahlreichen Ländern, aber nirgendwo so engagiert wie in Afrika. Insgesamt reden wir in Mali, in der Sahelzone und im Südsudan über 1.200 der rund 1.800 Soldatinnen und Soldaten, die Deutschland insgesamt aktuell in Auslandsmissionen im Einsatz hat. Auch das ist richtig und notwendig, meine Damen und Herren. Unsere Bundeswehr beteiligt sich seit 2011 in diesem Rahmen am wichtigen Blauhelmeinsatz der Vereinten Nationen im Südsudan. Die Bundesregierung hat nun beschlossen, diesen Unmisseinsatz um ein weiteres Jahr zu verlängern. Wir bitten das Parlament daher heute um die Erneuerung des Bundestagsmandats für die deutsche Beteiligung an dieser Mission. Dieser Einsatz, der Unmisseinsatz, ist für Deutschland jedenfalls eine vergleichsweise kleine Mission. Für die Menschen im Südsudan aber ist diese Mission einer der wenigen Stabilitätsanker in einer ansonsten katastrophalen Lage. Die Lage im Land ist geprägt von ethnischen Konflikten. Sie entladen sich in massivster politischer Gewalt und im Kampf um karge Ressourcen. Die Berichte sprechen von äußerster Brutalität, von sexualisierter Gewalt, von Gewalt gegen Frauen in unvorstellbarem Umfang. Fast 90 Prozent der Bevölkerung und 9 Millionen Menschen sind dauerhaft auf humanitäre Hilfe aus dem Ausland angewiesen. Die Lage vor Ort, und das kann man gar nicht anders beschreiben, ist erschütternd. Der Friedensprozess, der nach dem Ende des Bürgerkriegs 2018 vereinbart wurde, hat kleinere Fortschritte gebracht. Aber er hat tragischerweise bisher nicht annähernd die Fortschritte, die Erfolge gebracht, die nötig wären, um den Menschen wenigstens ein Mindestmaß an Stabilität oder Perspektive zu bringen. Aber dass uns diese tragischen Berichte überhaupt erreichen und dass sie dafür sorgen, dass die Lage in diesem Land nicht vergessen wird, gerade bei uns nicht vergessen wird, hat auch mit den deutschen Militärbeobachterinnen und Beobachtern, den Frauen und Männern der Bundeswehr zu tun, die dort Dienst tun, meine Damen und Herren. Sie dokumentieren unter schwierigen Bedingungen die Lage vor Ort. Sie sorgen dafür, dass die politischen und die bewaffneten Gruppierungen im Land sich eben nicht völlig unbeobachtet fühlen können. Das schafft in ganz kleinen Ansätzen den Schutz der Bevölkerung, den die UN mit Unmiss leisten will. Im Dezember nächsten Jahres oder 2024 soll im Südsudan gewählt werden. So sieht es das Friedensabkommen vor, das für diesen Zweck bis zum Februar 2025 verlängert worden war. Gleichzeitig soll der Verfassungsprozess voranschreiten, um ein tragfähiges politisches Gerüst entstehen zu lassen, ein Gerüst, an dem sich das von Fäden zerrissene Land hoffentlich allmählich wird aufrechten können. Meine Damen und Herren, die UNO-Kräfte, zu denen auch unser deutscher Anteil gehört, sind ja vergleichbar gering. Aber sie sind wichtig dafür, dass beide Prozesse, Wahl und Verfassungsgebung, überhaupt stattfinden können. Sie tragen mit dazu bei, Schlimmeres und einen Rückfall in weiteres Chaos und Bürgerkrieg im Land zu verhindern. Jedenfalls ist das die Hoffnung nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Mission ist dabei hoch angesehen, sowohl im Land selbst als auch in den Nachbarstaaten. Auch das ist wichtig. Deutschlands Beitrag wird von den UNO-Partnern sehr geschätzt. Neben der Entsendung von Personal sind wir auch mit rund 28 Millionen Euro größter Beitragszahler in den internationalen Peacebuilding-Fonds, der den Friedensprozess unterstützt. Eingebettet ist dieses Engagement in einen starken Beitrag von Entwicklungshilfe rund 300 Millionen Euro und humanitäre Hilfe in Höhe von rund 77 Millionen Euro. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn der Südsudan überhaupt eine Chance haben soll, dann ist es geboten, dass wir uns dort weiter engagieren. Wir müssen ein Interesse daran haben, dort Flagge zu zeigen, weil unser Einsatz kluge Sicherheitspolitik ist. Jedes Mehr an Stabilität, gerade in dieser Region, bedeutet auch ein Mehr an Stabilität für uns in Europa. Migration ist dabei nur ein Stichwort. Weil wir das Engagement in dieser Region nicht denen überlassen können. Das ist der zweite Grund, denen die Stabilität weitaus weniger am Herzen liegt. Man könnte auch sagen, es ist ihnen egal. Wir alle kennen die Aktivitäten Russlands und Chinas an diesen Orten. Und schließlich und nicht zuletzt geht es ganz schlicht um Humanität. Das Schicksal dieser Menschen kann und darf uns nicht gleichgültig sein. Wir alle wissen, dass wir den Frieden im Südsudan nicht erzwingen können. Aber wir können den Menschen vor Ort helfen. Wir können ihnen helfen, sich zumindest ein Stück weit in diese Richtung zu bewegen. Wir können ihnen dabei helfen, zu einer Verständigung zu kommen, die eine friedlichere Zukunft ermöglicht oder wenigstens die Perspektive dahin eröffnet. Und unsere Soldatinnen und Soldaten, meine Damen und Herren, tragen dazu bei, Ihnen gilt mein, und ich denke auch der Dank des ganzen Hauses, mein ganz herzlicher Dank und mein tief empfundener Respekt für Ihren herausragenden und wichtigen Einsatz in einer angespannten Situation unter hochgradig widrigen Umständen. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie daher heute darum, unseren Einsatz vor Ort mit einem neuen Mandat zu verlängern. Deutschland übernimmt damit in herausfordernder Zeit weiter Verantwortung in einer wichtigen Krisenregion dieser Welt. Vielen Dank. Die erste Rede des neuen Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius hier im Deutschen Bundestag. Er ist ja, wie er schon gesagt hat, sehr viel gefordert, was es um die Ukraine angeht. Aber natürlich geht es Ihnen auch an, wenn die Bundeswehr wieder entsandt werden soll. Katja Leikert spricht nun für die Unionsfunktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wir ziehen bald aus Mali ab und das aus guten Gründen. Aber das darf natürlich nicht zu einem generellen Rückzug Deutschlands und der Bundeswehr aus Afrika führen. Der Kontinent ist und bleibt wichtig für uns. Und deshalb freue ich mich, dass wir das Thema Afrika auch gleich zweimal heute auf der Tagesordnung unseres Hauses stehen haben. Denn die Stabilität und das Wohl Afrikas betrifft uns alle. Und wir sollten dort, wo es Sinn macht, auch weiterhin aktiv unterstützen. Und ich sage es ganz klar, und dort haben wir eine große Übereinstimmung, Herr Bundesminister, die VN-Mission im Südsudan ist genau ein solcher Fall. Und deshalb empfiehlt auch die CDU-CSU die Verlängerung des Einsatzes. Gerade, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Verlängerung ist so wichtig. Vor wenigen Wochen sagte Nikolaus Hazem, der Leiter der UNMISS, und ich zitiere mit Erlaubnis, dieses Jahr ist entscheidend für den Südsudan, um essentielle Ziele zu erreichen. Und es steht in der Tat viel auf dem Spiel. Der Bundesminister hat es gerade auch skizziert. Die ersten Wahlen seit der Unabhängigkeit sollen im Dezember 2024 stattfinden. Und die müssen vorbereitet werden. Das Friedensabkommen von 2018 muss endlich vollständig umgesetzt werden. Und ja, es braucht eine neue Verfassung und eine Reform des Militärs. Und das sind schwierige Aufgaben. Und gerade deshalb ist für uns klar, dass Deutschland auch weiterhin an der Seite der südsudanischen Bevölkerung stehen soll. Die UNMISS findet in unserer politischen Debatte insgesamt wie das ganze Thema Afrika viel zu wenig Beachtung. Und dabei macht sie im Südsudan sehr viel mehr, als oft nach außen hindurch scheint. Sie investiert in neue Krankenhäuser und Gerichte. Sie ist in allen zehn Teilen des Landes aktiv, um Zivilisten zu schützen. Und sie unterstützt den Übergangsprozess hin zur neuen Verfassung und eben zu den demokratischen Wahlen. Und das alles sind Maßnahmen, die weit über den bisherigen Werkzeugkasten der klassischen Sicherheitspolitik natürlich hinausgehen. Es ist ein im besten Sinne modernes, menschenfokussiertes Mandat, weil wir gerade in dieser Woche sehr viel über die feministische Außenpolitik auch gesprochen haben. Das, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ist damit auch Teil einer wertegeleiteten Außenpolitik, die unser Land schon seit vielen Jahren und im großen Konsens vertritt. Doch bei allem Einsatz ist die Lage im Südsudan nach wie vor höchst prekär. Bundesminister hat es gerade geschildert. Die Entführungen allein im letzten Quartal sind über 450 Prozent angestiegen. Und bei konfliktbezogener sexueller Gewalt sind es über 350 Prozent. Und das alles steht zwar vor dem Hintergrund einer generellen Reduzierung von Gewalttaten im letzten Jahr. Doch es zeigt, wie nach wie vor instabil die Lage ist. Und je größer die Instabilität ist, umso schwerer sind natürlich die Reformen, die notwendig sind, um genau diese Strukturen zu schaffen. Das ist und bleibt ein Teufelskreislauf. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns weiterhin vor Ort einsetzen. Und an dieser Stelle gebührt deshalb ein ganz besonderer Dank denjenigen, die eben dieses Mandat vor Ort mit Leben füllen und die wirklich eine schwere Arbeit dort leisten, nämlich unseren Soldaten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wir von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion werden uns weiter im Rahmen der UNMISS einsetzen. Wir werden unseren Beitrag dazu leisten, dass die bereits gewonnenen Fortschritte, die das Land in den letzten Jahren gemacht hat, eben nicht verloren gehen. Wir werden weiter mit dafür arbeiten, dass das Entscheidungsjahr 2023 für den Südsudan zu einem Erfolg werden kann. Vielen Dank. Katja Leikert war das hier in der Debatte zum Südsudan. Denn natürlich ist die Bundeswehr, das wissen Sie, eine Parlamentsarmee. Das heißt, der Bundeswehr muss über die Fortsetzung der Beteiligung an der UN-Mission entscheiden. Katja Köl spricht jetzt Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Liebe Katja Leikert, vorab möchte ich meiner Namensschwestern und Vorrednerin zunächst einmal herzlich zum Geburtstag, zum heutigen, gratulieren. Aber zur Sache. Seit der letzten Aussprache in diesem Haus zur Verlängerung von UNMISS gab es leider wenig Anlass zu Optimismus. Die Ernährungskrise infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine traf keine Region so schwer wie Ostafrika. Die Menschen in Südsudan sind weiterhin schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. Kurz vor meinem Besuch im Südsudan im letzten April hat die Menschenrechtskommission einen erschütternden Bericht über das Ausmaß geschlechtsbezogener und sexualisierter Gewalt veröffentlicht. Frauenorganisationen vor Ort bestätigten mir im Gespräch diese geradezu endemische Gewalt und die nahezu universelle Straflosigkeit im Land. Hinzu kommen die Auswirkungen des Klimawandels wie massive Überschwemmungen und lokale Dürren. Für 2023 gehen die Vereinten Nationen davon aus, dass rund drei Viertel der etwa 12 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner auf humanitäre Hilfe angewiesen bleiben werden. Doch gerade die humanitären Helfer werden selbst Opfer der grassierenden Gewalt. Dabei wäre es eigentlich Aufgabe der Regierung, sich für den Schutz und die Versorgung der Bevölkerung einzusetzen. In kaum einem anderen Land überlagern sich Klimakrise, Bürgerkrieg, Hunger und Gewalt dermaßen wie im Südsudan. Und dabei herrschte 2011 doch so eine große Hoffnung, als das jüngste Land Afrikas seine Unabhängigkeit erlangte. Doch schon 2013 eskalierten die internen Konflikte zu einem grausamen Bürgerkrieg. Während meines Besuches hörte ich mehrfach sinngemäß, was wir uns in diesem Land gegenseitig antun, hat uns früher der gemeinsame Feind nicht angetan. Mit dem Friedensabkommen von 2018 sollten die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen dem jetzigen Präsidenten Salva Kiir und seinem Vizepräsidenten Rit Machia beendet werden. Dieses Abkommen muss endlich umgesetzt werden, damit die Menschen im Südsudan wieder eine Perspektive haben. Doch die Integration der Milizen in die Vereinigten Sicherheitskräfte verläuft nach wie vor äußerst schleppend. Sehr geehrte Damen und Herren, internationale Friedenseinsätze und die deutsche Beteiligung an ihnen sind keine Selbstverständlichkeit. Erneut sind wir gefragt, eine Abwägung vorzunehmen. Sind wir weiterhin überzeugt, dass die Mission einen Unterschied macht? Ist es vertretbar, unsere SoldatInnen in diesen Einsatz zu schicken? Die Antwort ist eindeutig ja. Gerade jetzt dürfen wir uns nicht auf Schauplätze in Europa zurückziehen, sondern müssen weiter Verantwortung im Rahmen der Vereinten Nationen übernehmen. Die aktuell 14 deutschen Blauhelme besetzen zentrale Dienstposten in den Stäben oder leisten ihren Beitrag als MilitärbeobachterInnen. Das ist auch wichtig, denn die nunmehr für Ende 2024 geplanten Wahlen benötigen ein Minimum an Sicherheit und funktionierenden Institutionen. Das alles ist im Moment nicht gegeben. Die Regierung Südsudans ermöglicht ihren Bürgerinnen und Bürgern nach wie vor kein Leben in Frieden und Freiheit. Meine Damen und Herren, UNMISS ist die größte Friedensmission der Vereinten Nationen und spielt für den Schutz der Zivilbevölkerung, die Sicherung der humanitären Hilfe und die Umsetzung des Friedensprozesses eine essentielle Rolle. Das aktuelle Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen endet am 15. März. Von einer erneuten Verlängerung ist auszugehen. Gemeinsam mit unseren Partnern halten wir die südselanesische Regierung nachdrücklich dazu an, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und den Friedensprozess voranzutreiben. Gleichzeitig stehen wir der Bevölkerung zur Seite durch humanitäre Hilfe, Stabilisierungsmaßnahmen und Entwicklungszusammenarbeit in dreistelliger Millionenhöhe. Unsere zivile Unterstützung ist hier weit größer als unser militärischer Beitrag. Die Personal-Obergrenze für die militärische Beteiligung an UNMISS soll weiter unverändert bei 50 liegen, auch wenn diese derzeit nicht voll ausgeschöpft wird. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen Soldatinnen und Soldaten sowie allen zivilen Helfern zu danken, die sich unter diesen schwierigen Umständen für die Menschen im Land einsetzen. Seit 2011 hat dieser Einsatz stets eine große fraktionsübergreifende Unterstützung gefunden und ich hoffe, das wird auch diesmal so sein. Vielen Dank. Auf Katja Koll folgt nun Joachim Wundrag. Er sitzt für die AfD-Fraktion im Auswärtigen Ausschuss. Frau Präsidentin, Herr Minister, meine Damen und Herren! Vor einem Jahr haben wir dem Antrag der Bundesregierung, die deutsche Beteiligung an UNMISS zu verlängern, zugestimmt. Ich will es vorwegnehmen, wir werden auch in diesem Jahr zustimmen. Betroffen sind derzeit nur gut ein Dutzend Soldaten der Bundeswehr, die in speziellen Funktionen die bis zu 17.000 militärischen Angehörigen von UNMISS unterstützen. Dies mag wenig erscheinen, doch überzeugt hier die Qualität des deutschen Beitrages. Insgesamt sind 73 Länder am derzeit größten UN-Einsatz beteiligt und es ist gut und richtig, dass die große Mehrzahl der UNMISS-Kontingente von afrikanischen Ländern gestellt wird. Dabei muss die Rolle der Afrikanischen Union weiter gestärkt werden. Es müssen afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme gefunden werden. Der Südsudan ist auch nach Ende eines verheerenden Bürgerkrieges weiterhin ein Failed State. Und auch nach dem Erfolg der Bildung einer Einheitsregierung im Jahre 2020 ist der südsudanesische Staat nicht in der Lage, Mindeststandards für die Bedürfnisse seiner Bevölkerung, insbesondere Sicherheit und Ernährung, zu garantieren. Der Südsudan gehört zu den ärmsten Ländern der Welt, obwohl er über reiche Bodenschätze, insbesondere auch große Erdölvorkommen, verfügt. Die Erlöse des Erdölexports über eine von chinesischen Firmen gebaute Pipeline kommt offensichtlich nicht dem südsudanesischen Staat und seiner Bevölkerung zugute, sondern sie werden von internationalen Konsortien, oft unter chinesischer Führung, von Durchleitungsgebühren für den Sudan und auch von korrupten südsudanesischen Politikern absorbiert. Der Südsudan ist laut Transparency International mit das korrupteste Land dieser Erde. Es ist daher keine Überraschung, dass Vorwürfe der Veruntreuung, des Betrugs und der Vetternwirtschaft bis hin zur obersten Staatsführung erhoben werden. Untersuchungen zum Scheitern der internationalen Gemeinschaft in Afghanistan haben ergeben, dass die Korruption wesentlicher Faktor des Scheiterns war. Dieses Scheitern sollte uns auch für den Südsudan eine Warnung sein. Deutschland ist insgesamt einer der größten Geldgeber für Entwicklung und humanitäre Hilfe im Südsudan. Im vorliegenden Antrag der Bundesregierung wären zwar Hunderte von Millionen Euro erwähnt, die bereitgestellt wurden, jedoch wird weder die grassierende Korruption im Südsudan erwähnt, noch werden Konzepte zu deren Vermeidung und Bekämpfung aufgezeigt. China dagegen ist der bei Weitem größte Handelspartner des Südsudans und profitiert vor allem von den Ölimporten. Ihm kommt daher eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung und Entwicklung des Südsudans zu. China muss hier seine Verantwortung übernehmen. Jenseits aller Systemkonkurrenz ist daher die konstruktive Zusammenarbeit mit China im Südsudan unabdingbar. Der vorliegende Antrag erwähnt auch nicht die seit einigen Monaten drastische Zunahme von Gewalt im Südsudan. Der Bericht der UNMISS Human Rights Division spricht allein von 450 getöteten Zivilisten im vierten Quartal des letzten Jahres. Der Antrag trifft ebenfalls keine Aussage zur Sicherheitslage der eingesetzten Soldaten, insbesondere nicht zur lebenswichtigen Rettungskette. Das ist ein gravierender Mangel. Wie bereits eingangs erwähnt, werden wir dem vorliegenden Antrag trotz der aufgezeigten Mängel zustimmen. Wir wollen beitragen, den Menschen im Südsudan wieder die Hoffnung auf eine erträgliche Zukunft im eigenen Land zu geben. Wir erwarten allerdings von der Bundesregierung, Herr Minister, dass sie alle notwendigen Maßnahmen ergreift, um die Sicherheit der eingesetzten deutschen Soldaten einschließlich einer belastbaren Rettungskette sicherzustellen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Soweit Joachim Wundrak hier in der Debatte zum Südsudan. 2,2 Millionen Menschen sind aus dem Südsudan geflüchtet. Und auch Ihre Situation ist äußerst prekär. Natürlich leiden auch Sie unter den Folgen von der Dürre zum Beispiel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was war das für eine hoffnungsvolle Zeit, als 2011 mit der Unabhängigkeit eines der jüngsten Länder der Erde sich aufgemacht hat, Mitglied der Weltgemeinschaft zu werden, für unsere Werte stehen zu wollen bis heute? Gibt es das Bestreben, im Südsudan zu einem demokratischen und rechtsstaatlich verfassten Land zu werden? Die Tatsachen derzeit sind vollständig andere. Wir haben es zu tun mit einer massiven Binnenvertreibung von 12 Millionen Einwohnern des Südsudans, können 3 Millionen Menschen etwa nicht mehr an dem Ort leben, an dem sie waren. Wir haben große Gebiete mit Gewaltausbrüchen, in denen die fast schon bekannten Begleiterscheinungen von gewaltsamen Konflikten in Afrika und an anderen Stellen der Welt, nämlich systematische sexualisierte Gewaltentführung, Hungersnöte, keinerlei Möglichkeit der rechtsstaatlichen Verfolgung dieser Menschenrechtsverstöße an der Tagesordnung sind. Trotzdem gibt es das Friedensabkommen von 2018. Trotzdem ist es in der Corona-Pandemie gelungen, eine Einheitsregierung zu bilden. Und trotzdem ist es gelungen, einen Fahrplan, der 2024 zu einer demokratisch verfassten Wahl führen soll, zu vereinbaren. Wir gehören in der humanitären Katastrophe, die es dort gibt. Das ist ausgeführt worden von Frau Staatsministerin Kohl zu den größten Helfern. Das heißt, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer NGOs und auch staatliche Organisationen sind vor Ort, um größte humanitäre Katastrophen zu verhindern. Der militärische Beitrag mit elf Experts on Mission und drei Stabsoffizieren ist eher gering. Aber er spielt, das ist auch ausgeführt worden, innerhalb der VN-Mission zum Peacekeeping eine ganz wesentliche Rolle, weil wir unsere Expertise zur Verfügung stellen, um zu einer Verbesserung der Situation zu kommen. Und das liegt in unserem ureigenen Interesse. Nicht zuletzt deswegen, weil wir dort einer der größten Entwicklungs- und humanitäre Katastrophenhelfer sind. Es liegt auch in unserem Interesse, weil sich mit dem Südsudan ein Land aufmacht, unsere Werte von Multipolarität in dieser Welt, von Rechtsstaatlichkeit und von Demokratisierung zu teilen. Und deswegen ist jeder Einsatz, den wir vor Ort machen, auch ein Eintritt für die Werte, für die wir international stehen. Und deswegen lohnt er sich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zugleich gilt den Soldatinnen und Soldaten, aber insbesondere auch den deutlich mehr Menschen, die sich dort zur Bekämpfung der humanitären Katastrophe einfinden und die dort Entwicklungshilfe leisten, unser ausdrücklicher Dank, weil in diesem Setting tätig zu werden, Leib und Leben für einen selbst gefährdet. Die Peacekeeping-Mission der Vereinten Nationen dient unter anderem dazu, Zivilbevölkerung zu schützen, Rechtsstaatlichkeitsverstöße aufzuklären, aber eben auch dazu, eigentlich die Voraussetzungen für humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe überhaupt erst zu schaffen. Das sind noble Ziele, bei denen wir in den vergangenen Monaten nicht nur Erfolge gesehen haben, bei denen aber noch immer die gute Aussicht besteht, dass der Südsudan seinen Weg in eine demokratische Verfasstheit und eine deutlich bessere Zukunft bringen kann. Viele bemühen sich darum, gerade war Papst Franziskus vor Ort im Februar und hat sich noch einmal darum bemüht, die Friedensverhandlungen deutlicher auf einen Weg und deutlicher in die Umsetzung zu bringen. Unser militärischer Beitrag, wie gesagt, mit 14 Soldaten, ist ein geringer. Gerade weil die Situation so schwierig ist, Herr Bundesminister, nehmen Sie bitte den Dank des gesamten Hauses an die Soldatinnen und Soldaten mit. Ich glaube, insbesondere für unsere humanitären Helfer kann man auch im Namen des ganzen Hauses sagen, herzlichen Dank für diese Arbeit, die Leib und Leben gefährdet. Wir stehen hier an Ihrer Seite. Deswegen werden wir auch der Verlängerung des Mandates zustimmen und hoffen auf eine schnelle Verbesserung der Situation im Südsudan. Vielen Dank. Und nun hat das Wort für die Linksfraktion der außenpolitische Sprecher Gregor Gysi. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Einsatz läuft jetzt seit fast zwölf Jahren und ein Ende ist nicht absehbar. Jahr um Jahr verlängert der Bundestag in Übereinstimmung mit der AfD diesen Einsatz, ohne dass die Bundesregierung eine wirkliche Perspektive benennen kann. Wie lange soll das noch gehen? Fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, wie im Kosovo, unendlich. Die Situation für die Menschen im Südsudan hat sich seit der Unabhängigkeit vom Sudan 2011 durch die Anwesenheit von einem Dutzend Bundeswehrsoldaten nicht verbessert. Neun von gut zwölf Millionen Einwohnern sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Sie könnten nicht überleben, wenn es diese humanitäre Hilfe nicht gäbe. UNMISS ist ein Beispiel dafür, wie überflüssig militärische Symbolpolitik ist. Jeder Euro, der für diese Mission von Deutschland ausgegeben wird, wäre in aktiver, darüber hinausgehender Entwicklungshilfe besser angelegt. Die Abspaltung des Südsudans wurde bis zu ihrem Vollzug 2011 von den USA und der EU befördert, auch weil man sich so einen einfacheren Zugang auf die Ölressourcen des Landes erhoffte. Die inneren Unruhen und Machtkämpfe nahm man in Kauf. Aus heutiger Sicht war das vor dem Hintergrund der Klimakrise und der Notwendigkeit, sich von fossilen Energieträgern so schnell wie möglich zu verabschieden, ein in jeder Hinsicht anachronistisches Verhalten. UNMISS hat ein Mandat des Sicherheitsrates. Aber letztlich wird damit nur ein Rahmen gegeben für das Ringen um Einflusssphären, das auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen wird. Wir brauchen einen Ausstieg aus dieser militärischen Logik, das heißt eine Beendigung des Auslandseinsatzes der Bundeswehr. Sie müssen dafür gar nicht unserem Ansatz folgen, weil wir generell kritisch diesen Ansätzen gegenüberstehen. Sie müssen nur einfach mal eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen. Was die zig Milliarden Euro für die Auslandseinsätze der Bundeswehr denn wirklich gebracht haben? Also, für Afghanistan, der Einsatz kostete 17 Milliarden Euro. Und was ist herausgekommen? Für Mali haben wir über 2 Milliarden Euro ausgegeben. Den Menschen vor Ort geht es nicht besser, die Welt ist nicht sicherer geworden, im Gegenteil. Gerade vor dem Hintergrund widerstreitender geostrategischer Interessen der USA, Chinas und Russlands dürfen wir uns nicht instrumentalisieren lassen, sondern müssen eigenständig den Einsatz der Bundeswehr beenden. Wenn der Bundestag die Beteiligung der Bundeswehr an UNMISS nicht verlängerte, könnten die dafür geplanten Mittel direkt in Mittel für Entwicklungszusammenarbeit umgewidmet werden. Das entspräche vielmehr unserer Geschichte und unserer Verantwortung. Gregor Gysi hat hier den Einsatz auch noch mal im Zusammenhang mit den anderen Bundeswehreinsätzen genannt, sich klar dagegen ausgesprochen. Anders wird das Henning Otte sehen, Verteidigungsausschussmitglied für die Unionsfraktion. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Selbstverständlich liegt der Fokus des aktuellen sicherheitspolitischen Interesses in Bezug auf den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Aber wir dürfen die anderen Regionen nicht vergessen, in denen auch weiterhin Instabilität herrscht, weil es um die Situation vor Ort geht. Und es geht auch darum, dass diese Instabilitäten Auswirkungen haben auf unser Land. Und seit der Staatsgründung des Südsudans 2011 gibt es jetzt diese Mission, zwölf Jahre, ja, aber Stabilität und Sicherheit, das ist die Voraussetzung für eine wirtschaftliche Entwicklung. Und daran haben wir ja auch ein Interesse, dass sich Rechtssysteme entwickeln, dass ein Friedensabkommen umgesetzt wird. Und deswegen halten wir dieses Mandat weiterhin für notwendig. Wir stellen aber fest, dass dieser große Einsatz mit insgesamt 17.000 Militärangehörigen, 2.100 Polizistinnen und Polizisten als VN-Mandat auch mit deutscher Unterstützung erfolgt. Wir haben 14 Soldaten dort mittlerweile mit im Einsatz. Und das zeigt, dass Deutschland Verantwortung übernimmt. Und Herr Bundesminister Pistorius, Sie haben die Probleme deutlich angesprochen, wie wir auch begrüßen als CDU-CSU-Fraktion, dass Sie die Probleme, die sicherheitspolitischen Verteidigungsprobleme richtig ansprechen. Aber wenn wir mal einen Blick werfen auf die SPD-Fraktion mit der Vorsitzenden Frau Eskin oder auch mit Herrn Kühner, dann wird uns schon bange um die Unterstützung, die Sie abfordern und offensichtlich nicht bekommen werden. Denn uns ist es wichtig, und das hat mir gefehlt bei Ihren Worten, eine strategische Vorausschau. Die Ampel hat keine Afrika-Strategie. Die Ampel hat nach wie vor keine Sahel-Strategie vorgelegt. Die Ampel hat noch nicht mal eine nationale Sicherheitsstrategie trotz langer Ankündigungen vorgelegt. Und das macht uns Sorgen, dass Sie konzeptionslos arbeiten und insbesondere in der Außenpolitik große Verwerfungen haben, in denen es nämlich keine Abstimmung gibt zwischen Verteidigungspolitik, Außenpolitik, wirtschaftliche Zusammenarbeit. Aber womöglich liegt es ja nicht an den einzelnen Ministern, sondern an der Kommunikationsschwäche des Bundeskanzlers. Wohin führt das in Afrika? Ja, es gibt verstärkte Engagement durch China, aber auch durch russische Kräfte, durch Wagner-Kräfte, die auch im Südsudan aktiv sind. Und deswegen sagen wir als CDU und CSU, Afrika ist ein Kontinent mit Chancen, mit Perspektive, mit einer unglaublichen Dynamik. Wir stellen fest, dass Frankreich sich weiter zurückzieht, vielleicht zurückziehen muss, dass die USA ein verstärktes Interesse auf dem indopazifischen Raum haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einen europäischen Blick haben und dass Deutschland hier auch Verantwortung übernimmt. Und wir danken den Soldatinnen und Soldaten, die unter erschwerten Bedingungen dort ihre herausragend gute Arbeit leisten. Und wir rufen der Ampel zu. Wir fordern von Ihnen strategische Vorausschau, Konzepte, mindestens eine Sicherheitsstrategie zusammengefasst, eine bessere Arbeit. Herzlichen Dank. Soweit die Forderung von Hennig Otte. Dieser Antrag der Bundesregierung wird auch heute noch nicht abgestimmt, sondern er wird noch an die entsprechenden Ausschüsse überwiesen, dort diskutiert und kommt dann hier auch noch mal ins Plenum. Für die SPD spricht nun Jürgen Kose. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich war in der Vorbereitung überzeugt davon, dass es eine große Zustimmung in diesem Haus gibt. Und deswegen wollte ich mich an der Stelle dafür bedanken. Aber nach der Rede, die ich gerade gehört habe, habe ich wieder meine Zweifel, ob das in irgendeiner Form nicht falsch ist. Denn zum Thema an sich, bei der Union zu bedanken, dass sie dafür ist, das kann man machen. Es ist ja nicht schlimm, wenn man auch mal vernünftig an der einen oder anderen Stelle wird. Aber es kann doch nicht sein, dass man sich hierhin stellt und bei so einem wichtigen Thema im Prinzip versucht, andere politische Schlagzeilen zu bilden. Dafür ist das Thema Südsudan, dafür ist das Thema Horn von Afrika viel zu wichtig, dass wir uns darum kümmern. Und deswegen meine Bitte, hören wir doch außenpolitisch damit auf. Wir haben doch insgesamt als Deutschland ein Interesse, zu unterstützen, zu helfen und vor allem nicht wegzugucken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und beim Kollegen Gysi, der gesagt hat, die Welt ist nicht sicherer geworden, dann müsste man auf die Linkspartei gucken und sich mal die Frage stellen, ob es nicht eine Verschärfung der Hungersituation in Ostafrika und woanders gibt, durch den Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine. Und deswegen bin ich der Auffassung, diese Verschärfung gibt es. Und es wäre wünschenswert, wenn die Linkspartei insgesamt sich öffentlich hinstellen würde und sich klar von Putin distanziert und klar sagt, gehen Sie zurück, gehen Sie zurück nach Russland, dann haben wir auch anderswo auf der Welt keine Hungerprobleme, dann haben wir eine gute humanitäre Situation und hören endlich damit auf, dieses zum Spiel bei irgendwer so Schagzeilen zu machen. Lassen Sie mich aber, weil das mit der Strategie angesprochen worden ist, vielleicht auch noch mal ausführen. Ja, diese Bundesregierung, diese Ampel hat eine Strategie. Und sich hinzustellen und so zu tun, als wenn es sie nicht gäbe, bedeutet gewisse Sachen auch einfach nicht lesen zu wollen. Sie liegen vor, zum Beispiel im Entwicklungshilfeministerium gibt es vor kurzem ein veröffentlichtes Strategiepapier. Wenn Sie es nicht haben, Herr Kollege, kann ich Ihnen per E-Mail gerne zuschicken. Lesen lohnt sich, das ist vernünftig und das ist auch ein Beitrag zu einem vernetzten Ansatz. Eben nicht nur das Thema Sicherheit aus dem Punkt Militär zu beobachten, sondern auch zu gucken, es gibt eine außenpolitische Verantwortung, es gibt eine humanitäre Verantwortung und es gibt auch eine große entwicklungspolitische Aufgabe, die wir als Deutschland annehmen und uns darum kümmern. Und deswegen ist es falsch, solche Behauptungen hier im Deutschen Bundestag aufzustellen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ohne Frieden und ohne Sicherheit gibt es keine gute Entwicklung. Und ich bin dafür, dass wir anfangen, über den Sicherheitsbegriff viel umfassender zu diskutieren. Sicherheit bedeutet auch, frisches Wasser zu haben. Sicherheit bedeutet auch, nicht bedroht zu sein. Sicherheit bedeutet, dass ich da, wo ich geboren bin, auch leben kann, weil es eine gute gesundheitliche Versorgung gibt. Sicherheit ist viel mehr als nur immer darüber zu diskutieren, welche militärischen Möglichkeiten und Optionen haben wir. Und genau das ist die Stärke dieser Bundesregierung und dieser Ampel, dass wir das zusammen versuchen, auf den Weg zu bringen. Das ist nicht einfach, aber es ist die einzige Antwort, die wir an der Stelle geben können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie mich zum Schluss noch etwas anderes betonen. Vielleicht ist dieser Einsatz auch ein Beleg dafür, dass es möglich ist, international gut zusammenzuarbeiten. Ruanda, Indien, Nepal, Bangladesch, Äthiopien, die Mongolei, Ghana, Pakistan, Thailand und viele andere Länder mehr stellen Truppenkontingente. Und vielleicht ist das die beste Antwort in dieser herausfordernden Zeit, zu sagen, unter dem Dach der UNO als Blauhelme ist vieles möglich, wenn alle es wirklich wollen, damit es in Zukunft so ist, dass es eine Perspektive für die Menschen im Südsudan gibt. Eine Perspektive, die bedeutet, dass sie nicht Angst haben vor Gewalt, nicht Angst vor Hunger, sondern eine Perspektive in dem Land, wo sie geboren sind. Und in diesem Sinne, Herr Verteidigungsminister, in diesem Sinne unterstützen wir das Anliegen der Bundesregierung und die SPD-Fraktion wird diesem Antrag zustimmen. Herzlichen Dank. Auch international gibt es natürlich Bedenken, wie man sich im Südsusan engagieren kann. Die USA haben sich schon aus dem Friedensprozess zurückgezogen, sind aber weiterhin in der UN-Mission aktiv. Volker Ullrich spricht jetzt. Er ist Obmann im Unterausschuss Vereinte Nationen, internationale Organisationen und zivile Krisenprävention für die Unionsfraktion. Es ist zunächst einmal ein Akt von Respekt und Anerkennung für unsere Soldatinnen und Soldaten, dass wir jedes Bundeswehrmandat und auch wenn nur ein Dutzend Angehörige der Bundeswehr entsandt werden, im Plenum des Deutschen Bundestages beraten und abstimmen. Das ist eine Frage auch der Achtung vor der Bundeswehr und unserer parlamentarischen Arbeit. Es zwingt uns aber auch, dass wir uns mit der Region selbst und ihren Herausforderungen auseinandersetzen. Und wenn hier der Eindruck entstanden ist, man könnte sich einfach aus dieser Mission zurückziehen, dann wäre dies auch aus einem anderen Aspekt völlig verantwortungslos, weil es keine größere UN-Mission im Augenblick gibt und weil mehrere Dutzend Staaten daran beteiligt sind, einem Staat zu helfen, Stabilität und Frieden sicherzustellen. Welches Signal wäre es denn, wenn sich Deutschland daraus zurückziehen würde? Wir haben eine Verantwortung zur Stabilität, auch in Afrika, und zu einer Verantwortung in einer multilateralen Welt. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns an Unmiss beteiligen. Diese Beteiligung soll aber auch Hoffnung geben. Hoffnung für ein Land, das durch Instabilität, durch innere Auseinandersetzung, durch die Notwendigkeit zur humanitären Hilfe gekennzeichnet ist, wo Hunger herrscht, wo Menschen nicht sicher sein können, wie sie den nächsten Tag überleben müssen. Aber ein Land, dem wir trotzdem eine Perspektive aufzeigen müssen. Ein Land, das 12 Millionen Einwohner hat und das Durchschnittsalter beträgt 16 Jahre. Eine junge Bevölkerung, die das Leben vor sich hat. Und sie brauchen Bildung, sie brauchen Orientierung. Sie brauchen vor allen Dingen auch zur Verwirklichung ihrer Ziele ein stabiles Umfeld. Und der Südsudan hat diese Möglichkeiten. Er hat Rohstoffe, er hat die Möglichkeit zum Anbau landwirtschaftlicher Produkte. Aber dazu bedarf es Infrastruktur. Es gibt kaum ein Schienennetz, nur wenig 100 Kilometer asphaltierte Straße. Es gibt nur wenige qualifizierte Bildungseinrichtungen. Das alles muss in diesem Land auch mit den Früchten dieses Bodens erarbeitet und erwirtschaftet werden. Aber die Voraussetzungen dafür sind, dass die Kämpfe enden, dass die Gewalt endet, dass der Hunger endet, dass Stabilität in diesem Land eintritt. Und dazu leisten wir einen Beitrag. In der Entwicklungszusammenarbeit, aber eben auch im Bereich von Unimis. Und ja, es sind nur zwölf Soldatinnen und Soldaten. Aber es ist ein wichtiges Symbol und Signal, dass wir bei dieser Mission dabei sind, dass auch die Augen unseres Landes auf den Südsudan gerichtet ist und dass das jüngste Land dieser Erde Perspektive hat, eine Chance hat, sich zu entwickeln für die Menschen, die dort leben. Herzlichen Dank. Volker Ullrich hat hier noch einmal begründet, warum er für eine Fortsetzung dieses Einsatzes ist. Das ist die Vorlage auf Drucksache 19-5668 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich bitte zügig, die Plätze zu wechseln. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 22, Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Folgen von Massenmigration, Wohnungsnot und Stadt-Landflucht bewältigen. In diesem Antrag fordert die AfD-Fraktion, dass man sich darauf einstellen soll, dass wenn junge Familien und Berufseinsteiger aus den großen Städten wegziehen, dass man dann den ländlichen Raum da attraktiver macht, zum Beispiel indem man eben ein besseres Internet verlegt oder auch eine Anbindung verbessert an die Städte. Für die AfD-Fraktion spricht als erstes Carolin Bachmann. Frau Präsidentin, werte Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Deutschland verändert sich. Im letzten Jahr erlebte Deutschland eine Rekordzuwanderung von beinahe 1,5 Millionen Menschen. Die Migration endet aber nicht mit dem Übertreten der deutschen Grenze. Die internationale Migration nach Deutschland wird in Deutschland zur Binnenmigration. Wenn Einwanderer in ein fremdes Land kommen, ziehen sie zu ihresgleichen. Seit 2015 sehen wir das an der Binnenmigration der Flüchtlinge mit Schutzstatus. Sobald die Wohnsitzauflagen wegfallen, ziehen sie vor allem in die Großstädte des Westens, also genau dorthin, wo sich ohnehin schon die meisten Flüchtlinge aufhalten. Das belegt auch eine Studie aus dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Durch die Fluchtzuwanderung nimmt in den Großstädten der Anteil von Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit ständig zu. Nehmen Sie etwa Frankfurt am Main. Der Ausländeranteil belief sich im Jahr 2020 auf 30 Prozent. Die Nachbarstadt Offenbach bringt es sogar auf einen bundesweiten Spitzenwert von 37 Prozent Ausländeranteil. Deutschland verändert sich, vor allem in den Großstädten. Doch wie viel Veränderung ist genug? Wir sagen, wir haben keinen Platz mehr. Es ist genug. Und viele Deutsche haben offensichtlich auch genug. Sie flüchten nämlich aus den Großstädten aufs Land. Noch Ende der 2000er verzeichneten nur 28 Prozent der Landgemeinden ein Wanderungsplus. Zehn Jahre später waren es schon 63 Prozent. Vor allem junge Familien wandern von den Großstädten aufs Land. Bei der Gruppe der 30 bis 49-Jährigen mit Kindern gewinnen Landgemeinden etwa zwölf Personen je tausend Bewohner hinzu. Das ist die Realität. Und das ist grundsätzlich auch sehr begrüßenswert für die Landgemeinden. Davor können Sie die Augen auch nicht verschließen. Dieser Trend wird auch künftig anhalten. Laut Umfrage zieht jeder Führte einen Auszug aus der Großstadt in Betracht. Mittlerweile kennt jeder einen, der die Großstadt verlassen hat oder das noch möchte. Sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung, sehr geehrte Regierungsparteien, die Deutschen flüchten aus ihren Großstädten. Und schieben Sie nicht alles auf die gestiegenen Wohnkosten, wie Sie es gern machen und wie Ihre Antwort auf meine Kleine Anfrage sagte. Denn die gestiegenen Wohnkosten sind zu einem guten Teil Selbstresultat der Masseneinwanderung. Ende 2022 lebten bereits 13 Millionen Ausländer in Deutschland. Unser Land hat mit derzeit 84 Millionen Menschen so viele Einwohner wie nie zuvor. Die Nachfrage nach Wohnraum übersteigt bei Weitem das Angebot. Es ist ein unhaltbarer Zustand. Sehen Sie das endlich ein. Doch was passiert, um das Problem zu lösen? Werden ausreichend neue Wohnungen gebaut? Nein, das schaffen Sie nämlich nicht. Wird die Masseneinwanderung gestoppt? Nein, denn das wollen Sie ja nicht. Und was machen Sie stattdessen? Sie siedeln Einheimische, um Platz für Flüchtlinge zu machen. Wie in Lörrach, wo es 40 Mieter betrifft. Wie in Berlin, wo Senioren ein Pflegeheim verlassen müssen. So eine Sauerei. Und das ist die Realität. Sehen Sie das endlich ein. Die Wohnkosten sind aber nicht der einzige Grund, der junge Familien auf das Land treibt. Übervolle Schulen und ausgebrannte Lehrer, Vermüllung, Schmierereien, offener Drogenhandel und steigende Gewalt. Glauben Sie, die Menschen bleiben davon unberührt? Eltern wollen ihren Kindern eine bessere Zukunft geben als diese Verhältnisse. Mit uns bekämen sie diese Zukunft. Mit ihnen ja natürlich nicht. Denn das sagen sie ja immer. Und deswegen, die Deutschen stimmen wieder mit den Füßen ab. Doch leider, die Stadtflüchtigen treffen im ländlichen Raum auf die harte Realität. Eingeschränkte Mobilität, weniger Gewerbegebiete, geringe Ausbildungsmöglichkeiten, schlechtere Gesundheitsversorgung und langsames Internet. Die Politik, Ihre Politik, hat jahrzehntelange Vernachlässigung im ländlichen Raum, eine durchweg schlechtere Daseinsversorge als in den Ballungsräumen herbeigeführt. Daher fordere ich, geben Sie unseren jungen Familien auf dem Land eine Chance. Investieren Sie in den ländlichen Raum. Erhalten Sie die Heimat der Deutschen. Und vor allem stoppen Sie die Zeitenwende und machen Sie der Migration ein Ende. Ich wünsche mir sehr und ich appelliere, dass Sie sich mit dem Inhalt dieses Antrags auseinandersetzen und freue mich, wenn wir in den Ausschüssen uns damit beraten. Vielen lieben Dank. Carolin Bachmann hat hier zu diesem Antrag Ihrer eigenen Fraktion ja als erstes gesprochen, denn es hat sich gezeigt, besonders in der Corona-Pandemie haben die deutschen Großstädte durch Umzüge im Inland so stark an Bevölkerung verloren wie zuletzt 1994. Für die SPD-Fraktion spricht nun Timo Schisanovski. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Wie man erfolgreich Politik für die Menschen macht, das hat mein politisches Vorbild, Johannes Rau, einmal sehr gelungen, wie folgt auf den Punkt gebracht. Ich zitiere, das Ideal meiner Politik ist es, das Leben der Menschen im Laufe der Jahre ein Stückchen menschlicher zu machen. Das ist richtig und wichtig, weil genau das ist auch der Anspruch, den die Bürgerinnen und Bürger an die Politik, an uns Abgeordnete haben, völlig zu Recht haben. Das Leben der Menschen, das Leben der Menschen menschlicher, besser zu machen. An diesem Anspruch jedoch scheitert die AfD immer wieder kläglich. Ihr vorliegender Antrag und die Rede meiner Vorrednerin gerade eben sind nur ein beschämendes Beispiel genau dafür. Nämlich schon am Titel Ihres Antrags kann doch jeder erkennen, dass es Ihnen eben nicht um das Wohl der Menschen geht. Die AfD hilft 0,0. Stattdessen plumper Populismus und billige Schauanträge. Kurzum, die AfD hilft niemandem. Dabei verdienen die Themen und Lebensbereiche, die wir heute in dieser Debatte behandeln, eine konstruktive, ja eine sachliche Debatte mit konkreten Lösungen und Hilfen für die Menschen. Lassen Sie uns deshalb auf zwei dieser Bereiche näher schauen und ganz besonders auf die Fragen, die die Menschen tagtäglich bewegen, verständlicherweise bewegen. Erstens, wie schaffen wir mehr bezahlbaren Wohnraum? Und zweitens, wie schaffen wir gleichwertige Lebensverhältnisse mit starken, attraktiven und lebenswerten Städten und Gemeinden vor Ort? Aus meinem persönlich ersten Jahr hier als Abgeordneter im Deutschen Bundestag weiß ich nur zu gut um die großen Herausforderungen und auch Anstrengungen für mehr bezahlbaren Wohnraum sowie für gute Lebensverhältnisse. Kann ich mir meine eigene Wohnung noch dauerhaft leisten? Entwickelt sich mein Dorf? Entwickelt sich meine Stadt lebenswert auch noch in Zukunft? Das sind die Sorgen und Nöten der Menschen vor Ort. Darauf müssen wir auch Antworten geben. Und das wissen wir, das tun wir. Lassen Sie mich das als Mitglied für meinen Fachausschuss, Bauen und Wohnen, auch ganz konkret benennen. Mit Erfolg haben wir das Bündnis bezahlbarer Wohnraum geschmiedet, mitsamt 200 Maßnahmen unter Federführung von Bundesbauministerin Klara Geiwitz, mit der das Thema Bauen und Wohnen auch endlich wieder Chefin in Sache ist. Mit Erfolg haben wir die historisch größte Wohngeldreform zustande gebracht. Allein davon profitieren viereinhalb Millionen Menschen in unserem Land. Mit Erfolg haben wir darüber hinaus 14,5 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau beschlossen. Das sind Rekordinvestitionen, auf die wir stolz sein können. Mit Erfolg haben wir auch eine neue Eigentumsförderung klimafreundlicher Neubau aufgelegt, in Höhe von 750 Millionen Euro. Und mit diesem Programm fördern wir durch Zinsverbillungen gezielt dort, wo es am nötigsten ist. Auch haben wir uns erfolgreich verabredet, eine neue Wohngemeinnützigkeit auf den Weg zu bringen, ergänzt durch einen nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit. Und mit Erfolg haben wir die dringend notwendigen Planungs- und Genehmigungsbeschleunigungen angepackt. Erst gestern, und zwar hier im Deutschen Bundestag, haben wir das Gesetz zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren eingebracht. Und all das sind im Gegensatz zum vorliegenden Copy-Paste-Antrag der AfD. Das sind konkrete Lösungen und Hilfen. Dasselbe gilt auch für den zweiten Themenbereich des Antrages, nämlich die Schaffung von gleichwertigen Lebensverhältnissen mit starken Städten und Gemeinden. Und während die AfD auch hier, wie üblich, nichts zu bieten hat, haben wir uns diesem wahrlich herausfordernden Thema konstruktiv und sachlich angenommen. So konnte die vor Ort so zentral wichtige Städtebauförderung gesichert und verstetigt werden. Weil wir wissen, dass dies ein unverzichtbarer Bestandteil kommunaler Stadtentwicklung ist, ganz besonders für die sozial benachteiligten, strukturschwachen Stadt- und Ortsteile. Auch konnten wir uns im Koalitionsvertrag darauf verständigen, hochverschuldete Kommunen, wie beispielsweise meine eigenen Heimatstadt Hagen, von ihren Altschulden befreien zu wollen. Es ist gut, dass der Bund seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt hat, gemeinsam mit den betroffenen Ländern seinen Beitrag für solche eine Kraftanstrengung zu leisten. Und all das sind im Gegensatz zum vorliegenden AfD-Antrag, das sind konkrete Lösungen und Hilfen für die Menschen. Oder, um es zum Abschluss meiner Rede ganz im Sinne von Johannes Rau zu sagen, wir sind dabei, das Leben der Menschen ein Stückchen menschlicher, ja, ein Stückchen besser zu machen. In diesem Sinne herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Glück auf! So, noch einen Schluck Wasser und dann geht es weiter mit Lars Rohwer für die Unionsfraktion. Aber es gibt eine Kurzintervention aus der AfD-Fraktion. Sie haben eine Zwischenfrage nicht zugelassen aus Angst vor der, für die Würde des Hauses. Das muss ich Ihnen jetzt aber dann doch noch antun, dass ich hier kurz definiere. Sie haben mehrmals Johannes Rau zitiert, Ihr großes Vorbild anscheinend, mein Landesvater auch, dafür kann ich ja nichts. Und da möchte ich auch mal Johannes Rau zitieren. Ich zitiere Johannes Rau. Wir müssen überall in der Gesellschaft über Zuwanderung und Zusammenleben in Deutschland reden, über die Chancen und über die Probleme. Welche Probleme gibt es denn Ihrer Ansicht nach im Rahmen einer 100.000-Millionen-fachen Zuwanderung auf dem Wohnungsmarkt? Gibt es da Probleme? Hat Johannes Rauder vielleicht einen Punkt getroffen, den Sie nicht sehen? Wäre es auch mal sinnvoll, vielleicht das Ganze zu sehen, ganzheitlich Chancen und Probleme? Oder sind Sie da sehr einseitig orientiert? Ich orientiere mich zumindest in diesem Fall an unserem verstorbenen Bruder Johannes. Vielen Dank. Möchten Sie erwidern? Dann haben Sie jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Kollege, unabhängig davon, dass Johannes Rau sich nun wahrlich im Grabe umdrehen würde, wenn er Ihre Anträge lesen würde und Ihre Beiträge hier, ist es sehr wohl richtig, dass die Themen Migration und Integration ein wichtiges Thema hier in unserem Lande sind. Aber das Entscheidende ist, dass diese Themen, die gehören verantwortlich und respektvoll miteinander diskutiert und vor allem einer Lösung zugeführt und nicht instrumentalisiert durch populistische Anträge und Beiträge, mit denen Sie hier in diesem Haus versuchen, populistische Politik zu machen. Genau das ist der Unterschied, wie wir Politik machen, im Gegensatz zu Ihnen. Dankeschön. Wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat der Kollege Lars Rohwer für die CDU-CSU-Fraktion. Glück auf, Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Beim Lesen dieses Antrages habe ich gedacht, aus welchem Muustopf der AfD ist er denn gekrochen? Und jetzt beim Hören der Rede habe ich den Eindruck, Frau Bachmann, Sie haben die Falsche erwischt. Die Debatte kommt erst noch später am Tag. Von Migration, von außen, steht in Ihrem ganzen Antrag kein einziges Wort. Sie sprechen, ja, ja, ich habe ihn gelesen, keine Sorge. Alles, was Sie fordern in Ihrem Antrag aus dem vergangenen Jahr, ist aber bereits Schnee von gestern. Und vor allem seit Jahren engagiert sich die Bundesregierung mit unterschiedlichen Programmen und Projekten für die Unterstützung des ländlichen Raums. Die jetzige, aber auch die unter CDU-Führung in den letzten Jahren. Was Sie fordern, wird also seit Längerem umgesetzt, überall im Land. Und Sie von der AfD wollen nur wieder mal Ressentiments schüren. Städtischer Raum gegen ländlichen Raum. Ich vertrete hier im Deutschen Bundestag einen Wahlkreis, direkt der ländlichen Raum und städtischen Raum umfasst. Und entscheidend ist, nach meiner festen Überzeugung, wo die Menschen die Freiheit haben, ihre Wünsche und Vorstellungen zu verwirklichen, da werden sie ihre persönliche Lebensplanung platzieren und dort werden sie hingehen. Aus meiner Sicht haben wir zwei Möglichkeiten in der Politik, diese Rahmenbedingungen im ländlichen Raum zu gestalten. Eine stabile und verlässliche Breitbandversorgung, so wie es der Landkreis Bautzen umgesetzt hat. Und ein optimaler ÖPNV mit einem Halbstundentakt an jeder Haltestelle, wie man es auch in Österreich an jeder Haltestelle sehen kann. Eine aktuelle Prognose der UNO weist uns aber darauf hin, dass im Jahr 2050 mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben könnten. Ob wir diese globale Entwicklung aufhalten, auch mit den besten staatlichen Programmen, möchte ich bezweifeln. Denn die Menschen lassen sich nicht vorschreiben, wo sie leben möchten. Sie gehen dorthin, wo sie Arbeit und Lebensqualität finden. Und wir sollten die Ausbreitung städtischer Lebensformen nicht einfach verteufeln, sondern versuchen, sie zu unterstützen, genauso wie im ländlichen Raum. Wir sollten den Wandel unbedingt konstruktiv begleiten. Ob wir ihn aufhalten können, glaube ich nicht. Wir müssen vielmehr anfangen, unsere Städte und das Umland nachhaltig zu planen. In Zeiten des Klimawandels ist kluge Stadtplanung und nachhaltige dörfliche Entwicklung angesagt. Einerseits brauchen wir möglichst kompakte Siedlungen, um Wege und damit CO2 zu sparen. Andererseits brauchen wir grüne Oasen, um den Folgen des Klimawandels wie etwa Hitzewellen zu begegnen. Denn durch den Klimawandel werden sich vor allem die dicht bebauten Städte weit, weit durch Hitzewellen erwärmen, der sogenannte Wärmeinsel-Effekt. Modellanalysen haben gezeigt, die Stadt der Zukunft ist sternförmig. Menschen siedeln sich entlang von Verkehrsachsen an. Das war schon immer so, und das erleben wir auch jetzt wieder so. Insofern glaube ich, dass Ihr Antrag in der Tat nichts bringt. Die Bundesregierung muss aber hier reagieren. Wir sollten die Kommunen und die Länder unterstützen, diese Städtebauentwicklung entgegen der Donut-Effekte laufen zu lassen. Wir sollten auf Achsenentwicklung, entlang der Achsen schauen. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Alle reden vom Wetter, aber keiner unternimmt, was dagegen hat mal Karl Valentin gesagt. Vielleicht würde heute ein Ur-Urenkel von Karl Valentin sagen, alle reden vom Klima, aber keiner will es gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Lars Rohwer war das hier in der Debatte anlässlich eines Antrags der AfD-Fraktion zur zunehmenden Abwanderung aus den Städten. Und nun spricht Christina Johanne Schröder, Sprecherin für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen von der Grünen-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gästinnen und Gäste, ich bin entsatzt über diesen Antrag. Ich meine, da verdreht die AfD wie üblich die Fakten. Hier wird von Massenmigration gesprochen. Aber was ist denn im letzten Jahr passiert? Putin hat brutal die Ukraine überfallen und damit eine Fluchtbewegung ausgelöst. Und wir in Deutschland, eines der reichsten Wender der Welt, beteiligen uns daran, dass Menschen, die drei Flugstunden von uns entfernt sind, hier eine Leben haben können, während dort der Krieg getobt. Es sind besonders viele Frauen mit Kindern nach Deutschland gekommen. Und diese ekelhafte, menschenverachtende Sprache von ihnen beleidigt auch das Hohe Haus. Hier in diesem Plenum sind so viele, die nicht in Deutschland geboren wurden, deren Eltern nicht in Deutschland geboren wurden oder deren Großeltern nicht in Deutschland geboren wurden. Hier sind so viele, die die ganze Bundesrepublik, ein sehr, sehr funktionales Land, aber sie zeichnen das Bild, als ob hier Sodom und Gomorra wäre. Und das stimmt nicht. Sie müssen sich mal einigen, wollen hier alle Leute hin oder ist hier Chaos? Also ich glaube, wir leben in einem der besten, funktionalsten Ländern und deswegen können wir das auch relativ gut lösen, mit über einer Million Flüchtenden klarzukommen. Das ist doch wohl absolutes Gebot der Stunde, nachdem Putin die Ukraine überfallen hat. Es geht ja um ländlichen Raum in diesem Antrag. Und wir haben ihn gelesen. Die Rede ging ja um was anderes. Und ich lebe im ländlichen Raum. Und in meinem ländlichen Raum gibt es sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund. Das sind Mietende, das sind EigenheimbesitzerInnen. Das sind ganz oft Vermietende, das sind HandwerkerInnen, Einzelhändler und Menschen und einfach Menschen, die in der Mitte der Gesellschaft sich an einem Dorfleben beteiligen. Ich wohne in einem ländlichen Raum ohne Autobahnauffahrt übrigens. An dem der... Ja, das ist so. Das will nämlich dort keiner, dass die hinkommt. An dem der 31. Oktober 1961 gefeiert wird. Das ist nämlich das Abwerbeabkommen mit der Türkei. Wir leben in einem ländlichen Landkreis, der davon Jahrzehnte profitiert hat, dass wir Zuwanderung haben, dass wir Arbeitskräfte aus dem Ausland haben. Deswegen sind wir kein strukturschwacher ländlicher Raum. Wir profitieren davon. Und Deutschland profitiert eben von der Vielfalt. Und Deutschland profitiert davon, dass wir ein Einwanderungsland sind, dass Kompetenzen, Arbeitskräfte und Fachkräfte zu uns kommen. Und Sie zeichnen ein Bild, als ob wir... Sie zeichnen hier ein Bild, als ob wir in einem Land wären, das nicht lebenswert ist. Ich glaube, 84 Millionen Menschen beweisen, dass es anders ist. Vielen Dank. Applaus Schön, Sie zu sehen. Guten Tag. Es geht nicht an. Kann man sich jetzt besser sagen? Nein. Kann die Technik mal... So, Katrin Göring-Eckardt ist nun hier, hat den Sitz des Präsidiums übernommen, aber hat Probleme, harte Probleme mit dem Mikrofon. Ich freue mich, Sie zu sehen. Das wollte ich eigentlich nur gesagt haben, laut und vernehmlich, an diesen wunderbaren Freitagmittag. Und gebe das Wort für die Linke, Günay Akbulut. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit zehn Jahren müssen wir uns von der AfD anhören, dass Migrantinnen schuld an allen Missständen in Deutschland sind. Migrantinnen sollen schuld daran sein, dass es keine Wohnungen gibt, dass Arbeitsplätze fehlen, dass die Armut zunimmt und Deutschland den Bach runtergeht. Auch der AfD-Antrag heute bildet keine Ausnahme. Der Tenor lautet, junge deutsche Familien müssen aufs Land ziehen, weil Geflüchtete in die Städte drängen und den deutschen Wohnungen wegnehmen. Es ist immer die gleiche rassistische Agenda der AfD. Sie spielen immer wieder Menschen gegeneinander aus. Aber wer soll denn die Wohnungen und die Häuser bauen, die wir doch so dringend benötigen? Ohne migrantische Beschäftigte auf den Baustellen würde das Baugewerbe in Deutschland gar nicht funktionieren. Laut dem Antrag der AfD ist der Zusammenhang zwischen Zuwanderung aus dem Ausland und der angeblichen Flucht aus den Städten erwiesen. Erwiesen ist jedoch nur, dass die AfD wieder nach Sündenböcken sucht. Für die explodierenden Mieten hat sie keine vernünftige Erklärung, von Wohnungsbaupolitik hat sie überhaupt keine Ahnung. Seit der Aufhebung der Wohnungsgemeinnützigkeit 1990 ist die Zahl an Sozialwohnungen im Rückgang. Während es 1990 noch drei Millionen Sozialwohnungen gab, haben wir heute den historischen Tiefstand von einer Million Sozialwohnungen. Das ist keine Folge von sogenannter Massenzuwanderung, sondern das Ergebnis einer völlig verfehlten Wohnungspolitik. Wohnen wird nicht als Grundrecht der Menschen und als ein Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge betrachtet, sondern als profitables Geschäftsmodell. Während Obdachlose, Studierende, Rentnerinnen, Migrantinnen, Alleinerziehende und viele mehr viele andere keine bezahlbaren Wohnungen finden, machen Immobilienkonzerne und Fonds große Gewinne. Daher muss endlich Schluss sein mit Wohnraumspekulationen. Wir fordern den Verbot von Wohnraumspekulationen, einen bundesweiten Mietendeckel, den Bau von 250.000 Sozialwohnungen pro Jahr und vieles mehr, um konsequent gegen die Wohnungsnot vorzugehen. Auf einen Punkt möchte ich noch hinweisen. Gerade Migrantinnen sind von der Wohnungsnot massiv betroffen. Deswegen brauchen wir auch einen wirksamen Diskriminierungsschutz, weil es nicht auf den Nachnamen ankommen darf, ob jemand zu einer Wohnungsbesichtigung eingeladen wird oder nicht. Meine Damen und Herren, die AfD hat eine Reihe von Vorschlägen in ihrem Antrag, wie der ländliche Raum aufgewertet werden kann. Aber ein Aspekt fehlt, nämlich der Kampf gegen Rechts. In vielen ländlichen Gebieten hat sich eine rechte Alltagskultur etabliert. Dagegen müssen wir vorgehen. Sogenannte national befreite Zonen darf es in Deutschland nicht geben. Dann wäre der ländliche Raum auch für viele, viel mehr Menschen interessant. Und gerade junge Menschen zieht es wegen Multikulti in die Großstädte. Das müssen Sie auch einsehen. Vielen Dank. Okay, Akbulut. Hier zum Antrag der AfD-Fraktion hat deutliche Kritik daran auch geäußert. Und damit kommen wir zum nächsten Redner. Rainer Semet ist der kommunalpolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren heute den Antrag der AfD-Fraktion zum ländlichen Raum. Und Überraschung! Wieder will die AfD die Flüchtlinge zum Sündenbock machen. Wieder zeigt die AfD ihre einfältige Meinungsmache gegen Menschen, die bei uns Schutz suchen. Und wieder will die AfD mit falschen Behauptungen unsere Gesellschaft spalten. Spalten! Genau! Sie haben mich richtig gehört. Sie schreiben in Ihrem Antrag, dass viele Familien mit Kindern sich dazu entschließen, in ländliche Räume zu ziehen. Natürlich aufgrund der Flüchtlinge, wie Sie sagen. Weil sie deutsche Familien aus der Multikulti-Großstadt verdrängen. Das ist Unsinn! Unsinn! Tatsache ist doch, dass die Attraktivität des ländlichen Raumes seit Jahren steigt. Der Breitbandausbau schreitet mit großen Schritten voran. Die öffentliche Infrastruktur funktioniert. Und in ländlichen Räumen gibt es viel ungenutzten Wohnraum. Fakt ist doch, dass wir in Deutschland keinen Wohnraummangel haben. Der Wohnraum ist nur ungleich verteilt. So beschreibt der Deutsche Städte- und Gemeindebund, dass auf dem Land über 1,8 Millionen Wohnungen leer stehen, wovon 600.000 Wohnungen sofort verfügbar wären. Dieses Potenzial auf dem Land müssen wir nutzen. Der ländliche Raum wird immer attraktiver für junge Familien. Als AfD-Fraktion sehen wir diese Entwicklung sehr positiv. Sie zeigt doch, dass unsere Bemühungen in der Ampelkoalition, den ländlichen Raum attraktiver zu machen, wirksam sind. Im vergangenen Jahr haben wir 9,5 Milliarden Euro in den Ausbau der Bundesschienenwege investiert. Gleichzeitig macht Minister Wissing mit dem Deutschlandticket den ÖPNV attraktiver. Hierfür wird jährlich ein Betrag von 1,5 Milliarden vom Bund bereitgestellt. Die Investitionen in den flächendeckenden Breitbandausbau werden 2023 massiv steigen und dann bei circa 730 Millionen Euro liegen. Insgesamt investieren wir allein in diesem Jahr mehr als 1,2 Milliarden in die digitale Infrastruktur in Deutschland. Aber wir wissen selbst, dass das noch nicht ausreicht. Um wirklich frei entscheiden zu können, ob man auf dem Land oder in der Stadt wohnen möchte, braucht es gleichwertige Verhältnisse zwischen urbanen Gebieten und dem ländlichen Raum. Diese Gleichwertigkeit hängt von verschiedenen Fragen ab, zum Beispiel von der Frage, ob ein junger Mensch sein Start-up auch digital auf dem Land gründen kann oder davon, dass vor allem ältere Menschen einen schnellen Zugang zu Ärzten haben wollen und brauchen und nicht bei jedem Arztbesuch eine Stunde in die nächste Stadt fahren müssen. Und es hängt davon ab, ob Familien ausreichend Plätze an Kitas, Schulen, Sportplätze und Schwimmbäder vorfinden. Klar ist, hier müssen wir noch mehr tun. Das ist uns allen klar. Mobilität bedeutet Freiheit für die Menschen auf dem Land. Daher wollen wir einen besseren und moderneren ÖPNV mit schlanke Verwaltung statt mit Gratis-Mentalität. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass viele Termine nicht in Präsenz stattfinden müssen. Homeoffice spart lange Wege in den Betrieb und schont Mensch und Natur und macht damit den ländlichen Raum noch attraktiver. Es funktioniert aber nur, wenn während der Online-Meetings nicht plötzlich das Internet stockt. Deshalb wollen wir 5G an wirklich jeder Milchkanne. Die Förderung strukturschwacher Kommunen ist für uns ein zentrales Anliegen. Wir dürfen die Menschen auch in diesen Regionen nicht alleine lassen. Deshalb haben wir verschiedene Förderprogramme für die Kommunen aufgelegt. So zum Beispiel ein Bundesförderprogramm in Höhe von 400 Millionen für die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. All diese Maßnahmen sind echte Schritte, um die Kommunen in den ländlichen Räumen attraktiver zu machen und zukunftsfit aufzustellen. Wir als Ampel sind schon auf einem guten Weg. Lassen Sie uns gemeinsam dafür arbeiten, dass wir in diesen Punkten schnell weiter vorankommen. Emi Zöllner hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Und Emi Zöllner ist die Obfrau im Ausschuss für Wohn- und Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen für die Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Kollegin Bachmann, Sie haben heute wieder das Beispiel bemüht, das die AfD die ganze Woche bemüht hat. Sie haben nämlich die Situation geschildert, die wohl stattgefunden hat in Berlin. Da war ein Pflegeheim und da gab es dann einen Konflikt. Das waren Konflikte zwischen zwei Trägern. Und dieser Konflikt, der war nicht erst seit gestern oder seitdem eben die Migration entsprechend angestiegen ist, sondern den gab es schon länger. Und dann kam man eben zwischen diesen zwei Trägern zum Ergebnis, dass man sich voneinander trennen wird. Das bedeutet, dass das Pflegeheim sozusagen den Betrieb bis Ende dieses Jahres einstellt und dass eben es einer neuen Vermietung zugeführt wird. Frau Kollegin, da gäbe es eine Zwischenfrage aus der AfD. Möchten Sie die zulassen? Bitte schön. Roger Beckkamp hat eine Zwischenfrage. Sie sprachen gerade davon, im Pflegewohnheim in Berlin-Wedding, dass da irgendein Konflikt geherrscht habe zwischen dem Betreiber und dem Eigentümer der Immobilie und man dann irgendwie irgendwann auch Flüchtlinge aufgenommen habe, so ungefähr sinngemäß. In der Tat ist es nicht so. Ich war gestern da. Ich habe mit den Leuten gesprochen. Und es ist einfach so, dass mittlerweile es wohl so ist, dass man einfach besser an Flüchtlingen verdient in Deutschland als an alten Leuten. Und dass die Diakonie, die ein Kircherträger ist, anscheinend jetzt nicht nur Seenotschleppungsboote finanziert, sondern auch noch darüber hinaus ihre eigenen Pflegebedürftigen Einbewohner rausschmeißt bzw. gehen lässt, weil sie besser verdient daran. Das finde ich als CDU mit einem C im Namen höchst bedenklich, dass Sie das einfach so laissez-faire gehen lassen. Vielleicht kommentieren Sie das mal. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Kollege, Sie werfen praktisch einer Stiftung vor, die im Stiftungsziel drin hat, auch Geflüchtete zu unterstützen, dass Sie entsprechend ja die Gemeinwohl orientiert haben und in Ihrer Satzung drinstehen haben, dass zum Beispiel ein Thema der Gemeinwohlorientierung, wie bei ganz vielen Kirchen auch die Unterstützung von Geflüchteten drinsteht, dass Sie da Ihre Räumlichkeiten für diesen Zweck nutzen. So, auch ich habe, das sind zwei, nein, es sind zwei Unternehmen. Das eine, es ist das Unternehmen, das eine Pflegeeinrichtung betreibt, und das andere ist eine Stiftung mit verschiedenen Gebäudlichkeiten, die für verschiedene Zwecke, unter anderem, wie in der Satzung drinsteht, für Geflüchtete genutzt wird. So, und es gab seit langen Monaten einen Konflikt zwischen diesen zwei Einheiten, und es hat dazu geführt, unabhängig von der Nachnutzung, die ich aber in dem Fall tatsächlich schwerlich vorwerfen kann. Denn die Satzung des Eigentümers der Wohnung hat es genau als Stiftungszweck mit drinstehen. Das hat dazu geführt, dass am Ende des Tages man zum Ergebnis gekommen ist, dass man sich voneinander trennt. Und zwar, das war seit über einem Jahr schwellte dort ein Streit. Und jetzt, und das ist das, was ich Ihnen vorwürfe, wenn es Ihnen um die Pflege in unserem Land geht, dann hätten Sie eine Aktuelle Stunde zum Thema Pflege beantragt und nicht zum Thema Flüchtlinge. Mein lieber Schieber, mein lieber Schieber, mein lieber Schieber, was Sie hier tun, ja, ich habe dort angerufen, ich habe auch mit den Trägern telefoniert, aber Sie wollen es ja nicht hören. Gerne, ich bin jederzeit bereit beim Thema Pflege. Da haben Sie genug Kritikpunkte beim Gesundheitsminister Lauterbach angefangen. Dann beantragen Sie eine Debatte dazu. Sie tun es nicht. Unterstützen Sie die Pflege. Und es ist auch so, dass tatsächlich, Sie haben ja den Antrag entsprechend eingebracht, die ländlichen Räume, die wollen wir weiter attraktiv machen. Ja, dafür kämpfen wir. Wir kämpfen um Menschen, die entsprechend aus Berlin gut qualifiziert in die ländlichen Räume ziehen. Wir haben dort zum Beispiel in Oberfranken Oberfrankenoffensiv eingerichtet. Das unterstützen wir vor Ort, weil wir nämlich als ländlicher Raum entsprechend auch attraktiv sind. Deswegen kämpfen wir beispielsweise als Union auch für Straßen. Wir kämpfen deshalb für Straßen nicht, weil wir irgendwie sagen, ja, es ist uns egal, ob da Natur für verwendet wird, sondern wir kämpfen beispielsweise für Infrastruktur als Union und auch für Straßen, weil wir wollen, dass auch die Menschen in den ländlichen Räumen entsprechend angeschlossen sind. Wir möchten, dass Menschen schnell von A nach B kommen können. Wir möchten, dass Familienverbünde auch in den ländlichen Räumen zusammenbleiben können. Und deswegen bin ich dem FDP-Verkehrsminister sehr, sehr dankbar, dass er auch noch mal ein klares Bekenntnis zum Verbrennermotor, mit welchem Stoff er auch immer betrieben wird, vorgebracht hat. Denn, und das ist der Vorwurf, den ich auch dieser Bundesregierung mache, ich muss natürlich Dinge nicht nur vom Ende her denken, sondern ich muss sie auch vom Ende her erzählen. Sie haben gesprochen von gleichwertigen Lebensbedingungen, Verhältnissen in den ländlichen Räumen. Und gleichwertig bedeutet nicht gleichartig. Das bedeutet natürlich, im Frankenwald erwartet keiner, dass an jedem Baum irgendeine U-Bahn-Station entsprechend installiert wird. Aber ich muss individuelle Mobilität, die ich natürlich über den ÖPNV in den Städten wie Berlin leichter entsprechend organisieren kann, eben auch für den ländlichen Raum zur Verfügung stellen. Ja, und solange wir uns nicht beamen können, werden auch die Menschen im ländlichen Raum sich in eine Kiste setzen müssen, mit was auch immer betrieben, um schnell von A nach B zu kommen. Und deshalb bitte ich Sie darum, wenn Dinge zum Ende vielleicht sogar gedacht ist, erzählen Sie sie dann auch bitte zum Ende. Es kann nicht sein, dass die Grünen eine Politik machen zum Nachteil der ländlichen Räume, indem sie eben dann nicht erzählen, wenn der ÖPNV reduzierter fährt als beispielsweise in Berlin, dass das dann konkret für die Mutter im ländlichen Raum bedeutet, dass sie, um ihre Kinder in die Schulen bringen zu können, dann halt vielleicht noch eine Stunde eher aufstehen muss, um eben den ganzen Alltag zu organisieren. Denn der Individualverkehr soll ja für die ländlichen Räume eingeschränkt werden. Das gehen wir als Union so nicht mit. Und deswegen kämpfen wir um die ländlichen Räume mit allem, was zur Verfügung steht. Und auch beispielsweise Energieträger wie Öl, Pellets und Flüssiggas. Es wurde bewusst von Ihnen abgesetzt in den Haushaltsverhandlungen. Wir haben dafür gekämpft als Union, dass auch diese Energieträger entsprechend in den Härtefallhilfen berücksichtigt werden. Und deswegen werden wir auch da weiterhin gut drauf aufpassen, gerade wenn es um das Thema geht, entsprechend Öl- und Gasheizungen ohne sozialen Ausgleich zu verbieten. Das machen wir als Union nicht mit. Und, um zum Schluss zu kommen, Sie haben die nationalen Projekte des Städtebaus. In Bayern haben wir eine Städtebauförderung. Die tun wir für die ländlichen Räume entsprechend aufstocken, bis zu 90 Prozent in strukturschwachen Gebieten, dass auch dort Städtebauförderung möglich ist. Und was machen Sie? Das einzige Programm, das 90 Prozent von Bundesseite her für die Städtebauförderung, auch für die ländlichen Räume, zur Verfügung steht, stellt nämlich die nationalen Projekte des Städtebaus. Das kürzen Sie ganz, ganz gnadenlos runter. Und deswegen sage ich, Sie können es beweisen. Sie können morgen im Haushalt entsprechend beweisen, dass Ihnen die ländlichen Räume was wert sind. Und deswegen die nationalen Projekte des Städtebaus. Würde ich mich sehr freuen, wenn Sie das wieder einführen. Und in diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit. Emi Zöllner ist jedoch sehr emotional geworden, als es um die Pflege ging. Das ist auch natürlich ihr Thema als ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin. Engagiert sie sich in diesem Bereich besonders? Emily Fons jetzt mit ihrer ersten Rede hier im Deutschen Bundestag. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Liebe Besucherinnen! Politik so zu erklären, dass alle sie verstehen, das ist mein Ziel und mein Anspruch. Was mich an Politik stört, und ich glaube, da bin ich nicht alleine, komplizierte Sprache, unverständliche Antworten. Wir haben Namen für Gesetze, bei denen man am Ende des Wortes gar nicht mehr weiß, wie es angefangen hat. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir grundsätzlich mal daran arbeiten müssen. Was die Sprache angeht, naja, da bin ich beim Anfrag der AfD schon ziemlich gleich über den Titel gestolpert. Massenmigration. Masse. Das ist eine große, unkontrollierbare Menge. Das ist zu viel. Das geht nicht. Und das ist ein super Beispiel dafür, was Populisten, wie sie hier rechts vor mir sitzen, mit Sprache machen. Sie versuchen, mit anschaulichen Worten die Sorgen und Ängste der BürgerInnen anzusprechen und anzuheizen. Die Wissenschaft nennt das Framing. Populisten erzeugen Bilder im Kopf, die schlechte Gefühle verursachen sollen. Aber düstere Bilder mit Worten zu erzeugen, führt nicht zu Lösungen. Es führt zu mehr Verunsicherung und zu mehr Angst bei den Menschen. Das hilft niemandem. Und es spaltet. Und klar, natürlich gibt es Herausforderungen und Probleme. Aber den Menschen vermeintlich einfache Lösungen für komplexe Zusammenhänge zu präsentieren, das ist einfach falsch. Ich bin Mitglied im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Und dabei ist mir wichtig, jeder Mensch verdient ein lebenswertes und bezahlbares Zuhause. Im Studium habe ich selbst gemerkt, wie schwer es sein kann, in einer Unistadt, in einer großen Stadt Wohnraum zu finden. Ich weiß, wie frustrierend Wohnraumsuche sein kann. Und ich kann mir vorstellen, bzw. ich als Person kann es mir eben gerade nicht vorstellen, wie schlimm es sein muss, bei der Auswahl als Mieterin auch noch Rassismus zu erfahren. Bei all dem zeigt sich, was wir brauchen, ist gute Zusammenarbeit. Und das betrifft uns alle, jung und alt, Stadt und Land, Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Nur so können wir gemeinsam wirklich was erreichen. Mein Kollege hat es eben gesagt, der Bausektor macht es da vor. Unsere Bauministerin Klara Geiwitz hat das Bündnis Bezahlbarer Wohnraum Anfang 2022 ins Leben gerufen. Da arbeiten verschiedenste AkteurInnen ganz eng zusammen, mit Kommunen, Ländern und dem Bund. Damit sich Auszubildende, Studierende, Menschen mit geringen und mittleren Einkommen und auch RentnerInnen ein schönes Zuhause schaffen können. Das ist gute Zusammenarbeit. Das ist Fortschritt. Denn eins ist doch klar, wir brauchen Fortschritt und keinen Rückschritt. Und wie überall gibt es auch hier bei uns im Parlament ProblemsucherInnen und ProblemlöserInnen. Hier rechts haben wir die ProblemsucherInnen. Menschen, die Sorgen und Ängste anheizen. Und links davon haben wir die ProblemlöserInnen. Menschen, die aktiv unsere Herausforderungen angehen und gemeinsam an ihnen arbeiten. Und wenn ich nach oben auf die Tribüne schaue, dann sehe ich die Zukunft. Die Menschen, für die wir hier unten richtig gute Politik machen wollen. Und ich möchte als junger Mensch zu denen gehören, die zuversichtlich in die Zukunft schauen, die die Probleme ansprechen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Und ja, die großen Fragen unserer Zeit werden sich nicht mit einer einzelnen Maßnahme lösen lassen. Manches ist mühsam und dauert lange. Vieles ist echt nicht einfach. Ich verstehe den Frust der jungen Generation, weil ich bin selbst Teil davon. Vieles stößt auf Unverständnis. Und das war ein Grund, warum ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren, meine Stimme zu nutzen und mich aktiv mit einzubringen. Ich könnte jetzt auch beim Klimastreik sein hier im Regierungsviertel und demonstrieren. Denn die Klimakrise zeigt uns ein riesiges Gerechtigkeitsproblem. Denn gerade die, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, sind die, die am schlimmsten von ihr betroffen sind. Und es sind gerade junge Menschen, die draußen demonstrieren. Denn meine Generation wird die Folgen von zu wenig Klimaschutz zu spüren bekommen. Und trotzdem sind junge Menschen, man sieht es hier, immer noch zu wenig eingebunden, gerade bei Ihnen. Ich möchte mit meiner Politik hier im Parlament deshalb Sie alle hier auf der Tribüne, aber auch in Deutschland dafür begeistern, sich einzumischen. Junge Menschen sind hier gebraucht. Und mir ist klar, dass gesellschaftlicher Wandel nur funktionieren kann, wenn man die Menschen mitnimmt und wenn die Menschen sich mitgenommen fühlen. Und das beginnt eben schon bei der Sprache. Aber nicht so. Danke. Applaus 22 Jahre alt ist Emily Fons, die jüngste Abgeordnete hier im Deutschen Parlament. Es war ihre erste Rede, weil sie auf Heiko Maas nachgerückt ist, der ja freiwillig ausgeschieden ist aus dem Bundestag. Applaus Und jetzt gebe ich das Wort für Bündnis 90 Die Grünen, der Kollegin Dr. Anne-Monika Spanning. Applaus Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, hier liegt wieder ein typischer AfD-Antrag vor. Viel Titel, wenig Inhalt. Vor kurzem hieß der Titel noch Stärkung des ländlichen Raumes mit Blick auf die Stadtlandwanderung der Deutschen. Das war Ihnen wohl nicht populistisch genug. Jetzt heißt es Massenmigration, Wohnungsnot und Stadtlandflucht bewältigen. Wie schäbig ist das denn? Und das angesichts des schrecklichen Angriffskrieges auf die Ukraine und der vielen Schutzsuchenden. Ja, Landflucht, Landfrust, das war gestern. Immer mehr gewinnt die Land Lust. Das zeigt die aktuelle Studie des Berlin-Instituts. Und das ist gut so. Und dort heißt es wörtlich auf der Homepage. Dank Homeoffice und Co. kommen BerufswanderInnen ländliche Wohnorte immer mehr in Frage. FamilienwanderInnen ziehen mit ihren minderjährigen Kindern in ländliche Regionen. Und auch Empty-Nest- und RuhestandswanderInnen ziehen aus den Großstädten. Und auch Menschen aus dem Ausland zieht es in ländliche Regionen. Und die AfD fordert jetzt hier, es solle nun der ländliche Raum für einheimische Familien und Berufseinsteiger attraktiver gemacht werden. Was für ein engstirniges Menschenbild ist das? Klar ist, wir brauchen und wollen attraktive ländliche Räume für alle Menschen, die hier leben wollen, egal woher sie kommen, egal welches Geschlecht, egal welchen Alters. Für die Jungen, für die Alten, für die Familien, für die Singles, für die Alteingesessenen, für die Rückkehrenden, für die Dagebliebenen, für alle Menschen. Und das ist eine große Chance für den ländlichen Raum. Und das zeigt diese Studie. Und wir sind auf einem guten Weg. Und an zig Stellen haben wir in der Ampel dazu jetzt bereits auch beigetragen. Nach langjähriger Diskussion gibt es endlich ein gesetzlich verbrieftes Recht auf einen guten und bezahlbaren Internetzugang. Insbesondere weiße Flecken werden mit der Gigabatt-Strategie mit einer Milliarden zusätzlich bevorzugt ausgebaut. Wir fördern gerade massiv die Beseitigung von Funklöchern im ländlichen Raum. Einer der ersten Förderbescheide wurde im Ahrtal übergeben. Und mehr als 800 weitere Funkturmstandorte sind in Vorbereitung. Dem Ausbau der erneuerbaren Energien gestalten wir so, dass das Geld im ländlichen Raum bleibt. Und bei den Kommunen und bei den Menschen. Wir fördern im Prinzip die Bürgerenergiegenossenschaft ganz enorm. Für die regionale Wirtschaft haben wir sehr viel geleistet. Wir haben bei der GAW die 50-Kilometer-Regel abgeschafft. In der Strompreisgrenze bekommen kleine energieintensive Betriebe jetzt den Industriepreis. Wir haben 100 Millionen in den Haushalt gestellt für Klein- und Kleinstbetriebe. Wir stärken regionale Wirtschaftungsketten. Wir haben das Bundesprogramm ländliche Entwicklung aufgestockt und umgenannt in Bundesprogramm ländliche Entwicklung und regionale Wirtschaftung. Wir haben 70 Millionen in den Haushalt gestellt für Kulturförderung im ländlichen Raum. Und das 49-Euro-Ticket kommt. Und davon profitieren eben nicht die Großstädte, sondern gerade die Stadt-Land-Pendlerinnen profitieren davon. Und die Regionalisationsmittel haben wir aufgestockt. Die Krankenhausfinanzierungsreform ist aufgegleist. Und mit Berücksichtigung von Vorhaltekosten ist das gerade für den ländlichen Raum wichtig. Das ist noch lange nicht genug, aber wir machen weiter und wir sind da dran. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 5818 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Und damit wird sich der Bundestag jetzt wieder mit einem Einsatz der Bundeswehr beschäftigen. Diesmal geht es um die Operation Sea Guardian, auch ein Einsatz der NATO im Mittelmeer. Bis zu 550 Bundeswehrsoldaten möchte die Bundesregierung weiterhin für diesen Einsatz entsenden können. Momentan sind 90 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten in dieser Mittelmeermission im Einsatz, um Terrorismus zu bekämpfen, Waffenschmuggel zu unterbinden und gegen Schleuser vorzugehen. Und auch hier ist es wie bei den anderen Bundeswehreinsätzen Usus, dass der Bundestag über die Entsendung der Soldaten entscheidet. Ein Jahr maximal. Und auch heute schon gehört haben wir Katja Kolt, Staatsminister im Auswärtigen Amt, wird sich jetzt dazu äußern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Mittelmeer ist von erheblicher Bedeutung für die europäische Sicherheit und es ist die südliche Begrenzung des NATO-Bündnisgebietes. Einerseits verbindet uns das Mittelmeer mit unseren Nachbarn. Auf der anderen Seite ertrinken dort nach wie vor Menschen auf der Flucht aus Krieg und Elend. Leider bleibt das Mittelmeer auch für terroristische Gruppierungen und Waffenschmuggel relevant. Dem wollen und müssen wir weiter entgegenwirken. Deshalb wurde Sea Guardian beauftragt, einen Beitrag zur Seeraumüberwachung, zum Lagebildaustausch, zum maritimen Kampf gegen den Terrorismus und zur Beschränkung des Waffenschmuggels zu leisten. Zu diesem Zweck sind Schiffe und Flugzeuge im Einsatz, um umfassende Lagebilder zu erstellen. Dazu können sie auch Schiffe kontrollieren, im Extremfall auch gegen den Willen der Schiffsführung. 2022 konnten 17 Schiffe mit Zustimmung kontrolliert werden. Ein Boarding gegen den Willen der Schiffsführung war im letzten Jahr beruhigenderweise nicht erforderlich. Mit unserem deutschen Beitrag konnten 2022 unter anderem über 3.000 detaillierte Abfragen von Schiffen im gesamten Mittelmeer durchgeführt und in eine Datenbank überführt werden, für ein besseres Lagebild der NATO, das heißt all ihrer Mitgliedstaaten. Dies ermöglicht es der NATO, die Situation im Mittelmeerraum besser einzuschätzen und auf Bedrohung zu reagieren. Die sichtbare Präsenz hat auch einen stark präventiven Charakter. Unser deutscher Beitrag wird weiter benötigt, deswegen soll das Mandat für weitere zwölf Monate verlängert werden. Ich erinnere an dieser Stelle noch einmal daran, was wir seit Amtsantritt dieser Regierung an dem Mandat angepasst haben. Das Einsatzgebiet ist seitdem klar umgrenzt und erfasst nicht mehr die Küstengewässer der Anrainerstaaten. Auch den Kapazitätsaufbau von Anrainerstaaten haben wir aus dem Mandat herausgenommen. Und wir haben die Mandatsobergrenze moderat herabgesetzt. Diesen Umfang wollen wir weiter unverändert beibehalten. Wir zeigen damit, dass wir auch im Süden ein verlässlicher Alliierter und Bündnispartner bleiben. Diese militärische Maßnahme ist natürlich nicht das einzige, sondern integrierter Teil eines umfassenden Konzepts, um die Situation in der Mittelmeerregion langfristig zu verbessern. So halten wir an unserem Engagement für nachhaltigen Frieden und Stabilität in Libyen und in der Region fest. Mit dem Berliner Prozess unterstützen wir weiterhin die UN-Bemühungen in Libyen. Und im Rahmen der Union für den Mittelmeerraum wirken wir als größter Beitragszahler darauf hin, dass unsere gemeinsame europäische südliche Nachbarschaft enger zusammenwächst. Sicherheit ist für all diese Bemühungen eine zentrale Voraussetzung. Ich bitte Sie daher um Ihre Zustimmung für unseren fortgesetzten Beitrag bei Sea Guardian, für multilaterale Zusammenarbeit und für die Sicherheit im Mittelmeerraum. Herzlichen Dank. Soweit Katja Keul. Und auf Sie antworten wird nun Roderich Kiesewetter, der Fachsprecher der Unionsfraktion für Krisenprävention. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sea Guardian ist für uns als Union eines der wesentlichen Elemente einer sinnvollen Krisenprävention im Mittelmeer. Deswegen werden wir auch vollumfänglich zustimmen. Und wir sind dankbar, dass unsere Soldatinnen und Soldaten in dieser Mission seit vielen Jahren unsere Interessen dort vertreten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zur Krisenprävention gehört aber auch, dass ein einzelner Staat das nicht leisten kann. Deswegen habe ich ein bisschen vermisst, auch im Mandat und in der Vorstellung, dass wir deutlicher vernetzen müssen, Krisenprävention und Multilateralismus. Denn der Vorteil von Sea Guardian ist es, Krisenprävention und multilaterale Strukturen zu vernetzen. Für uns als Union deshalb auch wichtig, mit Blick auf die Gleichzeitigkeit der Krisen und des Krieges gegen die Ukraine von Russland angezettelt, dass wir eine stabile Südflanke brauchen. Und diese stabile Südflanke geht nur, wenn wir uns mit der Bundesmarine, aber eben auch mit unseren NATO-Partnern intensiv einbringen. Und das zugleich als Beitrag der Lastenteilung, Lastenteilung transatlantisch erbringen. Heute reist der Bundeskanzler nach Washington. Und ich glaube, eine wesentliche Botschaft, die er in diesem etwas zurückhaltend dargestellten Treffen bringen muss, ist, transatlantische Lastenteilung. Und Sea Guardian wäre ein glaubwürdiger Beitrag dafür. Ein zweiter Aspekt. Diese Mission geht ja zurück auf den 11. September 2001. Das war damals eine Artikel-5-Mission. Und wir sehen daran, das war wesentlicher Beitrag des Parlaments 2012, dass wir so eine Mission nicht fortsetzen wollten, weil damals keine Artikel-5-Gefahr bestand. Aber es sehr wichtig war, die Mittelmeeranrainerstaaten einzubinden und zu der Zeit Libyen. Leider ist es nicht gelungen, Libyen weiterhin in diesem Verbund zu halten im Rahmen von Ausbildung. Aber wir sollten diese Mission offen halten, auch für die Zusammenarbeit mit Mittelmeeranrainern in der Mena-Region. Und ich bin sehr erstaunt, dass ich im Mandatstext eine Neuerung gelesen habe, die, glaube ich, schon zukunftsweisend ist. Die Mission soll auch die grüne und digitale Transition der Region fördern. Wenn schon innovative Vorschläge gemacht werden, vielleicht kann die nachfolgende Rednerin kurz erklären, was mit grüner Transition gemeint ist. Ich glaube, man muss die Region absichern im Rahmen der Dekarbonisierung und des Green Deals. Aber der entscheidende Punkt aus meiner Sicht ist, dass wir Krisenprävention und Multilateralismus verknüpfen und diese Mission, Frau Staatssekretärin, offen halten für Partner. Und eben neben diesem Ja nachlesen, da steht es tatsächlich, und diese Mission offen halten, weil es eine Plattform bieten kann für die Lagefeststellung als Sensor im Rahmen der Krisenprävention und zugleich vertrauensbildend für eine Kooperation mit der NATO gelten kann. Und da sehe ich die große Chance, die Mission Sea Guardian auch zukunftsfähig auszugestalten. Abschließend, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir unterstützen vollumfänglich als CDU-CSU diese Mission. Wir hoffen aber, dass im Rahmen der Evaluierung die nächste Einbringung des Mandats wieder stärker auf Multilateralismus setzt. Denn wenn die Bundesregierung den globalen Süden einbinden will, dann sollten wir zumindest in der unmittelbaren Nachbarschaft der Europäischen Union im Süden anfangen und ein Zeichen der Lastenteilung, der Vertrauensbildung und der Kooperation leisten. Und damit werden Krisenprävention und Multilateralismus auch zu einem Markenzeichen dieser Mission und auch unseres Landes. Herzlichen Dank. Applaus Die Anmerkung von Roderich Kiesewetter. Für die Bundesregierung Simtje Möller wird jetzt sprechen, parlamentarische Staatssekretärin bei dem Bundesminister der Verteidigung. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, über Sea Guardian diskutieren wir hier im Plenum in geordneter Regelmäßigkeit. Denn bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten gibt es eine maritime Operation der NATO im Mittelmeer. Doch mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine geht eine grundlegende Veränderung, eine Zeitenwende für die europäische Sicherheit einher. Nichts scheint, nichts ist mehr, wie es war. Wir alle wissen, die Sicherheitslage an den NATO-Außengrenzen ist heute eine andere als vor einem Jahr. Die NATO stellt sich dieser neuen Wirklichkeit. Sie ist sichtbar näher zusammengerockt. Dem Prinzip der kollektiven Sicherheit und Verteidigung kommt eine neue Bedeutung, eine neue Dringlichkeit zu. Damit verändert sich eben auch die Bedeutung von Sea Guardian, diesem wichtigen maritimen Einsatz an der NATO-Südflanke. Wir alle wissen, die See ist immer wieder Schauplatz von Aggressionen. Die eigene Verbundbarkeit gegenüber maritimen Bedrohungen wurde uns durch die mutmaßlichen Anschläge auf die Nord Stream Pipelines mitten in der Ostsee im vergangenen September vor Augen geführt. Dies zeigt, maritime Sicherheit betrifft uns alle. Gerade deshalb haben wir, hat die deutsche Marine ihre Präsenz in Einsätzen und einsatzreichen Verpflichtungen der NATO verstärkt. Die Marine, so sagt sie, geht all in, und das kann man auf den Meeren dieser Welt sehen. In den bestehenden, vor allem aber in den sich abzeichnenden Konflikten, gewinnt die Dimension C stark an strategischer Bedeutung, von der Arktis bis in den Indopaziten. Dementsprechend muss auch unsere Befähigung zur Sicherheit und Verteidigung ausgestaltet werden, dimensionsübergreifend, zeitgleich, in verschiedenen Regionen, mit unterschiedlichen Intensitäten. Ein 360-Grad-Ansatz, wie ihn die NATO im strategischen Konzept letztes Jahr definiert hat. Ein Blick auf Nord- und Ostsee genügt, um unsere eigene Verwundbarkeit zu verstehen. Ein Blick auf das Mittelmeer genügt, um die Vielschichtigkeit der Herausforderungen zu begreifen. Denn die Bedrohungen an der NATO-Südflanke sind nicht minder entscheidend für die Sicherheit Europas und der Allianz. Wir alle wissen, dass die Krisen im Mittelmeerraum fruchtbare Nährboden für organisierte Kriminalität, Terrorismus und den weiteren Zerfall staatlicher Autoritäten bieten. Zudem beobachten wir den Aufwuchs von sehgehenden Einheiten, zum Beispiel von Russland, China oder auch anderer autokratischer Staaten, die versuchen, diese Fragilität und ihren Einfluss auszubauen. Dies gefährdet die für den Industriestandort Deutschland so wichtigen Handelsrouten, die durch das Mittelmeer verlaufen. Für wichtige Ressourcen wie zum Beispiel Rohöl oder Flüssiggas oder auch für die Alltagsgegenstände, die sicherlich unser aller Leben deutlich mühsamer machen würden, wären diese Handelsrouten und Lieferketten gestört. Auch als Exportweltmeister sind wir auf die Freiheit der Seewege angewiesen, um beispielsweise die großen Märkte Asiens beliefern zu können. Neben diesen wirtschaftlichen Interessen haben wir auch ein sicherheitspolitisches Interesse. Es ist eben auch in unserem Interesse, dass das Mittelmeer als solch ist und als Südflanke der NATO keine Platz bietet für Aggressionen auf See und darüber unsere kollektive Sicherheit bedroht würde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Partner erwarten von uns Solidarität und die Übernahme von Führungsverantwortung. Die Operation Sea Guardian bildet einen entscheidenden und vor allem einen bewährten Beitrag zur maritimen Sicherheit und dem 360-Grad-Ansatz der NATO durch Seeraumüberwachung und die Erstellung eines Lagebildes für den Mittelmeerraum. Wo die Präsenz von NATO-Schiffen präventiv noch nicht für die gewünschte Ordnung sorgt, erlaubt die Operation, die Kontrolle und Untersuchung verdächtiger Schiffe, wobei weitere Aufgaben zum Schutz der Seewege und von kritischer Infrastruktur lagerabhängig hinzukommen können. Dabei leistet die Operation Sea Guardian von jeher zuverlässig wertvolle Arbeit, überwacht das Gebiet großflächig, liefert Lagebilder und ja, trägt so auch dazu bei, dass der internationale Terrorismus bekämpft wird. Zusätzlich bietet Sea Guardian im Kern eine Kooperationsplattform, fördert Interoperabilität und stärkt so unser Bündnis. Und hier möchte ich betonen, auch die Zusammenarbeit mit der EU-geführten Operation IRINI unterstützen wir ausdrücklich. Der deutsche Beitrag, bestehend aus durchgehend mindestens einer sägenden Einheit, ist gelebte Solidarität in Zeiten der Refokussierung auf Bündnis- und Landesverteidigung und wird von den Verbündeten viel beachtet und hoch geschätzt. Und diese Anerkennung haben wir der Marine und unseren leistungsstarken Soldatinnen und Soldaten zu verdanken, die bei der Operation Sea Guardian im Einsatz sind. An insgesamt 607 Seetagen haben wir uns im zurückliegenden Jahr mit deutschen Kräften aktiv an Sea Guardian beteiligt. Anlässlich des gegenwärtigen Kontingentwechsels und der temporären Unterstützung durch die Regatte Sachsen bedanke ich mich bei allen unseren Seefahrerinnen und Seefahrern für einen Auftrag well done oder, wie man so schön bei der Marine sagt, Bravo Sulu. Und wünsche natürlich der Besatzung von Tender Rhein ebenso viel Erfolg und allzeit eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der Operation Sea Guardian übernehmen wir seit vielen Jahren und aus tiefer Überzeugung weithin sichtbar militärische Verantwortung an der NATO-Südflanke und das so gewonnene Lagebild unterstützt darüber hinaus das Wirken des ständigen Maritim-NATO-Einsatzverbandes in der Ägäis. Die Operation hat sich bewährt und wird auch weiterhin ein wichtiges Instrument der Krisenfrüherkennung und Seeraumüberwachung sein. Die Verlängerung unseres Beitrages ist somit entscheidend, um ein Leben in Recht und Freiheit bei uns in Deutschland und Europa auch weiterhin in der Dimensionsee ganzheitlich und solidarisch zu schützen. Um Ihre Unterstützung dieses Antrages der Bundesregierung möchte ich hiermit ausdrücklich werben und freue mich auf die Beratung in den Ausschüssen. Vielen Dank. Die Beratungen stehen nämlich noch an. Nach dieser Debatte wird hier dieser Antrag erst einmal überwiesen, federführend an den Auswärtigen Ausschuss. Für die AfD-Fraktion spricht nun Joachim Wundrock, auch erst Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Zum siebten Mal beantragt die Bundesregierung nun ein robustes Mandat nach Kapitel 7 der Vereinbarter für die Fortführung der NATO-Operation Sea Guardian. Dies, obwohl schon bei den vorjährigen Debatten zum Thema deutlich geworden ist, dass dieses Mandat eine Mogelpackung, eine leere Hülse ist. Ein Pappkamerad, wie der Kollege Lindner, heute Staatsminister damals in der Opposition, durchaus treffend darlegte. Und zu Recht stellte der Kollege Lindner damals weiterhin fest, dass ein Mandat des Deutschen Bundestages der parlamentarischen Kontrolle der Bundesregierung dient, insbesondere dann, wenn es ein robustes Mandat ist. Ein robustes Mandat darf nur erteilt werden, wenn die konkrete Gefährdungslage dies erfordert. Robuste Vorratsmandate sind strikt abzulehnen, denn sie kämen einem Blankoscheck für die Regierung gleich. Schaut man sich nun die Einzelaufträge von Sea Guardian an, wie im vorliegenden Antrag definiert, stellt man fest, dass zwei davon reine Routineaufträge sind, die von den Seelschreitkräften der NATO regelmäßig in allen Operationsgebieten, auch ohne robustes Mandat, erfüllt werden. Ein dritter Auftrag, der auch nicht mandatspflichtig wäre, besteht nur aus einem Konjunktiv, nämlich der möglichen Unterstützung des EU-Einsatzes IRINI. Und anders als Sie es dargestellt haben, Frau Staatssekretärin, ist die notwendige Vereinbarung zwischen NATO und EU seit Jahren dazu nicht zustande gekommen. Und seit Jahren schon wird Sea Guardian in erster Linie in Zweitfunktion bedient. Das heißt, sehgehende Einheiten der NATO-Mitglieder melden sich für die Dauer der Passage durchs Mittelmeer beim zuständigen Maritime Command der NATO in Northwood bei London an und tragen so zum Lagebildball. Der für das robuste Mandat relevante Auftrag, nämlich der Kampf gegen Terrorismus und gegen Waffenschmuggel, findet schlichtweg nicht statt und fand auch nie statt. Auch im Rahmen der Vorgängeroperation Active Endeavor, die von 2001 bis 2016 auf Artikel 5 des NATO-Vertrags beruhte, ist es nach Auskunft der Bundesregierung nie zur Androhung oder Anwendung des robusten Mandates gekommen. Das heißt, dass der Deutsche Bundestag seit 22 Jahren auf Antrag der jeweiligen Bundesregierung ein robustes Mandat zur Bekämpfung von Terrorismus und Waffenschmuggel beschließt, ohne dass eine wirkliche Notwendigkeit dazu besteht. Auch das Argument, dass robustes Vorgehen nicht erforderlich wurde, weil halt die Abschreckung durch die Präsenz von Sea Guardian funktioniere, ist konstruiert und unglaubwürdig. Und schließlich, das wurde eben schon erwähnt, ist für mich nicht ersichtlich, wie eine robuste Operation Sea Guardian laut Antrag eine gerechte grüne und digitale Transformation im südlichen Mittelmeer fördern soll. Hier fehlt mir wohl der Zugang zur feministischen Außenpolitik. Phasenweise stellt die deutsche Marine jedoch auch Präsenzkräfte zu Sea Guardian ab. Diese Kräfte sollten in der derzeitigen sicherheitspolitischen Lage besser im Haupteinsatzgebiet unserer Marine, nämlich Nord- und Ostsee, die Sicherheit erhöhen. Dies ist wohl dringend erforderlich, und das wurde schon erwähnt, wie die Sprengung der Nordsee-Pipelines zeigt. Wir werden dem vorliegenden Antrag auf ein robustes Mandat für Sea Guardian nicht zustimmen. Sea Guardian kann auch ohne robustes Bundestagsmandat als NATO-Operation die bisherige Auftragserfüllung problemlos fortsetzen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nils Gründer hat das Wort für die FDP-Fraktion. Nils Gründer sitzt im Verteidigungsausschuss für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Unsere aller Gedanken liegen aktuell bei der Ukraine. Sie liegen bei den Menschen, die gerade tagtäglich brutalste Gräueltaten erleben. Aber so berechtigt eben auch der Fokus auf die Ostflanke der NATO ist, umso mehr dürfen wir die Südflanke nicht aus den Augen verlieren. Und dass die Bundesregierung die NATO-Mission Sea Guardian nun verlängern möchte, ist daher sehr richtig. Generell sieht man an der Bündnismission Sea Guardian, wie Zusammenarbeit in den Fragen der europäischen Sicherheit aussehen kann und soll. Man wirkt gemeinsam, teilt Daten und wir bündeln unsere Kräfte. Ich bin stolz, dass das Denken unserer Bundesregierung nicht an den deutschen Grenzen endet. Gerade als jemand, der in einem Europa nahezu ohne Grenzen, ohne Grenzkontrollen aufgewachsen ist, graust mir der Gedanke, unsere südlichen Partner im Stich zu lassen. Erfreulicherweise zeigt eben genau unsere Unterstützung, dass sich unsere Partner auf die Bundesrepublik Deutschland verlassen können. Aber was machen wir eigentlich bei Sea Guardian? Bei dieser NATO-Operation steht besonders die Sicherheit der Mittelmeerregion im Vordergrund. Neben der Aufklärung und dem frühzeitigen Erkennen von terroristischen oder generell krisenhaften Entwicklungen sorgt die Mission auch dafür, dass das Waffenembargo gegen Libyen eingehalten wird. Und an dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei unseren Soldatinnen und Soldaten bedanken, die für uns dort im Einsatz sind. Die Zeitenwende ist glücklicherweise auch in der Marine angekommen. Nur zwingt der Rückstau bei Investitionen und der Instandsetzungen zu starken Priorisierungen. Aktuell fällt es schwer, genügend einsatzbereitende Einheiten zu stellen. Aber natürlich ist es auch im Sinne der Marine, ihren Beitrag im Rahmen der europäischen Solidarität zu leisten. Doch ist sie als kleinste Teilstreitkraft der Bundeswehr durch personelle Belastungen in weiteren Missionen auch sehr stark beansprucht. Heben wir unseren Blick allerdings auf die Landes- und Bündnisverteidigung, müssen auch die personellen und materiellen Kapazitäten der Marine in Zukunft mitgedacht werden. Es ist wichtig, dass wir ein genaues Auge auf die Kräfteverteilung der Marine haben, um möglichst effizient zu arbeiten. Neben diesen erklärten Zielen der NATO gibt es auch indirekte Begleiterscheinungen und Vorteile unserer Mission dort. Dass unsere Wirtschaft stark von den Seewegen dort abhängt, ist den meisten hier sicherlich klar. Wie abhängig wurde mir klar, als ein einzelnes Frachtschiff im Suezkanal stecken blieb. Vielleicht erinnern Sie sich noch. Während der Corona-Pandemie blockierte es fast eine komplette Woche die Weltwirtschaft. Auch Deutschland war davon stark betroffen. Das zeigt, das Mittelmeer ist einer der wichtigsten Knotenpunkte dieser Seewirtschaft. Nicht nur für uns Europäer spart die Abkürzung durch das Mittelmeer eine ganze Woche Zeit. Daher ist es ebenso essentiell, dass wir das Mittelmeer gemeinsam mit unseren Partnern bewachen und schützen. Wir haben vor dem Plenum unter anderem über den Südsudan gesprochen. Nachher reden wir gleich über die Aktivitäten von Russland in Afrika. Ich glaube, nach diesen Debatten ist uns allen bewusst, wie vielfältig die Herausforderungen in puncto Sicherheit auf dem Kontinent Afrika sind. Die Nachwirkungen dieser Konflikte führen oft über das Mittelmeer. Erst am Sonntagmorgen verloren mehr als 60 Menschen vor der kalabrischen Küste in Italien ihr Leben. Ihr Ziel? Europa. Das ist nur eines von vielen traurigen Beispielen für Schleuserkriminalität. Zwar ist es eher ein Zusatz im Aufgabenspektrum der Mission, aber man kann doch die Menschlichkeit dabei nicht aus den Augen verlieren. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir unseren Beitrag im Rahmen von Siegardien leisten. Denn die Aufklärung und Bekämpfung von illegalen Menschen und auch Waffenhandel ist weiterer essentieller Bestandteil der Mission. Und zum Schluss nochmal in aller Deutlichkeit. Als Partner muss man sich auf Deutschland verlassen können. Die NATO muss sich auf Deutschland verlassen können. Gerade in den aktuell unsicheren Zeiten. Welches Signal würden wir unseren Partnern senden? Welchen Grund gäbe es für uns, sich aus einer erfolgreichen und gut funktionierenden Mission zurückzuziehen? Ganz einfach. Es gibt keinen. Vielen Dank. Für die Linke hat jetzt Sakin Lastig das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren und jährlich grüßt das Murmeltier. Wieder einmal wollen Sie vor allen Dingen der Bevölkerung weismachen, dass die NATO-Mission Sea Guardian im Mittelmeer Terrorismus und Waffenschmuggel bekämpfen würde. Die Kosten dafür satte 1,7 Milliarden Steuerzahlergelder. Vorgeblich Deutschlands Beitrag zu einer sicheren Welt. Die andere Seite Ihrer, dieser Medaille. Lieferungen von Mordwerkzeug in alle möglichen Länder der Welt, auch in Kriegs- und Krisengebiete, unter anderem an solche Diktaturen wie Saudi-Arabien, die wiederum damit Menschen im Jemen morden. 2022 erreichte die Ausfuhr der deutschen Rüstungsexporte unglaubliche 8,4 Milliarden, der zweitgrößte Betrag seit bestehender Bundesrepublik. Herzlichen Glückwunsch an diese selbsternannte Fortschrittsregierung für Ihre wertebasierte Außenpolitik. Mit Sea Guardian, das müssen gerade Sie sagen, mit Sea Guardian und der Sicherheit, die es angeblich schafft, soll die NATO laut Mandatstext, ich zitiere, die politische und gesellschaftliche Teilhabe vor allem von Frauen und jungen Menschen absichern, wenn das mal nicht Ihre bigotte feministische Außenpolitik ist. Während Sie Menschen, die Schutz vor Kriegen suchen, im Mittelmeer elendlich ertrinken lassen, es wurde gerade gesagt, wie vor kurzem vor Italiens Küste. Ja, auch Frauen und Kinder reiste doch Frau Baerbock kurz nach ihrem Amtseintritt zu der rechtsnationalistischen polnischen Regierung für einen Handshake und war sehr leise dazu, dass gleichzeitig riesige NATO-Stacheldrahtzäune an der polnisch-weißrussischen Grenze gegen Geflüchtete aus den Kriegen in Jemen, in Afghanistan, in Irak und Syrien hochgezogen wurden. Und kurz danach, wenige Monate später, öffnete man völlig zu Recht die Grenzen für Geflüchtete aus der Ukraine. Aber mit was für einer Doppelmoral Sie doch unterwegs sind. Sie behandeln Kriegsgeflüchtete als welcher erster und zweiter Klasse. Wer vor Kriegen Ihrer Bündnispartner wie der Türkei, wie Saudi-Arabien und seit Jahren der US-Kriege flieht, der braucht nach Schutz hier nicht zu suchen. Der wird abgehalten mit Zäunen und ja, auch mit solchen Missionen im Mittelmeer. Wie wäre es denn, endlich mal mit Fluchtursachen bekämpfen? Nicht alle Kriege und Konflikte mit Waffen zu befeuern. Und ächten Sie doch mal endlich alle kriegsführenden Staaten. Ja, Russland natürlich, aber auch die Türkei, Saudi-Arabien und weitere. Möchten Sie eine Zwischentrage zulassen von der SPD-Fraktion? Nein, danke. Nicht nach diesem Beitrag eben. Die Bilanz Ihres Mandats ist so ernüchternd wie Ihre Realpolitik. Waffen wurden durch Sigardien ja bekanntlich nie beschlagnahmt. Bei 21 Schiffen gab es einen Verdacht auf kriminelle Handlung und Terrorismus. Die Folge davon war lediglich, diese Schiffe weiter zu beobachten und gegebenenfalls zu überprüfen. Das ist doch wirklich lächerlich. Wir wissen doch, worum es hier wirklich geht. Es geht hauptsächlich um den Schutz geopolitischer und Wirtschaftsinteressen, gerade auch, und Sie haben es doch eigentlich eben genannt, gegen Staaten wie China und Russland. Es geht darum, dass mit Steuerzahlergeldern, mit Milliarden, die Gewinne von großen Konzernen gesichert werden. Und dazu sagen wir weiterhin Nein. Soweit ist schon die Ankündigung der Sprecherin für Menschenrechte der Linksfraktion, Saklin Nastic. Für die Grünen-Fraktion spricht nun Max Lux. Er ist Obmann im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe seiner Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion, liebe Frau Staatssekretärin, liebe Frau Staatsministerin, liebe Frau Nastic, Sie haben ja gerade eine politische Grundsatzrede in drei Minuten gehalten, mit fragwürdigen Auffassungen. Ich möchte aber mal auf einen Punkt eingehen. In einer Zeit, in der die Frauen im Iran um ihre Freiheit kämpfen und eine Revolution begonnen haben und Deutschland diese Situation vor den UN-Menschenrechtsrat gebracht hat, in so einer Situation erdreisten sie sich bei einem anderen Thema, feministische Außenpolitik, als Bigott zu bezeichnen. So viel zu ihrer angeblichen Solidarität mit der Revolution im Iran, das ungefähr so konsequent wie ihre Enthaltung im Menschenrechtsausschuss zu dem Thema. Meine Damen und Herren, anders als die Mandate vor 2022 ist auch dieses Mandat wieder konkret mit Blick auf Ziele, Sinn und Zweck. Und seine Rechtsgrundlagen, der Kapazitätsaufbau von Küstenwachen bei Anrainerstaaten ist Gott sei Dank nicht mehr Teil des Mandates. Man muss sich mal vorstellen, was damit vor 2022 eigentlich möglich gewesen wäre. Damit wäre möglich gewesen, die Küstenwache von Assad aufzubauen. Damit wäre möglich gewesen, die Küstenwache von Libyen auszubilden. Wir stärken mit diesem Mandat die Sicherheit im Mittelmeerraum, aber wir stärken die Sicherheit im Mittelmeerraum im Einklang mit unseren Werten. Lassen Sie mich bitte auch ganz klar mit Blick auf das Bürgerkriegsland Libyen sein. Wir wissen, es gab immer wieder Länder, die bereit sind und bereit waren, Waffen nach Libyen zu liefern. Dort gibt es seit zwölf Jahren Krieg und umso wichtiger ist, dass das Waffenembargo der Vereinten Nationen durchgesetzt wird. Wir wissen, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Russland und Jordanien haben das Waffenembargo immer wieder um Gang, aber auch der NATO-Partner Türkei. Und deshalb möchte ich hier heute ganz klar sein, wer NATO-Partner ist, der muss aufhören, durch sein politisches Handeln NATO-Missionen zu unterminieren, auch und gerade NATO-Partner müssen sich an das Waffenembargo für Libyen halten. Wenn wir, meine Damen und Herren, über die Sicherheit im Mittelmeer sprechen, dann sollten wir nicht unerwähnt lassen, dass letzte Woche 60 Menschen im Mittelmeer ertrunken sind. Und darauf wird dieses Mandat, auch wenn es die völkerrechtliche Verpflichtung zur Seenotrettung betont, nicht alleine die Antwort geben. Und es beschämt mich, dass Menschen im Mittelmeer vor unseren Grenzen ertrinken. Und deshalb ist und bleibt es so wichtig, dass die Bundesregierung sich in Europa mit Nachdruck für eine europäisch koordinierte und staatlich getragene Seenotrettung einsetzt. Auch das ist ein immenser Beitrag zur Sicherheit im Mittelmeer. Und solange es diese staatlich koordinierte Seenotrettung noch nicht gibt, solange sollten wir auch der Seenotrettung auf dem Mittelmeer keine Steine in den Weg legen. Herzlichen Dank. Der Kollege Markus Grübel hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir schauen natürlich zurzeit intensiv in die Ukraine, aber auch in die Ostsee. Und darum ist gut, dass wir heute auch auf die Südflanke der NATO, aufs Mittelmeer schauen. Wir dürfen das Mittelmeer nicht aus dem Blick verlieren. Italien meldet ja auch gerade verstärkte Militäraktivitäten der russischen Marine im Mittelmeer. Wir müssen also wachsam bleiben und Präsenz zeigen. Und die maritime Sicherheitsoperation Sea Guardian, auf gut Deutsch Seewächter, ist wichtiger Bestandteil der NATO-Präsenz im Mittelmeer. Und unterstützt auch die anderen NATO-Einsätze im Mittelmeer. Die Lebensadern unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft laufen über die Meere, über die Ostsee, die Nordsee, den Atlantik, das Mittelmeer. Die Lebensadern verlaufen über Wasser und unter Wasser. Und an der Sabotage der Gasleitungen in der Ostsee haben wir gesehen, wie verletzlich wir sind, wie verletzlich unsere Infrastruktur, kritische Infrastruktur am Meeresboden ist. Kritische Infrastrukturen wie Datenkabel oder Versorgungsleitungen liegen auch am Meeresgrund. Im Mittelmeer gibt es wichtige Handelsrouten und Verkehrswege. Und darum brauchen wir neben einem guten Überwasserlagebild auch ein starkes und gutes Unterwasserlagebild. Und Seabed Warfare, die Verteidigung auch am Meeresgrund, hat große Bedeutung gewonnen. Dafür müssen wir uns rüsten. Genau der Zwischenruf bestätigt im Grunde, dass wir nicht genau wissen, wer es war. Und jeder spekulieren kann, zeigt ja, dass wir kein gutes Unterwasserlagebild haben und dieses brauchen. Aber auch Terroristen und organisiertes Verbrechen nutzen das Mittelmeer für die Aktivitäten. Sea Guardian sorgt für Stabilität und Sicherheit im Mittelmeer und hilft auch beim Kampf gegen Waffenschmuggel. Die Zusammenarbeit Sea Guardian-Irini, da könnte es im Bereich Logistik, Informationsaustausch eine gute Zusammenarbeit geben, wenn es denn eine Vereinbarung gäbe. Ich habe da schon mehrfach darauf hingewiesen. Früher bei Sofia gab es diese Vereinbarung, bei Irini nicht. Diese Vereinbarung brauchen wir. Die Deutsche Marine, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr unterwegs. Dazu braucht sie Fregattenkorvetten, Seefernaufklärer, Hubschrauber, U-Boote, Minenjagdboote, Flotten, Dienstboote, Tender und so weiter. Sie braucht Munition und Ersatzteile. Mehrere Marineprojekte sind jetzt im Sondervermögen nicht mehr abgebildet. Darum fordere ich die Bundesregierung und die Ampelkoalition auf, diese Projekte werden nur realisiert werden können, wenn das 2-Prozent-Ziel oder, wie der Kanzler mehrfach betont hat, mehr als 2 Prozent tatsächlich erreicht wird. Darum bitte ich Sie schon im nächsten Haushalt, muss in der Perspektivplanung, in der mittelfristigen Finanzplanung dieses 2-Prozent-Ziel ersichtlich sein. Die Zeitenwende muss auch bei der Deutschen Marine ankommen. Mein Dank gilt den Kameradinnen und Kameraden der Deutschen Marine und Ihnen für die Aufmerksamkeit. Markus Grübel ist ja auch noch mal auf die finanziellen Aspekte eingegangen. Unter anderem hat er natürlich noch mal die 100 Milliarden Euro erwähnt, das Sondervermögen der Bundeswehr. Karamba Diaby nun für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Bundeskanzler Olaf Scholz sagte gestern in seiner Regierungserklärung, Frieden schaffen bedeutet, sich Aggressionen und Unrecht klar entgegenzustellen. Das ist eine klare Haltung. In den vergangenen 370 Tagen richteten sich alle Blicke auf die Ukraine. Das ist richtig. Die Ukraine verdient unsere volle Solidarität. Gleichzeitig gilt es, ist es wichtig, dass wir die anderen Konflikte der Welt nicht aus den Augen verlieren. Das Mittelmeer bildet nicht nur eine Grenze des NATO-Bündnungsgebietes, es ist auch Verkehrsader für globalen Handeln. Umso entscheidender ist es, dass wir diesen Raum schützen und schnell und entschlossen auf Spannungen in der Region reagieren. Neben den positiven Aspekten, die das Mittelmeer für uns bereithält, gibt es leider auch Schattenseiten. Organisierte Kriminalität wie Waffen- oder Menschenhandel, aber auch Terrorismus stellen eine ernsthafte Bedrohung dar. Es ist daher richtig, dass wir die einzige multilaterale Mission im Mittelmeer, Siegardien, um ein weiteres Jahr verlängern. Denn sie leitet einen wesentlichen Beitrag für Sicherheit und Stabilität in den Mittelmeerregionen. Siegardien schätzt Lagebilder ein. Das bedeutet, die Mission schaut, was ist eigentlich los, was passiert denn hier. Sie kann im Kampf gegen Terrorismus und Waffenschmuggelschiffe anhalten und durchsuchen. Und sie tauscht Informationen mit anderen Staaten aus. Die Sildemission ist die Prävention von Straftaten, damit es sich für kriminelle Banden gar nicht erlohnt, im Mittelmeer aktiv zu sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, demnächst werde ich nach Libyen reisen. Wie Sie wissen, ist die humanitäre Lage dort katastrophal. Alltäglich machen sich von Libyen aus Menschen auf den Weg über das gefährliche Mittelmeer. Wir schaffen es, also viele schaffen es nicht an Land. Deshalb sage ich, die Menschen brauchen sichere und legale Fluchtwege nach Europa. Siegardien kann das nicht lösen. Aber die Mission hat die völkerrechtliche Verpflichtung, in Seenot geratenen Menschen zu helfen. Erstmalig haben wir in unserem Koalitionsvertrag festgehalten, die zivile Seenotrettung zu stärken und auf europäischer Ebene auszubauen. Erstmalig stellen wir 8 Millionen Euro für die zivile Seenotrettung bereit. Es gilt jetzt, mehr denn je Seenotrettung weiter zu unterstützen und die Veränderungen der Schiffsicherheitsverordnung zu schützen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der Fortsetzung der deutschen Beteiligung an Siegarden schützen wir Menschen vor Ort vor kriminellen Netzwerken. Und wir leisten mit unseren NATO-Partnern einen entscheidenden Beitrag zur maritimen Sicherheit. Es ist daher wichtig, dass wir aus meiner Sicht diese Mission um ein weiteres Jahr verlängern. Dankeschön. Herr Romba Diaby war das für die SPD-Fraktion. Damit kommen wir zum letzten Redner in dieser ersten Debatte zum Antrag der Bundesregierung. Das ist Thomas Silberhorn. Er ist der Fachsprecher für transatlantische Beziehungen der Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Mittelmeer ist eine der weltweit wichtigsten Transportrouten. Gleichzeitig ist es weiterhin eine Region von großer Heterogenität, von Instabilität in unserer Nachbarschaft, im Nahen Osten und in Nordafrika. Und deshalb liegt es in unserem Interesse, als NATO-Partner und als Exportnation, die NATO-Südflanke zu sichern und einen Beitrag zur Stabilität in der Region zu leisten. Kernauftrag der NATO-Mission Siegarden bleibt die Überwachung des Seeraums und die Bereitstellung eines Lagerbildes, aber auch die Bekämpfung von maritimem Terrorismus und der Aufbau von Kapazitäten für die maritime Sicherheit bleiben relevante Aufgaben. Die Bundeswehr leistet bei Siegarden tadellose Arbeit. Allen Soldatinnen und Soldaten und den zivilen Angehörigen der Bundeswehr sage ich deshalb ausdrücklich Danke für Ihren Dienst. Nun hat die Ampelkoalition das Bundestagsmandat für diese Operation im letzten Jahr bereits mehrfach zurechtgestutzt. Der Informationsaustausch und Kapazitätsaufbau mit Staaten in der Mittelmeerregion wurde gestrichen. Das Einsatzgebiet wurde reduziert, die Mandatsobergrenze von 650 auf 550 heruntergesetzt. Das ist mit Blick auf andere einsatzgleiche Verpflichtungen der deutschen Marine gerade im Mittelmeer vertretbar. Aber wenn Sie jetzt zum zweiten Mal die Mittel, die mal bei 3,2 Millionen noch im Jahr 2021 lagen, auf 1,7 Millionen Euro reduzieren wollen, dann würde ich Ihnen doch zurufen, machen Sie es nicht zu kleinteilig, um ein gesonderes Mandat des Bundestages aufrechtzuerhalten. In der Vergangenheit wurde die Operation Sea Guardian für Übungen mit Israel, mit Tunesien und Algerien genutzt. Es gab einen regen Informationsaustausch mit Ägypten, mit Marokko und mit Jordanien. Diese Zusammenarbeit im Mittelmeerraum, meine Damen und Herren, liegt im strategischen Interesse der ganzen NATO. Auf diese Zusammenarbeit sind wir im Übrigen auch dort angewiesen, wo es darum geht, die Sanktionen gegen Russland durchzusetzen. Die Dardanellen sind für russische Kriegsschiffe gesperrt, weil die Türkei als NATO-Partner hier an unserer Seite steht. Im lakonischen Golf, das ist im Süden der griechischen Halbinsel Peloponnese, finden illegale Ship-to-Ship-Operationen statt. Dort wird also Öl von russischen Tankern in Tanker anderer Staaten gepumpt. Und deshalb bleibt eine sichtbare Präsenz der NATO im Mittelmeer unabdingbar. Gerade weil der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine viel Aufmerksamkeit an der NATO-Ostflanke absorbiert, müssen wir an der NATO-Südflanke wachsam bleiben und präsent sein. Hier geht es um 360 Grad, nämlich einen Rundumblick zur Krisenprävention und Abstreckung. Und deshalb leistet Sie, Guardian, dazu weiter einen wichtigen Beitrag. Vielen Dank auch für den leidenschaftlichen Applaus. Ich schließe die Aussprache und komme zur interfraktionellen Überweisung der Vorlage auf Drucksache 5667 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse. So, damit ist also jetzt diese Debatte erst einmal beendet. Und Thomas Silberhorn hat ja auch das strategische Interesse angesprochen, dass die NATO auch hat, um hier den Mittelmeerraum zu befreien von Terrorismus, Schleuser oder Waffenschmuggel, beziehungsweise dagegen anzukämpfen. Und um Strategie geht es jetzt auch, denn die Unionsfraktion fordert von der Bundesregierung eine deutsche Strategie zum Umgang mit Russlands wachsenden Einfluss in Afrika. Mehrere Staaten versuchen, den Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent auszubauen. Gerade bei Russland führt das zu Sorge, unter anderem auch wegen Propaganda und Falschinformationen zum Ukraine-Krieg. Jürgen Trittin wird sich zu diesem Thema als erstes äußern. Meine Damen und Herren, wenn man sich die Anträge so einer Woche anschaut, da fällt einem gelegentlich Nina Hagen ein. Ist alles so schön bunt hier, ich kann mich gar nicht entscheiden. Und sich nicht entscheiden zu müssen, ist das Privileg der Opposition. Sie wenden sich hier gegen zu Recht Russlands wachsenden Einfluss in Afrika. Parallel dazu legen Sie uns aber einen Antrag vor, wir sollen möglichst schnell aus Mali abziehen. Da fragt man sich, wie passt das eigentlich zusammen? Haben Sie aus dem Chaosabzug Ihrer Regierung aus Afghanistan nichts gelernt, wo man das Land dann den Taliban überlassen hat? Mit einem Antrag fordern, Russlands Einfluss in Afrika zu begrenzen und im anderen Antrag zu fordern, ein Land, nämlich Mali, so zu überlassen. Das ist der Grund, warum wir dafür plädieren, geordnet im Rahmen der Vereinten Nationen dort abzuziehen, weil wir zum Beispiel der Auffassung sind, es macht keinen Sinn, vorher abzuziehen, bevor in Mali gewählt worden ist. Aber dieses Beispiel ist jetzt vielleicht auch typisch für das, was Russlands Strategie in Afrika ausmacht. Das ist ja eine Strategie, die setzt, anders als die chinesische, nicht auf massive Geldmittel, sondern sie nutzen die Gelegenheit. Überall dort, wo Europa zum Teil auch bedingt durch die eigene koloniale Geschichte ein Vakuum hinterlässt, überall dort gehen sie rein und versuchen, häufig schwache, häufig auch putschistische Regierungen zu stützen, um darüber Zugriff auf Rohstoffe zu haben. So in der ZHR, in Mali, in Burkina Faso oder auch im Sudan. Wir haben ja gesehen, was mit der Goldmine, die direkt von der Wagner-Gruppe im Sudan betrieben worden ist, so passiert. Das Schlimme ist, es geht hier nicht nur um leicht erbeutete Ressourcen, sondern es geht Putin natürlich auch und gerade darum, mehr politischen Einfluss zu bekommen. Das Ergebnis haben wir gesehen, beispielsweise in dem Abstimmungsverhalten von Mali, was eben von Enthaltung auf Unterstützung und offene Unterstützung von Russlands geschickt ist. Gleichzeitig wird mit diesem Vorgehen, und ich finde, das muss uns ja zu denken geben, Wenn in Burkina Faso als Unterstützung der Putschisten die russische Fahne sozusagen als Freiheitsfahne hochgehalten wird, dann haben wir ein Problem damit, dass Russland seine falschen Narrative dort offensichtlich sehr erfolgreich verbreiten kann. Wir werden klar machen müssen, dass ein Teil der Probleme, die diese Länder haben, zum Beispiel massiv explodierende Energiepreise, Schwierigkeiten beim Zugriff auf Getreide und andere Nahrungsmittel, eben nicht eine Verschwörung des Westens ist, sondern Ursache des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine. Aber wenn wir das so feststellen, dann stellen wir eben auch fest, dass der Ruf Europas auf dem afrikanischen Kontinent nicht der beste ist, was mit unserer europäischen Tradition, auch unserer Kolonialgeschichte zu tun hat, was aber, das will ich an der Stelle auch sagen, damit das nicht nur so vergangenheitsorientiert ist, zum Teil auch mit politischem und ökonomischem Desinteresse zu tun hat. Und in dieses Desinteresse sind nicht nur die Russen mit ihrem Nischenimperialismus, so würde ich ihr Vorgehen in Afrika nennen, reinmarschiert, sondern natürlich auch die Chinesen und die mit großen Geldmitteln. Und wenn man sich mal anschaut, was das für den afrikanischen Kontinent heißt, dann heißt das, China hat fast perfekt von den schlechten neokolonialen Traditionen Europas gelebt. Sie geben großzügig Kredite, aber sie geben Kredite und sie beharren auf der Rückzahlung und treiben so ganze Länder in eine Verschuldensfalle. Und ich glaube, dass wir darauf als Europa eine ernste Antwort finden müssen. Und diese ernste Antwort kann nur die sein, dass wir gegen den Nischenimperialismus Russlands, gegen diese neuen neokolonialen Verschuldungspraktiken von China etwas Eigenes setzen. Das geht über so etwas wie Global Gateway. Und da geht es um mehr übrigens, als nur auf Rohstoffe zuzugreifen. Ich finde das Beispiel, wo der Staatssekretär Kellner hier sitzt, gerade der Partnerschaft zwischen Namibia und Deutschland, Aufbau eines Windparks oder ein riesiger Windparks zur Produktion von grünem Wasserstoff, aber eben auch zum Aufbau von einer eigenen Wertschöpfungskette in Namibia. Also eigenes ökonomisches Handeln an dieser Stelle, das scheint mir die wichtigste Alternative zu sein, um Russlands Vorgehen in Afrika und seine Narrative zu zerstören. Das setzt aber Engagement voraus, das setzt Bereitschaft voraus und das setzt Investitionen voraus. Und das heißt für mich, es ist klug, dass diese Koalition sich darauf verständigt hat, die Sicherheits- und internationalen Verpflichtungen in der Welt damit zu beantworten, dass wir nicht nur den Rüstungsetat notwendig nach oben treiben, sondern im 1 zu 1 auch die Ausgaben für Diplomatie und Entwicklung. Herr Kollege. Jürgen Trittin hat hier noch mal deutliche Worte an die Union gefunden. Auch als es ja um das Sondervermögen Bundeswehr ging, war das ein Streitpunkt zwischen Union und Grünen, wofür eben dieses Sondervermögen eingesetzt werden kann. Für die Union spricht nun Katja Lackert. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Jürgen Trittin, ich fand das jetzt gar nicht so weit weg von dem, was wir in unserem Antrag der CDU-CSU-Bundestraktion gefordert haben. Bis auf Ihre Einschätzung zu Mali liegen wir ja da nah beieinander. Was einem aber auch auffällt, ist, dass es mehr bei der Situationsbeschreibung noch aktuell ist, der Ampel. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir natürlich Strategien entwickeln. Wir stehen in Afrika und in der globalen Welt vor tektonischen Veränderungen. Das ist uns allen hier bewusst. Und gerade in Afrika zeigt sich das natürlich ganz besonders. Und Russlands Einfluss wächst dort. Das haben Sie ja eben auch wunderbar beschrieben. Und natürlich geht es nicht nur um Mali, sondern es geht um den gesamten Kontinent. Seit 2015 hat Russland militärische Kooperationsabkommen mit mindestens 20 von 54 afrikanischen Staaten abgeschlossen. Russland ist für fast die Hälfte aller Rüstungsimporte in Afrika verantwortlich. Und die Truppen der russischen Privatarmee Wagner kämpfen natürlich nicht nur in der Ukraine. Sie sind in Libyen aktiv, in der Zentralafrikanischen Republik und in anderen afrikanischen Staaten. Und diese Realität, und das sollten Sie vielleicht auch noch mal ernster nehmen, die ist wirklich besorgniserregend. Und gerade deshalb ist es wichtig, dass wir mit unserem Antrag noch mal hier auch das Licht darauf lenken. Und wir hoffen wirklich, dass Sie unsere Punkte, lieber Herr Trittin, wirklich aufnehmen und dann auch entsprechend handeln. Die wachsende Rolle Russlands, aber auch Chinas in Afrika betrifft uns immer mehr. Und zu Beginn der Woche hat Emmanuel Macron bekannt gegeben, dass Frankreich, wie ich finde, leider seine militärische Präsenz in Afrika massiv reduzieren wird. Und das ist auch eine Reaktion auf die gezielt antiwestlichen Kampagnen, die Russland fährt. Auch das haben Sie beschrieben, Herr Trittin. Was uns fehlt, ist da eine wirkliche Antwort auf diese gezielten Desinformationskampagnen. Und genau deshalb ist es wichtig, dass wir einen umfassenden Ansatz entwickeln und dem etwas entgegensetzen. Es ist, glaube ich, eine Illusion zu glauben, dass Russland da alleine stoppen wird. Ganz im Gegenteil. Es hat die nächsten afrikanischen Staaten im Visier. Burkina Faso verhandelt nach dem letzten Putschversuch mit Moskau über Waffendieferungen und Söldner. Und wenn das durchgeht, dann wäre das der nächste Stein im Sahel der Feld. Und gleichzeitig gibt es immer mehr Anzeichen, dass auch Kamerun eines der nächsten Ziele ist. Das Land ist bereits heute ein wichtiges Drehkreuz für das Wagner-Netzwerk. Und auch hier gibt es einen Abschluss, einen militärischen Kooperationsabkommen und das noch kein Jahr her. Was wir nicht machen dürfen, ist die Hände einfach in den Schoß legen und behaupten, dass es irgendwie nicht so schlimm kommen wird oder irgendwelche Situationsbeschreibungen hier abzugeben. Sondern wir müssen uns stärker dafür einsetzen, diesen Trend wirklich zu stoppen. Und wenn wir schauen, was die Europäische Union macht, dann ist das ganz hoffnungsvoll. Sie hat vor wenigen Tagen in ihrem zehnten Sanktionspaket gegen Russland einen Schritt in die richtige Richtung gesetzt. Das muss man sagen. Sie nahm gezielt Moskaus Netzwerk in Afrika ins Visier. Sie sanktionierte Wagner-Kommandeure in Mali und der Zentralafrikanischen Republik, aber auch Schattenfirmen des Wagner-Netzwerks, zum Beispiel im Sudan. Und das ist natürlich ein guter Ansatz. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist noch nicht genug. Und deswegen stellen wir auch unseren Antrag. Wir fordern eine wirklich kohärente Strategie. Machen Sie sich da bitte an die Arbeit, wie wir mit dem Einfluss Russlands im Sahel, aber auch zum Beispiel in Zentralafrika umgehen. Wir fordern eine vernünftige, zeitgemäße strategische Kommunikation, die eben genau die falschen Narrative, auch das haben Sie angesprochen, entkräftet und unsere eigene Leistung vor Ort entsprechend würdigt. Denn wir tun auch viel. Wir machen nur viel zu wenig darauf aufmerksam. Wir sind nach wie vor der größte Geldgeber in der Entwicklungszusammenarbeit und Investor in Afrika. Und wir fordern auch, dass unser Angebot an unsere afrikanischen Partner eben noch attraktiver gemacht werden. Zum Beispiel, indem wir eben das Infrastrukturprojekt Global Gateway zeitnah und sinnvoll umsetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir diese Ziele umsetzen, können wir die Entwicklung zum Besseren wenden. Lassen Sie uns das wirklich besser angehen. Herzlichen Dank. Katja Leichert war das hier. Die Unionsfraktion hat hier auch den einen Antrag eingereicht. Und für die SPD-Fraktion spricht nun als nächstes Bettina Luck. Auch Entwicklungsministerin Svenja Schulze und Arbeitsminister Hubertus Heil wollen sich ja verstärkt gegen die russische Einflussnahme in Afrika einsetzen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die 54 Länder des afrikanischen Kontinents sind wichtige Partner für uns in Deutschland, aber auch in Europa. Eine Partnerschaft auf Augenhöhe, das ist unser aller erklärtes Ziel, wenn es um die deutsche Afrika-Politik geht, ist aber auch der Leitgedanke der europäischen Afrika-Strategie. Und genau diesem Leitgedanken folgt die im Januar vorgestellte Afrika-Strategie des BMZ. Also man kann sehen, die Regierungsfraktionen haben sich bereits auf den Weg gemacht. Diese Augenhöhe bedeutet, dass wir nicht mehr über die Akteure oder ohne die Akteure souveräner Staaten Afrikas über Afrika, also eben über ihre Heimat sprechen oder sogar Projekte verwirklichen. Und weil diese Partnerschaft auf Augenhöhe so selten stattgefunden hat, muss sie jetzt konsequenter verfolgt werden. Augenhöhe heißt gemeinsames Handeln im Sinne einer gemeinsamen Zukunft auf einer gemeinsamen Erde. Denn wir brauchen diese vertrauenswürdige Zusammenarbeit. Und Bundeskanzler Scholz hat dies gleich zu Beginn seiner Amtszeit mit einem Besuch in mehreren Ländern des Kontinents sehr sichtbar und sehr deutlich gemacht. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat noch einmal mehr betont, dass die Staaten Afrikas eine Schlüsselrolle spielen, wenn es im internationalen Parkett um Vereinbarungen geht. Und mich persönlich hat der herzliche Empfang des russischen Außenminister Lavrovs in Südafrika sehr nachdenklich gestimmt, genauso wie die Militärübung, die abgehalten wurde, zusammen mit Russland und China. Und diese Militärübung und das Engagement insgesamt, hat bereits der Kollege Jürgen Trittin skizziert, ist etwas, was uns alle vermutlich mit Sorgen begleitet. Nichtdemokratisch regierte Länder wie China und Russland versuchen sehr aggressiv, und man könnte schon fast sagen im kolonialen Ductus, Regierungen afrikanischer Länder auf ihre Seite zu ziehen. Und die Demokratien dieser Welt sollten den afrikanischen Staaten eine Alternative geben und sie dadurch für eine Partnerschaft gewinnen. Denn wenn es uns nicht gelingt, wird es schwieriger werden, klare Mehrheitsverhältnisse in den Vereinten Nationen zu schaffen, eben wenn es darum geht, eine Verurteilung von Kriegsverbrechen zu erreichen. Wenn es uns nicht gelingt, dann wird die Welt ungerechter, da Staaten wie Russland, aber auch wie China nicht auf Augenhöhe Handel treiben wollen. Sie suchen ihren eigenen Vorteil und dies zulasten der Ökonomie, der Ökologie und auch der Rechte von Millionen von Menschen in den Ländern. Und wenn es uns nicht gelingt, geraten Millionen von Menschen in eine Abhängigkeit. Und das ist auch eine Frage mit Blick auf die Menschenrechtslage. Es ist unser Interesse, eine starke Partnerschaft mit afrikanischen Ländern aufzubauen, indem wir bessere Angebote unterbreiten. Ich selbst war im vergangenen Jahr auf Dienstreise in Südafrika. Und in diesem Land kann man wunderbar beobachten, wie das Engagement Chinas beispielsweise konkret vor Ort aussieht. Wie man sich versucht, Machtabhängigkeit und Einfluss zum Eigennutz zu schaffen. Es wird in Kitas, in Kulturzentren, in Straßen und Brücken investiert oder es erfolgen Kofinanzierungen. Und diese kann man gut erkennbar an Plaketten wahrnehmen, sodass auch jedem bewusst ist, wo das Geld herkommt, wer unterstützt. Und daneben entsteht ein Konfuzius-Institut, das diesen teuer erkauften Einfluss auch noch um eine kulturelle Komponente ergänzen wird. Was können wir also unseren Partnern in Afrika bieten? Klar, wir müssen unseren hohen Standards und unsere werteorientierte Ausrichtung fortführen. Aber wir müssen auch unsere Aktivitäten der veränderten geostrategischen Lage anpassen. Denn ich bin überzeugt, dass wir in Deutschland und in Europa Dinge bieten können, die Russland und auch China den Ländern nicht anbieten können. Dazu zählen der Einsatz für Frauenrechte und für Menschenrechte genauso wie Klima- und Energiepartnerschaften für den Aufbau erneuerbarer Energien, aber auch die Unterstützung beim Aufbau gerechter demokratischer Strukturen, die Bewahrung der Kultur oder Aspekte der Teilhabe und Rechtsstaatlichkeit. Es gilt, die Zivilgesellschaften einzubinden, wahrzunehmen, welche Schwerpunktsetzungen erfolgen sollen, und das im Miteinander. Und das BMZ macht eben dieses genau vor. Denn die Afrika-Strategie wurde in Absprache mit afriapolitischen Akteuren entwickelt. Und wie gemeinsame Projekte konkret aussehen können, kann man übrigens hier in Berlin wunderbar sehen. Wenn man das Humboldt-Forum besucht, kann man sehen, welche großartige Wirkungen Ausstellungen entfalten können, wenn sie nicht aus deutscher oder europäischer Sicht erstellt worden sind, sondern gemeinsam mit afrikanischen Partnerinnen und Partnern, damit die Authentizität gegeben ist. Wir müssen aus Fehlern lernen, und wir dürfen sie nicht wiederholen. Und entsprechend müssen wir die Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und da Unterstützung bieten, wo Unterstützung gefragt ist. Das gebietet der Respekt und eine Gegenseitigkeit, die diesen Prozess mit begleiten muss. Aus meiner festen Überzeugung kann ich sagen, diese Gesellschaften, die verschiedenen Gesellschaften Afrikas, haben viel zu bieten. Und wir können auch sehr viel lernen. Neben der Einbindung der zivilgesellschaftlichen Akteure ist es unsere Aufgabe, die Afrikanische Union als ebenbürtiger Partner anzuerkennen und einzubinden. Und neben der Frage, ob wir für die Mehrheitsfindung in der UN sie an unserer Seite brauchen. Wir brauchen jeden einzelnen Staat an unserer Seite, wenn es beispielsweise um den Schutz der Natur oder die Bekämpfung des Klimawandels geht. Und das sind Themen, die haben weder Russland noch China in ihrer außenpolitischen Agenda. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion spricht jetzt Stefan Keuter. Stefan Keuter sitzt für seine Fraktion auch im Auswärtigen Ausschuss. Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir befassen jetzt hier, nachdem der Antrag aus dem Ausschuss zurückgekommen ist, zum zweiten Mal das Thema den wachsenden Einfluss Russlands auf dem afrikanischen Kontinent. Vorweg gesagt, wir folgen der Beschlussempfehlung und lehnen diesen Antrag ab. Ja, wovor haben Sie eigentlich Angst vor diesem wachsenden Einfluss, liebe Union? Sie haben den Antrag eingebracht. Ich sage es Ihnen. Die Frau Luck hatte mir da eben schon die Argumente vorweggenommen. Sie haben Angst, dass uns die Rohstoffe in Afrika weggeschnappt werden. Sie haben Angst, dass Russland Sanktionen umgeht und sich neue Handelspartner auf dem afrikanischen Kontinent sucht. Es sieht ja jetzt schon so aus, dass die algerischen Gasfelder durch russische Firmen kontrolliert werden. Und Sie haben Angst, dass mehr und mehr afrikanische Staaten die Politik Russlands unterstützt und damit ihre Sanktionsmöglichkeiten bei den Vereinten Nationen eingeschränkt werden. Lassen Sie uns einfach mal von dem Entrüstungsgehabe Abstand nehmen und ganz sachlich analysieren, was Deutschland in Afrika macht und was die Russen machen. Deutschland ist seit inzwischen sechs Jahrzehnten auf dem Kontinent aktiv mit Entwicklungshilfe. Heute heißt es Entwicklungszusammenarbeit. Hat Milliarden von Euro auf dem Kontinent verbrannt. Und kaum eines der Projekte, was nicht gerade Infrastruktur angeht, ist überhaupt nachhaltig existiert. Heute noch, sobald unsere Entwicklungshilfe abgezogen sind. Die ehemaligen Kolonialmächte sind mehr und mehr verhasst und sie werden häufig für die Missstände, die dort in Afrika herrschen, verantwortlich oder mitverantwortlich gemacht. Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen. Welche Interessen hat Deutschland, frage ich Sie. Ich sage es Ihnen, die deutsche Außenpolitik ist nicht mehr interessensgeleitet, sie ist mehr und mehr wertegeleitet. Weg von Interessen für deutsche Unternehmen, die dort auf dem Kontinent sind, von den Rohstoffen, mit denen wir dort Handel getrieben haben, hin und hin zu einer feministischen und ökosozialistischen Interessenslage. Werte, die dort nicht geteilt werden. All das sind keine deutschen Exportschlager. Diese Einmischung in innere Angelegenheiten von Staaten und die Missachtung anderer Kulturen, Denkweisen und Werten und das häufig mit arrogantem, erhobenem deutschen Zeigefinger führt in Afrika zu einer Ablehnung. Ich empfehle Ihnen das Werk des ehemaligen ghanischen Präsidenten Nik Ruma von 1965 bereits Neocolonialism, the last stage of imperialism. Besonders schmerzhaft lernen wir das ja auch gerade in Mali, wo wir auch nicht willkommen sind. Schauen wir uns einmal die andere Seite an. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem deutschen Botschafter, der für uns in Afrika tätig war. Wir sprachen über Entwicklungszusammenarbeit und ich fragte dann, was machen denn die Russen hier? Er sagte, die Russen machen hier Geschäfte, sonst hört man von ihnen nicht sonderlich viel. Die Akzeptanz der Russen in diesen Ländern ist aber eine ganz andere, eine sehr gute. Und ja, Russland ist aktiver auf dem afrikanischen Kontinent. Es hat 2019 in Sochi das erste Mal einen Russland-Afrika-Gipfel gegeben. Das Follow-up, der zweite Gipfel, soll jetzt im Juli 2023 in St. Petersburg stattfinden. Und wenn man sich dieses Abschlusskommuniqué anguckt, der auch auf der Internetseite dort abrufbar ist, dann versteht man diesen partnerschaftlichen Umgang zwischen Russen und Afrikanern. Das ist eine andere Herangehensweise, ein anderes Werteverständnis, als wir das haben. Ich kann aus eigener Erfahrung als Redner auf verschiedenen Konferenzen sagen, wenn die Russen einladen, kommen sie mit sehr vielen afrikanischen Ministern, Staatsführern in Kontakt. Und das auf ganz gleicher Augenhöhe. Das ist eine Wertschätzung, die hier entgegengebracht wird, die sonst schlecht zu finden ist. Ich empfehle Ihnen dieses Abschlusskommuniqué. Und unsere Denkweise, die wir gegenüber Afrika haben, ist neokolonial. Und die tragen wir nicht mit. Wir müssen unseren Partnern in Afrika auf gleicher Augenhöhe begegnen. Dann sind auch wir dort erfolgreich. Vielen Dank. Soweit hier die Kritik von Stefan Kräuter. Und damit kommen wir zur FDP in persona. Christoph Hoffmann. Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen, was in Afrika seit Jahren vor sich geht, hat bisher zu wenig Aufmerksamkeit in deutschen Zeitungen, Parlamenten und Regierungen erfahren. Russland versucht seinen Einfluss gerade im frankofonen Afrika systematisch auszudehnen. Es geht um Einflusssphären der alten Sowjetunion, diese wieder herzustellen, aber vor allem Europa zu destabilisieren. Es geht nicht um Ideologie wie im früheren kommunistischen Sowjetenreich, sondern es geht um krumme Geschäfte mit Waffen, Gold und Diamanten. Ja, es geht auch um organisierte Kriminalität, Herr Kräuter. Das, was Sie gerade so als gutes Geschäft gelobt haben, ist nichts anderes als organisierte Kriminalität, über die Putin seinen Schutzschild hält. Das darf uns nicht egal sein, aber das Drehbuch zur Übernahme afrikanischer Staaten wurde in der Zentralafrikanischen Republik geschrieben. Es beginnt vor einem Jahrzehnt mit hybrider Kriegsführung, Fehlinformationen in sozialen Medien, in denen man die miserablen Lebensumstände der ehemaligen Kolonialmacht einfach in die Schuhe schiebt. Dann kauft man Klaköre, die mit russischen Fahnen durch die Straßen laufen, zuletzt gesehen übrigens in Kinshasa vor ein paar Tagen. Anschließend schützt man Putschisten oder Autokraten mit Waffen und Söldnern vor Demokratie oder dem eigenen Volk. Später kaufte Olli Geichtern den Radio- und Fernsehsender, auf dem die Propaganda dann perfekt läuft. Die Kinder sehen in der ZDHR Zeichentrickfilme, in denen ein guter Eisbär einen bösen Franzosen in die Schranken weist. Rüstlands Söldner gehen mit äußerster Brutalität vor. Wagners Söldner halten sich an kein Völkerrecht, sie ignorieren Menschenrechte. Und Prigoshin, der Chef der Wagner-Truppe, ist ein Kriegsverbrecher, nicht nur in der Ukraine, auch in Westafrika. Und wie sein Freund Putin gehört er vor Gericht, verurteilt und eingesperrt. Das Drehbuch, was ich gerade beschrieben habe, aus der Zentralafrikanischen Republik, wiederholt sich in Mali und wird sich auch in Burkina wiederholen. Und da sollten wir nicht zuschauen. Wir müssen dem entgegentreten, und zwar schnell und entschlossen, und nicht nur Deutschland, sondern auch Europa. Es ist aber auch das Drehbuch, und da komme ich jetzt zu Ihnen, liebe CDU, CSU, ein Drehbuch der verpassten Chancen Deutschlands und Europas, sich nicht Afrika zugewendet zu haben. Ich kann mich nicht erinnern, wann Frau Merkel das letzte Mal dann in Afrika wirklich war, in Sub-Sahara-Afrika. Und wer Beweise zum Beispiel jetzt in Mali sammelt über die Massaker Wagners, also Bilder von Gefangenen, die mit Benzin übergossen werden, und bei lebendigem Leibe verbrannt werden durch die Verbrecherbande Wagner, wird durch Russland hörige Militärs des Landes verwiesen. Und deshalb ist es auch gut, dass die Bundeswehr nach wie vor in Mali bleibt und ein beobachtendes Auge in dieser brutalen Umgebung hat und darstellt. Bei der UN-Versammlung stimmt Mali nun jüngst mit Belarus, Eritrea, Nordkorea, Nicaragua und Syrien für Russland. Und ich meine, das kann nicht ohne Folgen bleiben. Auch wir müssen uns in der deutschen Politik überleben, ob es nicht auch eine Zeitenwende in der Entwicklungszusammenarbeit in dem einen oder anderen Falle braucht. Gegen Russlands Vorgehen war es Zeit, aufzuwachen und sich mehr Afrika zuzuwenden. Und das hat diese Koalition bereits begonnen. Dank an Kanzler Scholz für seinen Senegal-Besuch. Das war eine der ersten Auslandsreisen, die er überhaupt übernommen hat. Aber auch Frau Außenministerin Baerbock, Finanzminister Lindner, Entwicklungsministerin Schulze und Arbeitsminister Heil waren bereits in Sub-Sahara-Afrika. Und das ist eine neue Qualität, weil das schätzt man dort auch. Ich bin überzeugt, in uns hat Afrika einen Partner auf Augenhöhe, einen Partner, der Russlands Einfluss begrenzt, die Zivilbevölkerung schützt und der die wirtschaftlichen Entwicklungen vorantreibt. Und da muss noch mehr gehen. Und eine Strategie dafür gibt es bereits, das können Sie nachlesen, in der Afrika-Strategie des BMZs. Eine weitere von der CDU-CSU brauchen wir also erst mal nicht. Aber ich sage auch, es wäre sinnvoll, einen Wirtschaftsbeauftragten für Afrika im Kanzleramt zu haben. Denn Afrika braucht keine Ratschläge, sondern, wie Herr Trittin es auch gerade gesagt hat, Afrika braucht Investitionen. Und nur so wird der Einfluss Russlands begrenzt werden können. Herzlichen Dank. Es wurde hier schon häufiger angesprochen. Bei der UN-Vollversammlung im März hat sich eben dieser Einfluss Russlands auch gezeigt, als 25 von 55 afrikanischen Staaten sich enthalten haben, als die Vollversammlung den russischen Angriffskrieg verurteilt hat. Nun Gesine Lötz für die Linksfraktion. ... als einen großen Selbstbedienungsladen. Wir Linken sagen, die afrikanischen Staaten haben das Recht, über ihre Zukunft selbst zu entscheiden. Sie sollen und wollen sich weder von Russland noch vom Westen Vorschriften machen lassen. Die blutige Jagd nach Rohstoffen hat sehr viele Konzerne sehr reich gemacht. Regierungen von afrikanischen Staaten, die sich gegen die schamlose Ausbeutung zur Wehr setzten, wurden gestürzt. Ich erinnere nur an den ersten Premierminister des unabhängigen Kongo, Patrice Lumumba. Er wurde auf Betreiben der US-Regierung und der belgischen Regierung im Jahr 1961 ermordet. Waffen wurden geliefert und Kriege angezettelt, um an die wertvollen Rohstoffe heranzukommen. So darf das nicht weitergehen, meine Damen und Herren. Und wenn die CDU jetzt über den russischen Imperialismus spricht, dann sollten wir über den Deutschen nicht schweigen und auch den deutschen Völkermord an den Hereros und Nama nicht vergessen und endlich zu einer ordentlichen Entschädigung kommen, meine Damen und Herren. Die Afrika-Strategie der Bundesregierung hat den Titel, er ist ja genannt worden, gemeinsam mit Afrika die Zukunft gestalten. Doch viele afrikanische Regierungen haben das Vertrauen in die westlichen Staaten verloren, und zwar aus guten Gründen. Ich erinnere an die Corona-Pandemie. Die Bundesregierung, damals CDU-geführt, hat massenhaft Impfstoffe vernichten lassen, statt die armen Staaten in Afrika zur Verfügung zu stellen. Sie wollte die Pharmakonzerne nicht verärgern und hat dafür den Tod von vielen Menschen in Afrika billigend in Kauf genommen. Das war zutiefst inhuman, meine Damen und Herren. Und wie oft haben wir hier im Bundestag die Freigabe der Patente gefordert? Die CDU hat das verhindert, und das ist immer noch schändlich, meine Damen und Herren. Und wie ist denn der Umgang mit den Geflüchteten aus Afrika, die über das Mittelmeer kommen? Sie ertrinken vor unseren Augen. Hier wird Betroffenheit ausgedrückt, aber es muss endlich gehandelt werden. Diese Menschen müssen gerettet werden, meine Damen und Herren. Die afrikanischen Regierungen sehen doch, dass die Ampel genauso wie die Vorgängerregierung einen Unterschied macht zwischen weißen Kriegsflüchtlingen und afrikanischen Geflüchteten. Das wird zu Recht als Rassismus wahrgenommen, und so wächst kein Vertrauen. Die Vergangenheit hat doch gezeigt, dass es den Deutschen in erster Linie um die Rohstoffe ging und weniger um die Menschen. Und darum müssen wir endlich aus der langen Geschichte lernen. Nur so kann Vertrauen wachsen, aber nicht mit der Idee, Afrika weiter auszubeuten. Das muss ein Ende haben. Wir müssen auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Vielen Dank. Sagt Gesine Lötz. Und Gesine Lötz ist für heute für uns hier die letzte Rednerin, die wir begleiten. Denn es stehen natürlich auch noch andere Tagesordnungspunkte auf zum Beispiel der internationalen Ebene an, über die wir Sie informieren möchten. In der nächsten Sitzungswoche, in zwei Wochen, sind wir natürlich wieder dabei. Da geht es unter anderem in der Regierungsbefragung um die Arbeit von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Da sind wir natürlich auch wieder live dabei. Jetzt übergebe ich aber erst einmal an Ines Arland. Die sitzt schon im Studio in Bonn. Fast genau so. Vielen Dank, Katharina Kühn. Wir stehen hier, und das sehr gerne für Sie, meine Damen und Herren. Phoenix vor Ort an diesem Freitagnachmittag, 3. März. Wir wollen ein bisschen schauen auf weitere Themen, die das politische Berlin, aber auch die Welt sonst bewegt haben. Beginnen wir mal bei Fragen, die uns alle bewegen, nämlich der Mobilität von morgen. Wie wird sie aussehen? Diese Frage kann man sich durchaus stellen. Wer kommt also wie von A nach B, also A als Person? Aber welchen Weg nehmen zum Beispiel auch Waren und Güter? Das passt alles rein in eine Verkehrsprognose 2051, in Auftrag gegeben vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Heute dazu der Bundesminister in Berlin. Wir wollen schauen.